Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars – Erben des Imperiums Fünf Jahre sind seit der Zerstörung des zweiten Todessterns und dem Tod von Imperator Palpatine und Darth Vader vergangen. Das Imperium, das während der Schlacht von Endor große Verluste erlitten hatte, musste sich in die äußeren Sternsysteme zurückziehen. Unterdessen haben die siegreichen Rebellen eine neue Republik errichtet, der sich immer mehr Sternsysteme anschließen. Doch die militärisch orientierte Rebellenbewegung in ein ziviles Regime umzuwandeln, ist kein leichtes Unterfangen. Die erst vor kurzem gebildete Regierung besteht aus einem provisorischen Rat, deren Mitglieder sich oft in politischen Streitereien verstricken. Während Luke Skywalker und seine schwangere Schwester Lea Organa Solo damit beschäftigt sind, den inneren Zusammenhalt der neuen Republik zu festigen und weitere Sternsysteme auf ihre Seite zu ziehen, ahnen sie nicht, welch neue Gefahr von außen droht. Unter der Führung des letzten überlebenden Großadmirals des Imperators, Thrawn, hat sich die imperiale Flotte neu formiert und bereitet einen Angriff vor, mit dem die Initiative gegen die Rebellion zurückgewonnen werden soll. Information bleiben, Landeanflug auf die Schimäre vorbereiten. Ja, Sir. Ja, Sir. Captain Perleon! Machen Sie weiter. Ja, Sir. Sir, eine Meldung von den Patrouillenschiffen. Sehen Sie, hier. Verfolgen Sie diesen Reflex. Ähm, Sir? Ich habe ihn gehört. Sie haben Ihre Befehle. Ja, Sir. Captain Perleon? Captain, ich... Wir befinden uns hier nicht auf dem Viehmarkt von Shanghai, Lieutenant Shell. Ich... Dies hier ist die Brücke eines imperialen Sternzerstörers. Routinemäßige Meldungen werden nicht, ich wiederhole, nicht einfach in die ungefähre Richtung des Adressaten gebrüllt. Ist das klar? Jawohl, Sir. Also schön, berichten Sie. Wir haben soeben die Nachricht erhalten, dass die Scout-Schiffe von ihrem Aufklärungsflug aus dem Obroa-Sky-System zurückgekehrt sind. Sehr gut. Hat es Schwierigkeiten gegeben? So gut wie keine. Der Geschwaderkommander sagte, sie wären eine Weile verfolgt worden, aber die Verfolger hätten ihre Spur bald verloren. Hoffentlich. Sorgen Sie dafür, dass sich der Geschwaderkommander auf der Brücke zum Rapport meldet, sobald die Schiffe an Bord sind. Und geben Sie für die Patrouillenschiffe Alarmstufe Gelb. Ich werde dem Großadmiral persönlich Bericht erstatten. Jawohl, Sir. Käpt'n Pellion wünscht Großadmiral Thrawn zu sprechen. Ich habe... Das heißt dann wohl, dass ich eintreten soll. Käpt'n... Verdammt, Rook. Was soll der Unsinn? Das sollten Sie doch wissen, Käpt'n. Wer auch immer diesen Vorraum durchqueren will, muss an mir vorbei. Aber ich bin niemand, dem er mit einer gezogenen Klinge auflauern muss. Ich hatte mich angemeldet. Und jetzt weg damit. Stimmen kann man imitieren. Ich mache nur meine Arbeit. Ja. Sie dürfen weiter. Danke. Admiral? Kommen Sie, Käpt'n. Was halten Sie davon? Ich bin beeindruckt. Sie haben Ihren privaten Kommandoraum neu eingerichtet? Die Gemälde und Skulpturen sind natürlich nur Holographien. Leider. Ja, Sir. Ich dachte, es würde Sie interessieren, Admiral, dass die Scouts aus dem Obroa-Sky-System zurückgekehrt sind. Haben Sie die Zentralbibliothek anzapfen können? Zumindest sind Sie in das System eingedrungen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen gelungen ist, den Auftrag auszuführen. Offenbar hat man sie entdeckt. Allerdings ist der Commander überzeugt, die Verfolger abgeschüttelt zu haben. Nein. Nein, das glaube ich nicht. Vor allem dann nicht, wenn es sich bei den Verfolgern um Rebellen gehandelt hat. Ich habe für die Patrouillenschiffe Alarmstufe Gelb gegeben. Sollen wir auf Rot gehen? Uns bleibt noch etwas Zeit. Sagen Sie, Käpt'n. Verstehen Sie etwas von Kunst? Äh, nicht sehr viel. Sie sollten sich die Zeit nehmen. Sehen Sie sich die beiden Displayringe mal genauer an. Dies hier sind Zaffer-Gemälde, circa 1550 bis 2200 präimperialer Zeitrechnung. Und dort drüben sind paonidische Werke aus der Extrasser-Periode. Beachten Sie die Parallelen zu den frühen Zaffer-Werken und den Bath-Cree-Flachplastiken. Ja, ich verstehe. Admiral, sollten wir nicht... Brücke an Großadmiral Thrawn. Sir, wir werden angegriffen. Hier spricht Thrawn. Geben Sie Alarmstufe Rot und berichten Sie. Aber in Ruhe, wenn es geht. Jawohl, Sir. Die Sensoren orten vier Kampfregatten der Neuen Republik und drei geschwarte X-Flügler. Sie nähern sich in symmetrischer V-Formation, rasch dem Vektor unserer Scout-Schiffe. Maschinen auf volle Kraft. Lichtsprung einleiten. Befehl zum Lichtsprung aufgehoben. TIE-Jäger-Crews auf Ihre Station. Deflektor-Schilde aktivieren. Admiral, wir sind nur ein einziger Sternzerstörer mit einer unerfahrenen Crew gegen vier Kampfregatten. Treten Sie näher, Käpt'n. Benutzen wir die Displayringe für eine taktische Analyse. Ja, Admiral. Zum Glück sind die Scout-Schiffe nicht in unmittelbarer Gefahr. Brücke, Angriffsbefehl für die drei nächsten Patrouillenschiffe. Jawohl, Sir. Gefechtsbereit. Gefechtsbereit. Das ist sie. Ausweichmanöver. Exzellent. Sir, wir haben ein Schiff verloren. Das genügt, Lieutenant. Die beiden anderen Patrouillenschiffe sollen sich zurückziehen. Die Einheiten im Sektor 4 den Vektor der Angreifer verlassen. Ähm, jawohl, Sir. Rückzug sofort. Admiral, sollten wir nicht zumindest den Rest der Flotte alarmieren? Noch mehr Schiffe herzuholen, wäre das Letzte, was wir jetzt tun sollten, Käpt'n. Schließlich könnte es Überlebende geben. Und wir wollen doch nicht, dass die Rebellen von uns erfahren, oder? Brücke, Drehung um 20 Grad nach Backbord. Aufbauten auf den Vektor der Angreifer ausrichten. Sobald Sie sich im äußeren Perimeter befinden, sollen sich die Einheiten im Sektor 4 hinter Ihnen neu formieren und den Funkverkehr blockieren. Ja, ja, Sir. Es ist nicht notwendig, dass Sie meine Befehle verstehen, Lieutenant. Gehorchen Sie. Jawohl, Sir. Ich fürchte, ich verstehe ebenfalls nicht, Admiral, Ihnen unsere Aufbauten zuzusehen. Schauen Sie zu und lernen Sie, Käpt'n. Brücke, Schleusendeflektoren deaktivieren. Alle anderen Schilde hochfahren. Taijäger, fertig machen zum Start. Begeben Sie sich in zwei Kilometer Entfernung von der Chimäre und bilden Sie dann eine offene Formation. Gefechtsgeschwindigkeit, zonale Angriffsstruktur. Verstehen Sie jetzt, Käpt'n? Ähm, Sie ließen das Schiff beidrehen, um den Jägern beim Start Deckung zu geben. Aber alles andere ist nichts weiter als ein klassisches Marks-Hable-Einkesselungsmanöver. Auf so etwas Einfaches werden Sie kaum hereinfallen. Im Gegenteil. Sie werden nicht nur darauf hereinfallen, sondern auch alle vernichtet werden. Spielfunk erreicht. Angreifer voraus. Offene Formation. Sie haben uns entdeckt. Beim Imperium, was machen die da nur? Sie greifen zu der einzigen Verteidigung gegen ein Marks-Hable, die Sie kennen. Oder um genauer zu sein, der einzigen Verteidigung, zu der Sie psychologisch in der Lage sind. Sehen Sie, Käpt'n, dieser Verband wird von einem Elom kommandiert. Und die Elominen können mit dem unstrukturierten Angriffsprofil eines sorgfältig durchgeführten Marks-Hable nicht zurechtkommen. Was zum... Ziel im Visier! Feuer! Ich bin getrocknet! X-Flügler zerstört! Achtung! Neues Ziel! Der Angriff unserer drei Patrouillenschiffe vorhin. Sie konnten daraus schließen, dass es sich um Elominschiffe handelt? Wenn Sie die Kunst einer Spezies verstehen, dann verstehen Sie die Spezies, Käpt'n. Brücke, auf Flankengeschwindigkeit gehen. Angriff unterstützen. Teiljäger von links! Zieh hoch! Zieh hoch! Helft mir! Hilfe! Sind das die Daten aus dem Obroa-Sky-System? Hat sich der Einsatz gelohnt? Oh ja, das ist der zweite Teil des Puzzles. Der Teil, nach dem ich ein ganzes Jahr gesucht habe. Bleibt die Formation! Bleibt die... Sobald das hier vorbei ist, werden wir uns vorübergehend von der Flotte trennen und nach Murka fliegen. Feuer! Murka? Der Planet ist seit mindestens 300 Jahren bewohnt, aber er wurde sowohl von der Alten Republik als auch von den Jedi strikt gemieden. Weil er zu abgelegen ist? Er ist nicht abgelegen. Die richtige Antwort ist viel interessanter. Und weitaus nützlicher. Und bei dieser Antwort handelt es sich um den ersten Teil Ihres Puzzles? Ja. Murka, oder genauer gesagt, eine der dort lebenden Tierarten, war der erste Teil. Der zweite ist eine Welt namens Wayland. Eine Welt, deren Koordinaten ich dank der Obroana nun kenne. Darf ich fragen, um was für eine Art Puzzle es sich handelt? Das einzige Puzzle, das die Beschäftigung lohnt. Die vollständige, totale und endgültige Niederschlagung der Rebellion. Warte! Ben! Hier nicht! Luke! Ben! Ben, wieso liebe Wohl? Und was für Verbündete werde ich finden. Wer sind Sie? Ben! Ben! Er ist fort. Oh, oh, Master Luke. Es tut mir schrecklich leid, dass ich Sie gestört habe. Das hast du nicht. Ich wollte nur etwas frische Luft schnappen. Sind Sie sicher? Ich meine, ich möchte nicht neugierig sein. Ich bin nur etwas deprimiert. Eine funktionierende Regierung auf die Beine zu stellen, ist weitaus schwieriger, als ich erwartet habe. Schwieriger, als die meisten Mitglieder des Rates geglaubt haben. Oh. Aber vor allem vermisse ich Ben. Er war immer sehr nett zu mir. Und auch zu R2. Und? Warum bist du heraufgekommen? Prinzessin Leia hat mich geschickt. Sie sagte, sie wären traurig. Angeberei. Bitte? Leia will nur mit ihren neuen Jedi-Fähigkeiten angeben. Um zu beweisen, dass sie selbst mitten in der Nacht meine Stimmungen spüren kann. Sie schienen sich wirklich Sorgen zu machen, Sir. Ich weiß. Es war nur ein Scherz. Oh. Soll ich ihr ausrichten, dass mit Ihnen alles in Ordnung ist? Sicher. Tu das. Nein, Winter. Dieses Mal ist es nicht mein Magen. Es ist Luke. Ich mache mir Sorgen um ihn. Immer noch dasselbe Problem, das ihn seit neun Wochen beschäftigt? Ich weiß es nicht, Winter. Er hat drei PO erzählt, dass er Ben Kenobi vermisst. Aber ich weiß, dass es nicht nur das ist. Vielleicht hat es mit ihrer Schwangerschaft zu tun. Das würde auch erklären, warum es vor neun Wochen angefangen hat. Vor neun Wochen haben auch Mon Mothma und Admiral Agba den Regierungssitz hierher nach Coruscant verlegt. Und zur selben Zeit erhielten wir die ersten Berichte aus den Grenzregionen über das geheimnisvolle taktische Genie, das das Kommando über die imperiale Flotte übernommen hat. Such dir was aus. Ich schätze, Sie werden warten müssen, bis er bereit ist, mit Ihnen darüber zu reden. Vielleicht kann ihn Captain Solo nach seiner Rückkehr aus der Reserve locken. Vielleicht. In der Zwischenzeit sollten wir dafür sorgen, dass wir genug Schlaf bekommen. Wir haben morgen einen anstrengenden Tag vor uns. In Ordnung. Gute Nacht, Eure Hoheit. Gute Nacht, Winter. Und gute Nacht, euch beiden. Hagen, ich vermisse dich so sehr. Sie wollen mich befördern, Talon? Ja. Aber ich bin doch erst seit sechs Monaten dabei. Fünfeinhalb. Aber Zeit ist im Universum noch nie so wichtig gewesen wie Talent und Erfolg. Und Ihre Talente und Erfolge, Mara Jade, sind äußerst beeindruckend. Ich hatte Glück. Dann sind da noch Ihre Fähigkeiten als Pilotin, Ihre Bereitschaft, Befehle zu geben, Befehlen zu gehorchen und Ihre Fähigkeit, sich ungewöhnlichen und überraschenden Situationen anzupassen. Überaus nützliche Eigenschaften für einen Schmuggler. Sie sind einfach zu wertvoll, um Ihre Zeit mit nachgeordneten Tätigkeiten zu verschwenden. Ich möchte Sie zu meiner Stellvertreterin aufbauen. Ihrer... Sie müssen nicht sofort antworten. Denken Sie darüber nach? Oder reden Sie mit einigen von denen, die schon länger bei der Organisation sind? Sie werden Ihnen bestätigen, dass ich meine Leute nicht belüge. Wenn Sie mir diese Macht geben, werde ich sie auch benutzen. Die gesamte Organisationsstruktur müsste von Grund auf... Moment. Ja? Hier ist Aves. Wir haben Besuch. Ein imperialer Sternzerstörer ist soeben in den Orbit eingeschwenkt. Ist er schon identifiziert? Thorf glaubt, dass es sich um die Schimäre handelt. Groß Admiral Throne. Irgendwelche Funksprüche? Wir haben noch keine empfangen. Einen Moment. Sieht aus, als ob... Ja, Sie schleusen eine Fähre aus. Nein, zwei Fähren. Voraussichtlicher Landeplatz. Hier im Wald. Sie werden in höchstens 15 Kilometern Entfernung niedergehen. Hm. Verbinden Sie mich mit dem Schiff. Okay. Verbindung hergestellt. Imperialer Sternzerstörer Schimäre. Hier spricht Talon Karde. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Hier spricht Captain Pelion. Was wollen Sie? Gut nachbarliche Beziehungen pflegen. Wir haben zwei Ihrer Fähren geortet und uns gefragt, ob Sie oder Großadmiral Throne unsere Hilfe brauchen. Wer? Ach, natürlich. Ich habe auch noch nie von Großadmiral Throne gehört. Ganz gewiss nicht in Verbindung mit der Schimäre. Oder mit gewissen Datenraubzügen in der Obroa Sky-Region. Sie sind sehr gut informiert, Mr. Karde. Man könnte sich fragen, wie ein dahergelaufener Schmuggler an derartige Informationen kommt. Meine Leute hören Geschichten und Gerüchte. Ich nehme die einzelnen Teile des Puzzles und setze sie zusammen. Übrigens, falls Ihre Fähren im Wald landen sollten, wäre es angebracht, die Crews zu warnen. Es gibt auf Merka eine Reihe gefährlicher Raubtiere. Und die hohe Metallkonzentration in der einheimischen Vegetation verwirrt die Sensoren. Danke für den Hinweis, aber Sie werden nicht lange bleiben. Sie wollen ein wenig jagen, stimmt's? Informationen über imperiale Aktivitäten sind sehr teuer. Ich dachte, in Ihrer Branche wäre das bekannt. Gewiss. Aber manchmal kann man ein Geschäft machen. Sie sind hinter den Issalamiri her, nicht wahr? Ich sehe keine Möglichkeit für ein Geschäft, Karde. Und teuer kann auch bedeuten, dass es einem teuer zu stehen kommt. Vorausgesetzt, man hat nicht etwas ebenso Wertvolles zu bieten. Ich nehme an, Sie sind mit den einzigartigen Eigenschaften der Issalamiri vertraut. Sonst wären Sie nicht hier. Darf ich davon ausgehen, dass Sie auch wissen, wie man sie gefahrlos von den Ästen herunterholt? Ich hatte den Eindruck, dass es sich bei den Issalamiri um kaum 50 Zentimeter lange, harmlose Tiere handelt. Die Gefahr droht nicht Ihnen, Captain, sondern den Issalamiri. Sie können sie nicht so einfach von den Bäumen schütteln, zumindest nicht ohne sie umzubringen. In diesem Stadium sind die Issalamiri festgewachsen. Ihre Krallen haben sich mit dem Ast, auf dem Sie leben, untrennbar verbunden. Und Sie wissen, wie man sie löst? Einige von meinen Leuten wissen es, ja. Wenn Sie es wünschen, schicke ich jemanden zum Landeplatz Ihrer Fähren. Die Technik ist relativ einfach, aber sie muss demonstriert werden. Natürlich. Und der Preis für diese esoterische Demonstration? Kein Preis, Captain. Wie ich am Anfang schon sagte, geht es uns nur um die Pflege gutnachbarlicher Beziehungen. Hm. Ich werde Ihre Großzügigkeit nicht vergessen, Mr. Karde. Ich werde meine Fähren über die Ankunft Ihres Experten informieren. Er wird in Kürze dort eintreffen. Auf Wiedersehen, Captain. Sie haben alles mitgehört? Denkin und Chin wärmen bereits einen der Gleiter auf. Gut. Sie sollen ständig mit uns Verbindung halten. Und ich will Sie sofort nach Ihrer Rückkehr sehen. In Ordnung. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Sie wollen wirklich keine Gegenleistung von Ihnen? Wir haben sie von der Landung bis zum Abflug unter permanenter Kontrolle. Mehr können wir wirklich nicht verlangen. Sie glauben nicht, dass Sie nur hier sind, um ein paar Isalamiri aufzusammeln, oder? Nein. Aber vielleicht haben Sie einen anderen Verwendungszweck für die Tiere, von dem wir nichts wissen. Den ganzen weiten Weg bis hierher zurückzulegen, um ein paar Isalamiri zu fangen. Und das alles nur wegen eines einzigen Jedi? Das kommt mir reichlich übertrieben vor. Vielleicht sind Sie gar nicht hinter Skywalker her. Vielleicht haben Sie noch weitere Jedi entdeckt. Klingt unwahrscheinlich. Der Imperator hat Sie gleich zu Beginn der neuen Ordnung eliminiert. Allerdings, wenn ein Großadmiral einen Sinn darin sieht, Isalamiri an Bord zu nehmen, dann sollten wir uns darum kümmern. Es kommt mir wie Zeitverschwendung vor. Thrawn sieht wahrscheinlich Gespenster. Kommen wir zurück zum Geschäft. Sie wollten einige organisatorische Verbesserungsvorschläge machen. Ja. Ich werde eine detaillierte Analyse der organisatorischen Mängel vorbereiten. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie soweit sind. Das werde ich. Ich glaube, das wäre für den Moment alles mal. Also gut. Bis später. Erstaunlich. Eines Tages werde ich erfahren, woher du kommst und wer du bist, Mara Jades. Und dann werde ich auch wissen, was Luke Skywalker dir angetan hat, dass du ihn so sehr hasst. Schon wieder welche von der Sorte. Was? Ach nein, ich habe nur laut gedacht. Ich meine die Typen. Es kommen immer die gleichen Gestalten hier rein. Keine Schmuggler. Aber das ist auch schon das Einzige, was sich in dieser Waffe verändert hat. Ja, die Band auch. Keine Ahnung, wer die Überreste von Jabba's Organisation übernommen hat. Aber er hat seine Geschäfte von Tatooine wegverlagert. Keine Sorge, er wird schon... Ach, sieh an. Hallo, Solo. Travis. Lange nicht gesehen. Setz dich. Sicher. Sobald du und Chewie die Hände auf den Tisch gelegt habt. Komm schon. Glaubst du, ich hätte dich herkommen lassen, um dich zu erschießen? Wir sind doch alte Freunde, oder nicht? Sicher sind wir das. Oder zumindest waren wir es. Aber ich habe gehört, dass du ehrbar geworden bist. Ehrbar ist ein dehnbarer Begriff. Dann werde ich genauer sein. Ich hörte, dass du dich der Rebellenallianz angeschlossen hast. Zum General ernannt worden bist, eine ehemalige alderanische Prinzessin geheiratet hast und bald Vater von Zwillingen wirst. Ich habe den Generalsjob vor ein paar Monaten wieder an den Nagel gehängt. Warum hast du mich herbestellt? Um mich zu warnen? Wie meinst du das? Spiel nicht den Unschuldigen, Solo. Die Neue Republik ersetzt das Imperium. Schön und gut. Aber für uns Schmuggler macht das keinen Unterschied. Wenn dies also eine offizielle Aufforderung ist, unsere geschäftlichen Aktivitäten einzustellen, dann lache ich dir ins Gesicht und verschwinde. Ich wollte dich anheuern. Was? Du hast richtig gehört. Wir wollen Schmuggler anheuern. Setz dich wieder. Ja. Hat das irgendwas mit eurem Kampf gegen das Imperium zu tun? Denn wenn es darum geht, dann... Keine Sorge. Natürlich geht es auch darum. Aber der springende Punkt ist, dass es der Neuen Republik zurzeit an Frachtschiffen mangelt. Von erfahrenen Frachterpiloten ganz zu schweigen. Wenn du schnelles, ehrliches Geld verdienen willst, dann ist jetzt der richtige Moment gekommen. Hm. Und wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Wir brauchen Schiffe und Piloten, um den interstellaren Handel wieder in Gang zu bringen. Ihr habt beides. Warum sollten wir für euch und eure Hungerlöhne arbeiten? Wenn wir das Zeug schmuggeln, verdienen wir bei jeder Reise viel mehr. Das stimmt. Aber nur, wenn eure Kunden Zölle zahlen müssen, die das Schmuggeln lohnenswert machen. In diesem Fall... müssen sie es nicht. Ach, komm schon, Solo. Eine brandneue Regierung, die Geld dringender braucht als alles andere. Und du willst mir erzählen, dass sie auf hohe Zölle verzichten wird. Glaub, was du willst, Travis. Hm. Selbst wenn ich dir glaube. Viele von meinen Freunden würden es nicht tun. Warum nicht? Weil du ehrbar geworden bist. Deshalb. Ach. Schau mich nicht so gekränkt an. Du bist schon zu lange aus dem Geschäft, um dich überhaupt noch daran erinnern zu können, wie es einmal war. Meinem Schmuggler geht es nur um den Profit, Solo. Um den Profit und um den Nervenkitzel. Und was willst du stattdessen machen? Etwa in den imperialen Sektoren arbeiten? Hm. Ihr Territorium schrumpft seit fünf Jahren kontinuierlich. Und es wird weiter schrumpfen. Wir sind inzwischen genauso gut bewaffnet. Und unsere Leute sind motivierter und besser ausgebildet als Ihre. Vielleicht. Aber ich habe gerüchteweise gehört, dass Sie einen neuen Oberbefehlshaber haben. Jemand, der euch eine Menge Schwierigkeiten macht. Wie im Obroa-Sky-System zum Beispiel. Eine furchtbare Schlamperei, so mir nichts dir nichts eine ganze Spezialeinheit zu verlieren. Dann denk daran, dass jeder, der uns Ärger macht, früher oder später auch euch Ärger machen wird. Und wenn du glaubst, dass die neue Republik dringend Geld braucht, dann überleg mal, wie dringend das Imperium auf neue Geldquellen angewiesen sein muss. Interessante Frage. Nun, es war schön, dich wiederzusehen, Solo. Aber ich muss jetzt gehen. Grüß deine Prinzessin von mir. Hauptsache, du informierst deine Leute über unser Angebot, okay? Oh, das werde ich. Noch etwas, Travis. Wer ist eigentlich Jabbas Nachfolger? Nun, ich schätze, es ist kein Geheimnis. Natürlich ist das nicht offiziell, aber ich würde jede Wette eingehen, dass Talon Karde die neue Nummer eins ist. Karde? Wo kann ich ihn finden? Das möchtest du gerne wissen, nicht wahr? Hier in Mos Eisley scheint er ja nicht zu sein. Vielleicht werde ich es dir eines Tages verraten. Travis! Mach's gut, Shui. Na, was erwartest du, wenn jemand wie Admiral Akbar im Rat sitzt? Die Kalamarianer waren schon vor dem Krieg die schlimmsten Feinde der Schmuggler. Und jeder weiß das. Mach dir keine Sorgen, sie werden schon kommen. Lass uns gehen. Wir werden ohnehin zu spät auf Coruscant eintreffen. Großadmiral Frank, die Fähre ist gleich startbereit. Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass das wirklich notwendig ist. Wir haben extra für diese Tiere den Umweg über Mörker gemacht. Von dort hat es ganze fünf Tage gedauert, Wayland zu erreichen. Fünf Tage, die die Techniker brauchten, um ein tragbares Gestell zu konstruieren, das die Isselamiri schützt und nähert. Es war also keine Zeitverschwendung. Aber, falls Sie recht haben und dieser Wächter tatsächlich vom Imperator hierher nach Wayland geschickt wurde, dürften wir keine Schwierigkeiten mit ihm haben. Möglicherweise werden wir Probleme haben, ihn zu überzeugen, wer wir sind und dass wir tatsächlich für das Imperium arbeiten. Die Isselamiri sind eine reine Vorsichtsmaßnahme. Großadmiral Frank, wir können starten. Gut. Eine Abteilung Sturmtruppen wäre wesentlich überzeugender. Das könnte ihn verärgern. Der Stolz und die Empfindlichkeit eines dunklen Jedi gehören nicht zu den Dingen, mit denen man Scherze treiben sollte, Käpt'n. Außerdem haben wir Rook dabei. Sie scheinen davon überzeugt zu sein, Sir, dass der Wächter ein dunkler Jedi ist. Wem sonst hätte der Imperator den Schutz seiner privaten Schatzkammer anvertraut? Pilot, ist das da der Berg Tantis? Ja, Sir. Wir haben die Koordinaten bald erreicht. Die Stadt müsste jeden Moment... Da vorne ist sie. Überfliegen Sie das Gebiet zweimal. Dann landen Sie auf dem größten Platz der Stadt. Dort, gegenüber dem Palast. Jawohl, Sir. Brauchen Sie Hilfe mit dem Gestell? Es geht schon. Wissen Sie, ob diese Fremdrassen außenweltland gegenüber feindselig sind? Wahrscheinlich. Wie die meisten Fremdrassen. Gehen wir. Schüchterne Burschen, was? Mal sehen, ob wir sie aus der Reserve locken können. Ich suche den Wächter des Berges. Wer kann mich zu ihm bringen? Keine Antwort. Ein Pfeil? Broke, warte! Weißt du, von wo der Schuss kam? Ja. Das zweistöckige Haus dort. Etwas abseits vom Palast. Gut. Einer von euch hat soeben auf uns geschossen. Seht die Konsequenzen. Jetzt. Das wird Wirkung zeigen. Er nimmt sich die Fenster und Türen vor. Vertreibt mögliche Angreifer. Gleich sind die Grundmauern dran. Jetzt das Fundament. Das sind die Folgen eures Ungehorsams. Ich frage noch einmal. Wer ist bereit, mich zum Wächter des Berges zu bringen? Ich bin es. Wer... Ruhig, Captain. Ihr seid Fremde. Fremde aus dem Weltall. Ja. Und Sie? Ihr habt eins meiner Häuser zerstört. Das war nicht nötig. Wir wurden angegriffen. Es hat Ihnen gehört? Ich herrsche. All das hier gehört mir. Ich bin Großadmiral Thrawn. Kriegsherr des Imperiums. Diener des Imperators. Ich suche den Wächter des Berges. Ich bringe Sie zu ihm. Folgt mir zum Palast. Bleibt dicht in meiner Nähe. Achtet auf verborgene Fallen. Hier entlang. Ich hatte angenommen, dass der Wächter auf dem Berg lebt. Einst war es so. Als ich die Herrschaft übernahm, errichtete ihm das Volk von Weyland diesen Palast. Kommen Sie. Der Wächter des Imperators erwartet Sie. Was ist das hier? Eine Gruft? Dieser große Block in der Mitte. Heißt das, dass er tot ist? Er ist tot. Sehen Sie all diese Kerzen, Großadmiral Thrawn? Hm. Ihr Volk muss ihn sehr verehrt haben. Ihn verehrt? Wohl kaum. Diese Kerzen stellen die Gräber der Außenwäldler dar, die seit seinem Tod hergekommen sind. Wie sind Sie gestorben? Ich habe Sie getötet. Genauso wie ich den Wächter getötet habe. Genau wie ich euch jetzt töten werde. Fall, Captain! Wie Sie sehen, Wächter, sind wir keine gewöhnlichen Außenwäldler. Der Wächter ist tot. Ja. Der alte Wächter ist tot. Sie sind jetzt der Wächter. Sie sind es, der nun den Berg des Imperators bewacht. Ich diene keinem Imperator. Meine Macht dient mir allein. Sie sind kein Jedi. Wie können Sie mir dann widerstehen? Schließen Sie sich uns an und Sie werden es erfahren. Ich bin ein Jedi-Meister. Ich schließe mich niemandem an. Ich verstehe. In diesem Fall erlauben Sie, dass wir uns Ihnen anschließen. Wir möchten Ihnen zeigen, wie Sie mehr Macht erringen können, als Sie sich je erträumt haben. All die Macht, nach der es einen Jedi-Meister verlangt. Nun gut. Wir werden reden. Vielen Dank. Darf ich fragen, mit wem wir die Ehre haben? Ich bin der Jedi-Meister Juru Sabayoth. Sabayoth? Aber... Kommen Sie. Wir werden reden. Mich interessiert kein Angebot, Großadmiral. Sie werden mir jetzt verraten, wie Sie meinen Angriff abgewehrt haben. Also schön. Diese Kreatur, die Sie auf meinem Rücken sehen, ist ein Issalamir. Die Issalamiri sind baumbewohnende Wesen von einem fernen, drittklassigen Planeten. Und sie haben eine interessante und wahrscheinlich einzigartige Fähigkeit. Sie verdrängen die Macht. Was meinen Sie damit, Sie verdrängen die Macht? Genau wie eine Luftblase Wasser verdrängt. Ein einzelner Issalamir kann eine Blase mit einem Durchmesser von zehn Metern erzeugen. Mehrere Issalamiri, die ihre Kräfte gegenseitig verstärken, erzeugen noch viel größere Blasen. Von so etwas habe ich noch nie gehört. Wie konnten solche Geschöpfe entstehen? Ich weiß es nicht. Und das spielt auch keine Rolle. Es genügt mir, dass ihre Fähigkeit meinen Zwecken dient. Der Zweck ist es, mir meine Macht zu nehmen? Wir haben erwartet, hier den Wächter des Imperators zu finden. Ich musste sicher gehen, dass er uns Gelegenheit geben würde, uns vorzustellen und unsere Mission zu erläutern. Dass uns die Tiere vor dem Wächter geschützt haben, war im Grunde nur ein Nebeneffekt. Mit unseren Kleinen habe ich etwas viel Interessanteres im Sinn. Und das wäre? Alles zu seiner Zeit, Meister Sabayos. Und erst nachdem wir Gelegenheit gehabt haben, einen Blick in die Schatzkammer des Imperators im Berg Tantes zu werfen. Also geht es Ihnen nur um den Berg? Ich brauche den Berg, gewiss. Oder vielmehr das, was ich in ihm zu finden hoffe. Und das ist? Es gab kurz vor der Schlacht um Endor Gerüchte, dass die Wissenschaftler des Imperators sein perfektes Tarnfeld entwickelt haben. Das ist es, was ich will. Außerdem noch ein anderes, kleines, fast triviales, technisches Gerät. Sie wollen also die Spielzeuge des Imperators? Ich brauche auch die Hilfe eines Jedi-Meisters, wie Sie es sind. Endlich kommen wir zum Kern der Sache. Ich nehme an, für diesen Dienst bekomme ich all die Macht, nach der es einen Jedi-Meister verlangt? In der Tat. Sagen Sie mir, Meister Sabayos, haben Sie von der vernichtenden Niederlage gehört, die die imperiale Flotte bei der Schlacht um Endor erlitten hat? Ich hörte Gerüchte. Einer der Außenwäldler, der hierher kam, sprach davon. Allerdings nur kurz. Dann müssen Sie sich auch gefragt haben, wie es ein paar Dutzend Rebellenschiffen gelingen konnte, eine imperiale Streitkraft zu besiegen, die Ihnen mindestens zehnfach überlegen war. Die Rebellen waren wohl einfach die besseren Kämpfer. In gewisser Hinsicht ist dies richtig. Die Rebellen haben in der Tat besser gekämpft, aber nicht, weil sie über spezielle Fähigkeiten verfügten oder besser ausgebildet waren. Sie haben besser gekämpft als die Flotte, weil der Imperator tot war. Sie sind dabei gewesen, Käpt'n. Sie müssen es bemerkt haben. Der plötzliche Zusammenbruch der Koordination zwischen den Besatzungsmitgliedern und den Schiffen. Der Mangel an Effizienz und Disziplin. Kurz gesagt, der Mangel an jener schwer fassbaren Eigenschaft, die wir Kampfgeist nennen. Es gab einige Verwirrung, ja. Aber das lässt sich mit dem normalen Stress einer Schlacht erklären. Ja. Wirklich? Der Verlust der Exekuter? Das plötzliche Versagen der Thai-Jäger am entscheidenden Moment, das zum Untergang des Todessterns führte? Der Verlust von sechs anderen Sternzerstörern bei Operationen, die eigentlich kein Problem hätten sein sollen? Auch das wollen Sie mit dem normalen Stress einer Schlacht erklären? Der Imperator hat die Schlacht nicht geleitet. In keinerlei Hinsicht. Ich war dabei, Admiral. Ich weiß es. Ja, Captain. Sie waren dabei. Und es wird Zeit, dass Sie die Augen öffnen und der Wahrheit ins Gesicht sehen. Gleichgültig, wie bitter sie sein mag. Es war der Wille des Imperators, der Sie angetrieben hat. Es war der Geist des Imperators, der Ihnen Kraft und Entschlossenheit und Tüchtigkeit verliehen hat. Das ist nicht wahr. Es kann nicht sein. Wir haben nach seinem Tod weitergekämpft. Ja. Sie haben weitergekämpft. Wie Kadetten. Das also ist es, was Sie von mir wollen, Großadmiral Thrawn. Ich soll Ihre Schiffe in Ihre Marionetten verwandeln? Nein, Meister Sabayoff. Der fatale Fehler des Imperators war es, dass er persönlich die gesamte imperiale Flotte kontrollieren wollte. Und zwar so vollständig und so lange wie möglich. Im Endeffekt hat das in die Katastrophe geführt. Mein Wunsch ist es lediglich, die Zusammenarbeit zwischen den Schiffen und Kampfeinheiten zu verbessern. Und das nur in kritischen Momenten und bestimmten Situationen. Mit welchem Ziel? Macht. Die endgültige Niederschlagung der Rebellion. Die Wiedererrichtung der glorreichen neuen Ordnung des Imperiums. Sie verstehen die Macht nicht, Großadmiral Thrawn. Welten zu erobern und zu beherrschen, die Sie nie ein zweites Mal sehen werden, hat mit Macht nichts zu tun. Das da draußen, Großadmiral Thrawn, das ist Macht. Diese Stadt, dieser Planet, dieses Volk, jeder Mensch, Poseidon und Menorish, der hier lebt, ist mein. Mein. Nein. Ich lehre Sie. Ich beherrsche Sie. Ich bestrafe Sie. Ihr Leben und Ihr Tod liegen in meiner Hand. Genau das biete ich Ihnen an. Millionen von Leben. Milliarden, wenn Sie es wünschen. Leben, mit denen Sie machen können, was Sie wollen. Ich bin an der Macht über gesichtslose Leben nicht interessiert. Ich brauche Ihre Hilfe, Meister Savajoth. Nennen Sie mir Ihren Preis. Mein Preis? Ich bin ein Jedi-Meister, Großadmiral Thrawn. Kein Söldner wie Ihr Nogri. Oh ja, Nogri. Ich weiß, was Du bist. Was Deine Artgenossen sind. Die privaten Todeskommandos des Imperators. Ihr tötet und werdet getötet, wenn Männer wie Darth Vader und der Großadmiral dort es befehlen. Lord Vader dientet dem Imperator und dem Imperium. So wie wir. Ich habe alles, was ich wünsche oder brauche, Großadmiral Thrawn. Sie werden Veyland jetzt verlassen. Sie ziehen also ein Leben ohne jede Herausforderung vor. Hüten Sie Ihre Worte, Großadmiral Thrawn. Oder ich nehme die Herausforderung an und vernichte sie. Das wäre kaum eine Herausforderung für einen Mann mit Ihren Fähigkeiten und Ihrer Macht. Aber vermutlich herrschen Sie bereits über andere Jedi. Andere Jedi? Gewiss ist es nur gerecht, dass ein Jedi-Meister weniger mächtige Jedi in seinen Diensten hat. Jedi, die er ganz nach Belieben lehren und beherrschen und bestrafen kann. Es gibt keine anderen Jedi mehr. Der Imperator und Vader haben sie gejagt und ausgelöscht. Nicht alle. In den vergangenen fünf Jahren sind zwei neue Jedi entstanden. Luke Skywalker und seine Schwester Leia Organa Solo. Ich kann sie Ihnen ausliefern. Beide? Beide. Und es gibt noch einen ganz besonderen Nebennutzen. Denn Leia Organa Solo ist schwanger. Mit Zwillingen. Jedi-Zwillinge. Natürlich würde es ganz allein an Ihnen liegen, was aus Ihnen wird. Großadmiral Thrawn, für die Jedi werde ich Ihnen helfen. Bringen Sie mich zu Ihrem Schiff. Geduld, Meister Sabayoth. Zunächst müssen wir in den Berg des Imperators. Unsere Vereinbarung hängt davon ab, ob ich dort finde, was ich suche. Dann wollen wir beide hoffen, dass Sie es finden. Die Jedi-Zwillinge. Die Jedi-Zwillinge. Wir haben unsere Jedi-Zwillinge. Ich weiß nicht, ob Sie damals schon hoch genug im Rang waren, um darüber informiert gewesen zu sein. Ich habe Gerüchte gehört. Es ging damals darum, den Machtbereich der Alten Republik über die Galaxis hinaus auszudehnen, wenn ich mich recht erinnere. Der Start erfolgte kurz vor Ausbruch der Klonkriege. Mehr weiß ich nicht darüber. Weil es mehr auch nicht zu wissen gibt. Das Schiff wurde von einer Spezialeinheit des Imperiums zerstört. Komm, das ist das Gebiet der Alten Republik verlassen hatte. Woher wissen Sie das? Weil ich der Commander der Spezialeinheit war. Schon damals war dem Imperator klar, dass die Jedi ausgelöscht werden mussten. Sechs Jedi-Meister an Bord eines einzigen Schiffes. Das war eine Gelegenheit, die wir uns nicht entgehen lassen konnten. Aber wer... Wer der Mann ist, den wir an Bord genommen haben? Ich dachte, das wäre offensichtlich. Joruis Sabayoth. Achten Sie auf die vielsagende falsche Aussprache des Namens Joris. Ist ein Klon. Ein Klon? Natürlich. Aus einer Gewebeprobe gezüchtet, die dem echten Sabayoth wahrscheinlich kurz vor seinem Tod entnommen wurde. Mit anderen Worten, zu Beginn des Krieges? Ganz recht. Die ersten Klone, oder zumindest jene, mit denen es die Flotte zu tun bekommen hatte, waren mental und emotional extrem labil. Und Sie haben dieses Ding trotzdem an Bord meines Schiffes gebracht? Hätten Sie lieber einen vollentwickelten, dunklen Jedi gehabt? Vielleicht einen zweiten Darth Vader, ehrgeizig und mächtig genug, um die Kontrolle über Ihr Schiff zu übernehmen? Zumindest wäre ein dunkler Jedi berechenbar. Sabayoth ist berechenbar genug. Wenn Ihr Schwierigkeiten macht, haben wir die Isalamiri. Jawohl, Sir. Wir werden mit seiner Hilfe siegen, Käpt'n. Vergessen Sie Ihre Furcht und denken Sie an meine Worte. Also haben Ihre Schmugglerfreunde erneut jede Zusammenarbeit verweigert. Es ist keine Frage mangelnden Engagements, Admiral Ackbar. Die meisten Schmuggler sehen lediglich keinen Vorteil darin, ihre illegalen Aktivitäten aufzugeben und ins legale Frachtgeschäft einzusteigen. Vielleicht ist es eine Frage mangelnden Vertrauens. Was meinen Sie? Gut möglich, Rat Borsk-Failja. Einige der Banden, mit denen ich gesprochen habe, trauen uns nicht. Sie halten das Angebot für eine Falle. Ja. Wegen mir, natürlich. Müssen Sie immer wieder auf diesen Punkt zurückkommen, Rat Borsk-Failja? Ich versuche nur, mir über die Situation im Klaren zu werden, Admiral. Es nützt uns wenig, einen so wertvollen Mitarbeiter wie Captain Solo ständig auf diese Kontaktmissionen zu schicken, wenn Sie von vornherein zum Scheitern verurteilt sind. Sie sind nicht zum Scheitern verurteilt. Die Sorte Schmuggler, die wir brauchen, sind konservative Geschäftsleute. Sie überlegen zuerst, bevor Sie in ein neues Projekt einsteigen. Sie werden kommen. Und bis dahin verschwenden wir Zeit und Energie mit sinnlosen Aktionen. Hören Sie, man kann nicht... Die Schmuggler warten auf ein Ereignis, auf das auch der Rest der Galaxis wartet. Auf die formelle Wiederherstellung der Prinzipien und Gesetze der Alten Republik. Das ist unsere erste und vordringlichste Aufgabe, meine Herren Räte. Die neue Republik darf nicht nur ein Name bleiben. Captain Solo, wir danken Ihnen für Ihren Bericht und auch für Ihre Mühe. Und mit dem Bericht des Captains ist diese Sitzung beendet. Das war's. Verschwinden wir von hier, Lea? Je schneller, desto besser. Ich schätze, es ging bereits stürmisch zu, bevor ich hereingerufen wurde, oder? Felia und Akbar sind wieder einmal aneinandergeraten. Diesmal ging es um das Fiasko im Obroa-Sky-System. Um das verschollene Illumine-Geschwader. Felia musste natürlich wieder an Akbars Qualitäten als Oberbefehlshaber herummäkeln. Lea? Oh, Mon Mothma. Haben Sie einen Moment Zeit? Natürlich. Ich habe vergessen, Sie zu fragen, ob Luke Sie nach Bimisari begleiten wird. Ja, er ist einverstanden. Luke? Die Bims haben gestern offiziell darum gebeten, dass Luke an den Gesprächen teilnimmt. Ach ja? Und haben Sie irgendwelche Gründe dafür genannt? Die Bims sind ein wenig heldenorientiert. Und Lukes Rolle bei der Schlacht um Endo ist weithin bekannt. Ja, ich habe davon gehört. Hahn! Es geht nicht um Luke. Ich bin auch nicht neidisch. Aber wenn ein Jedi so wichtig ist, dann sollte Lea Zeit bekommen, um ihre Ausbildung fortzusetzen. Vielleicht. Aber Ihnen ist die Wichtigkeit dieser diplomatischen Mission doch klar. Die Handelsbeziehungen der Bims und ihre Kontakte zu anderen Welten wären für die neue Republik ein unschätzbarer Gewinn. Äh, natürlich. Es wird schon alles gut gehen, Hahn. Du, ich und Luke. Wie in alten Zeiten. Wie in alten Zeiten. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Und viel Glück. Da sind wir. Emissari. Die Spezialitäten Pelze und laufende Gewächse. Halt dich bloß zurück. Diplomatische Missionen bei unbekannten Fremdrassen können ziemlich heikel sein. Sieht mal raus. Da scheint unser Empfangskomitee zu kommen. Ich hole drei PO. Wir kommen sofort nach. Bist du fertig, Hahn? Klar. Noch hast du Zeit, deine Meinung zu ändern, Chewie. Oh, komm schon. Weißt du noch, wie es auf Yavin war? Damals hast du dich nicht beschwert. Es ist schon in Ordnung, Hahn. Wenn er mit R2 an Bord bleiben und an den Stabilisatoren arbeiten will, soll er es ruhig tun. Ich dachte nur, es wäre besser, etwas Verstärkung zu haben. Die Bims sind sehr freundliche Wesen. Es wird keine Schwierigkeiten geben. Das habe ich schon öfter gehört. Drei PO, übermittle Ihnen bitte unsere Grüße. Er entbietet der verehrten Besucherin, rät den Lea Organas Solo seine Grüße und hofft, dass ihre Gespräche mit den Ältesten des Rechts erfolgreich verlaufen werden. Außerdem bittet er Käpt'n Solo, seine Waffe auf dem Schiff zurückzulassen. Wie? Waffen sind in der Stadt verboten. Großartig. Das hättest du mir auch vorher sagen können. Ich habe es nicht gewusst. Hier, ich lege den Blaster in die Schleusenkammer. Zufrieden? Sage Ihnen, dass wir bereit sind. Wir sollen Ihnen folgen. Luke, dein Lichtschwert. Ich weiß. Vielleicht glauben Sie, dass es zur Ausrüstung eines Jelie gehört. Was hat er gesagt? Sie bitten zudem um Entschuldigung, dass die Gespräche nicht sofort beginnen können. Offenbar ist Ihr Chefunterhändler vor ein paar Minuten überraschend erkrankt. Oh. Drücke Ihnen bitte unser Mitgefühl aus und frage Sie, ob wir Ihnen irgendwie helfen können. Sie versichern, dass es nicht nötig ist. Offenbar handelt es sich mehr um eine Unpestlichkeit. Er bietet Ihnen an, eure Hoheit, die Wartezeit mit einer Führung durch die große Markthalle zu verkürzen. Irgendwelche Einwände? Er schlägt ferner vor, dass sich Master Luke und Käpt'n Solo in den oberen Räumen des Turms umsehen. Offenbar befinden sich dort Relikte aus der mittleren Periode der alten Republik, die Sie interessieren dürften. Vielleicht wollen uns Luke und Han zur Markthalle begleiten. Er sagt, dass Sie sich gewiss langweilen werden. Ich mag Märkte. Vielleicht wollen Sie uns nur trennen. Ich glaube nicht, dass Sie eine Gefahr für uns darstellen. Ich fühle in Ihnen keine Absicht auf ein Doppelspiel. Dann sind wir einverstanden. Han kommt mit mir, Luke besucht den Turm. Kommen Sie. Was für ein Betrieb hier. Die Markthalle steht schon seit über 200 Jahren. Im Lauf der Zeit entwickelte sie sich zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Deshalb hat man hier auch den Turm des Rechts errichtet. Siehst du jetzt, warum wir diese Welt für die neue Republik gewinnen wollen? Bitte? Ach nein, danke. Ich sagte nein, danke. Ich... 3PO, unser Gastgeber soll diesem Knilch sagen, dass wir an seinem Plunder nicht interessiert sind. Er scheint dich zu mögen. 3PO, hey Blechkopf, ich rede mit dir. Es tut mir schrecklich leid, Käpt'n Solo, aber unser Gastgeber scheint verschwunden zu sein. Wie? Wie konnte er verschwinden? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl, Han. Lass uns umkehren. Ja, komm 3PO, sonst verlieren wir... Was ist? Siehst du diese Wesen dort? Mit der grauen Haut und den vorstehenden Kiefern? Ja. Da kommen immer mehr von denen. Sie umkreisen uns. Und die sind nicht zum Scherzen aufgelegt. Diese Dinger in ihren Händen sind Stokely-Stöcke. Oh, eure Hoheit. Mit diesen Stöcken kann man einen Sprühnebel über eine Distanz von 200 Metern verschießen. Ja, mit genug Schockflüssigkeit, um einen ausgewachsenen Gundark zu betäuben. Sie kommen näher. Sie treiben uns zur Rampe. Offenbar wollen sie uns erledigen, ohne Aufsehen zu erregen. Wir sind verloren. Was sollen wir tun? Wir Zeit, den roten Teppich wieder einzurollen. Sag Luke Bescheid. Han? Was ist? Er kann uns nicht helfen. Warum nicht? Sie haben ihn auch erwischt. Was wollt ihr? Da lang. Ihr wollt, dass ich zurückgehe. Zum Torbogen dort? In Ordnung. Kein Problem. Aber wenn ihr mir sagen würdet, was ihr von mir wollt, könnten wir uns einigen. Ich möchte nicht, dass einer von euch verletzt wird. Los, da lang. Nehmt diese Stöcke runter und lasst uns reden. Ganz wie ihr wollt. Ich sagte. Was machst du? Der Auslöser ist von alleine. Er rennt weg. Schießt. Haftdranken. Lebende Haftdranken. Die Nacht. Da oben ist es schön der Falle. Keine Tür. Sackgasse. Halt. Stehenbleiben. Das ist meine letzte Beahnung. Ich habe keine Wahl. Leia. Er ist frei, Han. Er ist unterwegs. Zu spät. Sie kommen. Soll ich versuchen, Ihnen die Waffen abzunehmen? Alle elf schaffst du nie. Aber was... Leia, die Juwelen dort. Schnapp dir welche. Was? Nun mach schon. Schnapp dir ein Kästchen und wirf es mir zu. Oh. Tut mir leid. Aber Sir, jetzt sehen Sie aus wie ein Dieb. Was du nicht sagst. Han, Vorsicht. Die Binds greifen uns an. Duck dich, Leia. Nicht alle auf einmal. Runter von mir. Chewie, Chewie. Hörst du mich? Wir brauchen hier Hilfe. Schnell. Luke. Wo ist er? Ich sehe ihn. Er ist am obersten Stockwerk des Turms. Dann soll er runterkommen. Schnell, oder Leia? Han, die kommen immer noch auf uns zu. Stuck die Stöcke. Okay. Daumenauslöser. Druck. Brennen weiter. Mal sehen, wie stark diese Haftranken sind. Das müsste halten. Da. Da kommt Luke. Woran hängt er denn da? Zu Seite. Luke. Zurückhauen. Sehr witzig. Wie denn? Vorsicht, Luke. Wir müssen hier weg. Leia. Hinter mich. Hinter mich. Das ist Chewie. Chewie. Hierher. Die Bimps fliehen. Na endlich. Los, 3PO zur Rampe. Wartet. Wartet. Du willst noch einmal landen? Wir müssen, Luke. Dies ist eine diplomatische Mission und keine Vergnügungsreise. Es ist nicht gerade höflich, ihre größte Markthalle zusammenzuschießen und dann zu verschwinden. Die Bims können sich glücklich schätzen, dass keiner von ihnen getötet wurde. Immerhin war es zum Teil ihre Schuld. Du kannst nicht eine ganze Gesellschaft für die Fehler Einzelner verantwortlich machen. Offenbar ist der Bim, der uns in die Markthalle geführt hat, bestochen worden. Aber er wusste nicht, was passieren würde. Was hält Hahn von deinem Plan? Dies ist meine Mission, nicht seine. Das stimmt. Deine Mission, aber mein Schiff. Sag, dass du es nicht getan hast. Natürlich habe ich es getan. Wir haben vor knapp zwei Minuten den Sprung durch die Lichtmauer gemacht. Nächster Halt ist Coruscant. Hahn, hast du irgendeine Vorstellung davon, wie viel Arbeit wir in diese Mission gesteckt haben? Zufälligerweise ja. Ich weiß außerdem sehr genau, was passieren könnte, wenn unsere Freunde mit den Stokely-Stöcken ein paar Kumpel mitbringen. Da wir gerade davon reden, hat einer von euch zufälligerweise die Bims gefragt, wer oder was sie waren? Die Bims wussten es nicht. Ich habe solche Kreaturen noch nie gesehen. Wenn wir wieder auf Coruscant sind, können wir die imperialen Archive überprüfen. Irgendwo muss es Unterlagen über sie geben. Vorausgesetzt, das Imperium hat sie nicht in den unbekannten Regionen gefunden. Ihr glaubt, das Imperium steckt dahinter? Wer sonst? Die einzige Frage ist, warum? Auf jeden Fall war es ein Fehlschlag. Ich muss wieder ins Cockpit den Kurs überprüfen. Wir sind schon genug Risiken eingegangen. Apropos, ist es nicht an der Zeit, dass Leia ihr eigenes Lichtschwert bekommt? Sie bekommt es, sobald sie bereit ist. Der Gedanke hat mir noch nie gefallen. Aber ich schätze, ich sollte es versuchen. Deine Fähigkeiten liegen vielleicht in einer anderen Richtung, aber du solltest die Grundausbildung dennoch abschließen. Soweit ich weiß, hat fast jeder Jedi der alten Republik ein Lichtschwert getragen. Selbst jene, die Heiler oder Lehrer waren. In Ordnung. Wenn wir zurück sind, sage ich Mon Mothma, dass sie mir einen Teil meiner Arbeit abnehmen muss. Die Ferien sind wohl vorbei, Lehrer. Das glaube ich auch. Hey, komm schon. Ich bin keine so schlechte Schülerin. Außerdem ist es eine gute Übung für dich. Schließlich musst du eines Tages auch die Zwillinge ausbilden. Ich dachte, ich könnte ihm eben so gut unterweisen wie Yoda. Das war ein Wirt. Luke? Was? Es ist nicht sicher. Du hast natürlich recht. Demnach sind alle bis auf den Koordinator tot? Jawohl, Sir. Wir wissen immer noch nicht, was genau schiefgegangen ist. Sorgen Sie dafür, dass die Zentrale den Koordinator einer gründlichen Befragung unterzieht. Welche Berichte liegen von Vailant vor? Das war es also. Ihre Nogri haben versagt. Sie haben mir Jedi versprochen, Großadmiral Thrawn. Und ich werde sie Ihnen liefern. Welche Berichte liegen von Vailant vor? Das Techno-Team hat seine Analyse abgeschlossen, Sir. Nach dem Bericht scheinen die Tarnfeld-Pläne vollständig zu sein. Aber der Bau eines Prototypen wird einige Zeit erfordern. Außerdem sind die Kosten außerordentlich hoch. Zumindest für ein Schiff von der Größe der Chimäre. Glücklicherweise brauchen wir kein derart großes Schiff. Hier, auf dieser Datenkarte finden Sie alles, was wir für den Angriff auf Sluis Wahn brauchen werden. Die Werften? Das ist also das große Ziel. Ja. Oh, und wir brauchen einige hochentwickelte Bergwerksmaschinen. Minenmaulwürfe werden Sie, glaube ich, inoffiziell genannt. Der Nachrichtendienst soll sich darum kümmern. Wir brauchen mindestens 40 Stück. Jawohl, Sir. Noch etwas, Sir. Die Techniker berichten außerdem, dass fast 80% der Spar-AT-Zylinder, die wir benötigen, funktionsfähig oder ohne großen Aufwand zu reparieren sind. Spar-AT-Zylinder? Es sind jene unbedeutenden technischen Geräte, die ich im Berg zu finden gehofft hatte. Hervorragend, Captain. Sorgen Sie dafür, dass das Techno-Team die Zylinder voll funktionsfähig macht. Jawohl, Sir. Und was ist mit Skywalker und seiner Schwester? Darum soll sich Team 4 kümmern. Und wenn Team 4 Sie ebenfalls enttäuscht und Sie wissen, dass dies geschehen wird, werden Sie dann zugeben, dass Ihre professionellen Mordmaschinen einem Jedi einfach nicht gewachsen sind? Die Nogri sind noch nie auf einen Gegner gestoßen, mit dem Sie nicht fertig geworden sind, Meister Sabayov. Früher oder später wird eine Gruppe Erfolg haben. Admiral, unsere Gegner werden nach diesem Anschlag auf der Hut sein. Er hat recht. Sie können einen Jedi nicht zweimal mit demselben Trick täuschen. Was schlagen Sie als Alternative vor? Dass wir uns auf seine Schwester konzentrieren und ihn in Ruhe lassen? Dass Sie sich auf seine Schwester konzentrieren, ja. Um den jungen Jedi werde ich mich selbst kümmern. Und wie wollen Sie das anstellen? Er ist ein Jedi. Ich bin ein Jedi. Wenn ich ihn rufe, wird er kommen. Ich brauche Sie bei meiner Flotte. Die Vorbereitungen für den Angriff auf die Sluis-Wahn-Raumwerften der Rebellion haben bereits begonnen. Einige Maßnahmen verlangen die Koordination durch einen Jedi-Meister. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Ihnen nur dann helfen werde, wenn Sie Ihr Versprechen erfüllen und mir meine Jedi liefern. Ich will Sie haben, Großadmiral Thrawn. Warum können wir nicht beides tun? Erklären Sie das, Käpt'n. Ähm, wir könnten durchsickern lassen, wo Sie sich aufhalten, Meister Sabayoth. Irgendein dünn besiedelter Planet, wo Sie die letzten Jahre unbemerkt verbracht haben. Derartige Gerüchte würden zweifellos Ihren Weg zur neuen Re... ähm, zur Rebellion finden. Vor allem, wenn der Name Sabayoth fällt. Weiter. Während wir einen passenden Planeten suchen und die Gerüchte ausstreuen, könnten Sie hierbleiben und bei den Vorbereitungen für den Angriff auf Sluis-Wahn helfen. Hm. Der Plan klingt gut. Ich werde mich jetzt in mein Quartier begeben, Großadmiral Thrawn, und eine Welt für meinen großen Auftritt auswählen. Glückwunsch, Käpt'n. Ihr Vorschlag scheint Meister Sabayoth gefallen zu haben. Ich, äh, verzeihen Sie, Admiral, wenn ich etwas Falsches gesagt habe. Sie haben zu lange unter Lord Vader gedehnt, Käpt'n. Ich habe keine Probleme damit, einen nützlichen Vorschlag zu akzeptieren, nur weil er nicht von mir ist. Meine Stellung und mein Ego werden davon nicht bedroht. Jawohl, Sir. Und nun überwachen Sie weiter die Vorbereitungen. Die nächste Angriffswelle ist wichtig für das Gelingen der Sluis-Wahn-Operation. Überwachen Sie sie sorgfältig, Käpt'n. Der Berg Tantes und Sluis-Wahn sind die ersten Schritte auf unserem Weg zum Sieg über die Rebellion. Ob nun mit oder ohne unseren Jedi-Meister. Captain Solo, Sie haben allein und ohne Konsultation mit irgendeiner offiziellen Stelle die Entscheidung getroffen, die Bemisari-Mission abzubrechen? Ich habe die Gründe dafür erläutert. Die verständlich und nachvollziehbar waren. Käpt'n Solo hat pflichtgemäß gehandelt. Er musste die ihm anvertraute Botschafterin schützen und sicher zurückkehren, um uns zu alarmieren. Alarmieren? Verzeihen Sie, Admiral. Aber ich weiß wirklich nicht, mit was für einer Art Bedrohung wir es da zu tun haben sollen. Ganz gleich, wer diese grauhäutigen Wesen waren, sie waren nicht wichtig genug, um vom alten Senat in den Annalen erwähnt zu werden. Ich bezweifle, dass eine derart unbedeutende Rasse in der Lage ist, eine Offensive gegen uns zu starten. Wir wissen nicht, warum es keine Unterlagen über sie gibt. Möglicherweise hat man sie übersehen oder die Aufzeichnungen sind verloren gegangen. Oder bewusst vernichtet worden. Wie dem auch sei, ich sehe keinen Grund für eine militärische Operation. Unsere ruhmreichen Streitkräfte zu einer diplomatischen Entourage zu degradieren, ist eine Beleidigung für ihren Mut und ihren Kampfgeist. Lassen Sie die Volksreden, Rat. Von unseren ruhmreichen Streitkräften ist niemand hier, den Sie beeindrucken könnten. Sollten wir nicht wieder zum eigentlichen Thema zurückkehren? Die Fremden haben, aus welchen Gründen auch immer, bereits auf uns gewartet, als wir Bemisari erreichten. Wir müssen derartige Missionen offenbar besser schützen. Auf beiden Seiten. Ihre Angreifer haben schließlich einen BIM-Politiker beeinflusst. Aber das wird zeitraubend und teuer. Das lässt sich nicht ändern. Wenn wir unsere Gesandten nicht schützen, wird die neue Republik stagnieren und zerfallen. Sie, Admiral Ackbar, werden dafür sorgen, dass die Rätin Organa Solo eine Eskorte erhält, wenn sie morgen nach Bemisari zurückkehrt. Morgen? Ja, morgen. Die BIMs warten auf uns, Käpt'n. Ich weiß, aber... Hahn will damit sagen, dass ich dieses Gremium um eine vorübergehende Befreiung von meinen diplomatischen Pflichten bitten wollte. Ich fürchte, das ist unmöglich. Es gibt zu viel zu tun. Hören Sie, wir sprechen ja nicht über einen Urlaub. Lea braucht mehr Zeit, um sich auf ihre Jedi-Ausbildung zu konzentrieren. Es tut mir leid. Ich weiß am besten, wie dringend wir eine neue Jedi brauchen. Aber im Moment gibt es einfach zu viele dringendere Dinge zu erledigen. In einem Jahr, vielleicht schon früher, werden wir genug ausgebildete Diplomaten haben, sodass sie sich ihren Studien widmen können. Aber im Moment, so fürchte ich, brauchen wir sie hier. Ich verstehe, Mon Mothma. Alle Einheiten sind bereit, Admiral. Ausgezeichnet. Lichtsprung einleiten. Käpt'n, ist mein Flaggschiff bereit? Alle Verteidigungssysteme sind aktiviert. Die Teichjäger in ihren Hangars sind bemannt und startklar. Die Schimäre ist gefechtsbereit, Admiral. Ausgezeichnet. Master Sabayoff, sind meine beiden anderen Verbände bereit? Sie sind bereit. Sie erwarten meine Befehle. Käpt'n, beginnen Sie mit dem Countdown. Jawohl, Sir. Es beginnt. Jetzt. Ende des ersten Teils. Star Wars. Erben des Imperiums. Zweiter Teil. Wettfash erreicht. Der Doppelplanet liegt in Reichweite der Geschütze, Käpt'n. Startfreigabe für alle Jäger. Irgendeine Reaktion? Abfangiger starten vom dritten Mond. Noch keine größeren Einheiten in Sicht. Lokalisieren Sie diese Jägerbasis. Die Gnadenlos soll sie ansteuern und zerstören. Jawohl, Sir. Kurs auf den Entfernteren der Zwillingsplaneten. Abschirmung durch die Teiljäger. Die Judikator übernimmt den anderen Planeten. Irgendwelche Anweisungen, Admiral? Wir gehen weiter nach Plan vor, Käpt'n. Unsere Daten scheinen richtig gewesen zu sein. Übernehmen Sie die Auswahl der Ziele. Weisen Sie Ihre Kanoniere noch einmal an, dass wir nur hier sind, um den Feind einzuschüchtern und nicht um ihn auszulöschen. Jawohl, Admiral. Meister Sabayoff, was ist mit den Angriffen auf die beiden anderen Systeme? Sie machen Fortschritte. Ist mit Ihnen alles in Ordnung, Meister Sabayoff? Sie sehen erschöpft aus. Ihre Besorgnis ist überflüssig. Er macht das, was ihm am besten gefällt. Menschen kontrollieren. Ich habe Ihnen schon einmal erklärt, Großadmirathrong, dass das nicht die wahre Macht ist. Können Sie mir sagen, auf welche Art von Widerstand Sie stoßen? Nicht genau. Aber keiner der Flottenverbände ist in Gefahr. So viel kann ich Ihren Gedanken entnehmen. Gut. Dann weisen Sie die Nemesis an, abzudrehen und am Rendezvous-Punkt auf uns zu warten. Sir? Kümmern Sie sich um Ihre Aufgaben, Käpt'n. Jawohl, Admiral. Planetare Ziele anvisiert. Feuer! Sir, Sie eröffnen das Feuer auf uns! Aus hier! Bringt euch in Sicherheit! Lauf! Lauf! Feuer! Feuer! Kommunikationsstation getroffen. Planetare Industriezentren getroffen. Tai-Jäger treffen auf Abfangjäger. Die Sturmfalke soll den Angriff auf die orbitale Verteidigungsplattform starten. Jawohl, Sir. Orbitale Verteidigungsplattform zerstört. Verluste? Drei Tai-Jäger. Leichte Beschädigungen bei der Totenkopf- und der Judikator. Feindverluste? Acht Kreuzer und 18 Jäger. Ausgezeichnet! Wir haben den Standort Ihres Notrufsenders ermittelt, Admiral. Geschwader 4 soll ihn zerstören. Abgelehnt! Bevor Ihre Verstärkung eintrifft, sind wir längst wieder fort. Die Rebellion soll Ihre Ressourcen ruhig für sinnlose Rettungsaktionen verschwinden. Ich glaube sogar, dass es an der Zeit ist, das System zu verlassen. Die Jäger sollen zu ihren Schiffen zurückkehren. Sobald die Jäger in den Hangars sind, alle Schiffe auf Lichtgeschwindigkeit. Jawohl, Sir. Rückzug! Wir ziehen uns zurück! Die beiden anderen Flottenverbände sollen ihre Angriffe ebenfalls einstellen, Meister Sabayoth. Ich nehme an, Sie sind in der Lage, Ihnen diesen Befehl zu übermitteln, oder? Sie fragen mich zu viel, Großadmiral Thrawn. Viel zu viel. Ich frage nur das, was ich nicht weiß. Sie sollen zum Rendezvous-Punkt zurückkehren. Sagen Sie ihnen das. Wie Sie befehlen. Sir, mir ist klar, dass dies auch ein Test von Sabayoth-Fähigkeiten ist, aber... Er muss lernen, wer hier den Befehl hat. Jawohl, Sir. Gut. Hat man inzwischen weitere dieser Minenmaulwürfe aufgespürt, die ich angefordert habe? Nein, Sir. Zumindest nicht in ausreichender Menge. Ich halte immer noch das Artega-System für das lohnendste Ziel. Artega? Ja. Vorausgesetzt, wir finden eine Möglichkeit, uns vor der extremen Sonnenstrahlung zu schützen. Das ist ein minimales Problem. Falls der Sprung mit der entsprechenden Präzision erfolgt, wird die Judikator dem direkten Sonnenlicht nur für einige Minuten ausgesetzt sein. Wir brauchen nur ein paar Tage, um die Sichtluken abzuschirmen und die externen Sensor- und Kommunikationssysteme abzumontieren. Großadmiral Thrawn. Ja, Meister Sabayoff. Wo sind meine Jedi? Sie haben mir versprochen, dass Ihre zahmen Nogri mir meine Jedi bringen. Geduld, Meister Sabayoff. Die Vorbereitungen kosteten Zeit, sind aber inzwischen abgeschlossen. Sie warten jetzt nur noch auf den günstigsten Moment zum Zuschlagen. Dieser Moment sollte bald kommen. Ich bin des Wartens überdrüssig. Das sind wir alle. Die scheinen den Angriff auf Bipfesh zu beenden. Sehen Sie nur. Sie verlassen das System. Wie? Jetzt schon? Einer der Sternzerstörer hat soeben den Sprung in die Lichtgeschwindigkeit gemacht. Die anderen ziehen sich zurück und treffen die Sprungvorbereitungen. Interessant. Ein Blitzangriff. Und das mit Sternzerstörern. So etwas sieht man nicht alle Tage. Ich habe gehört, dass es so etwas schon vor ein paar Monaten im Jorki-System gegeben hat. Allerdings war an diesem Blitzangriff nur ein Sternzerstörer beteiligt. Ich gehe jede Wette ein, dass Großadmiral Thrawn hinter dieser neuen imperialen Strategie steckt. Trotzdem ist es merkwürdig. Im Vergleich zu den Vorteilen, die sie ihm bringt, ist das Risiko extrem groß. Ich möchte nur wissen, was er sich wirklich davon verspricht. Es ist mit Sicherheit etwas hochkompliziertes. Thrawn war nie ein Freund einfacher Lösungen. Selbst damals, als das Imperium noch Stil und Raffinesse zeigte, war er allen anderen überlegen. Sie scheinen einiges über den Großadmiral zu wissen. Ich weiß eine Menge über viele Dinge. Deshalb haben sie mich schließlich zu ihrer Stellvertreterin gemacht. Nicht wahr? Touché. Da verschwindet das nächste Schiff. Sollen wir beschleunigen? Es dauert nicht mehr lange, dann sind alle fort. Oh, die Verspätung spielt keine Rolle. Ich dachte, wenn wir schon in der Nähe sind, wäre es interessant, die Schlacht zu verfolgen. Wie meinen Sie das? Die Verspätung spielt keine Rolle. Wir werden erwartet. Unglücklicherweise wartet man in diesem System auch auf eine Entlastungsflotte der neuen Republik. Das ist nicht gerade die ideale Situation, wenn man eine Ladung Schmuggelware an Bord hat. Warum sollte die Republik eine Flotte schicken? Sie wird ohnehin zu spät kommen. Schon, aber darum geht es nicht. Es geht darum, durch eine Machtdemonstration bei den Planetenbewohnern den Eindruck zu erwecken, dass sich so etwas niemals wiederholen wird. Außerdem wird man Ihnen bei den Aufräumungsarbeiten helfen wollen. Richtig, Lacton. Es wäre ein Fehler, den Planeten jetzt anzufliegen. Wir schicken Ihnen von unserer nächsten Station eine Nachricht, dass wir in einer Woche einen neuen Versuch machen werden. Mir gefällt das nicht. Wir haben es Ihnen versprochen. Ich bin sicher, dass Sie eine verspätete Lieferung dem Verlust der ganzen Ladung vorziehen. Wie Sie meinen. Ich möchte zu gern wissen, ob Skywalker die Flotte der neuen Republik begleiten wird. Bitte? Was? Ach, es ist nichts. Ich habe nur laut gedacht. Sind Sie bereit? Ja. Ach, Mist. Du hast die Macht noch nicht unter Kontrolle. Ich kontrolliere sie so gut ich kann. Ich beherrsche einfach noch nicht die richtige Technik. Aber vielleicht bin ich auch für diese Art Kampf nicht geschaffen. Du kannst es lernen. Ich habe es gelernt. Und ich hatte nicht, wie du den Vorteil, bereits in Selbstverteidigungstechnikin ausgebildet zu sein. Vielleicht ist das das Problem. Vielleicht sind mir diese alten Kampfreflexe im Weg. Das ist möglich. In diesem Fall solltest du sie so schnell wie möglich wieder verlernen. Gut. Bist du bereit? Das ist Han. Herein. Hi. Wie kommt ihr mit dem Training voran? Frag bloß nicht. Was ist los? Ach, die Imperialen. Sie haben soeben Blitzangriffe auf drei Systeme im Sluis-Sektor durchgeführt. Auf einem Planeten namens Pupfash. Und zwei Welten, deren Namen völlig unaussprechlich sind. Drei auf einmal? Seltsam. Sie haben irgendetwas vor, Han. Ich fühle es. Etwas Großes, etwas Gefährliches. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was es ist. Tja, Akbar ist der gleichen Meinung. Leider hat er keine Beweise dafür. Das Imperium belästigt uns schon seit anderthalb Jahren mit dieser Nadelstichtaktik. Nur der Stil hat sich geändert. Wie groß sind die Schäden? Nicht so schlimm, wie man befürchten könnte. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie jedes Ziel mit vier Sternzerstörern angegriffen haben. Aber alle drei Systeme sind ziemlich geschockt. Das kann ich mir vorstellen. Lass mich raten. Mon Mothma will, dass ich hinfliege und ihnen versichere, dass die neue Republik willens und in der Lage ist, für ihren Schutz zu sorgen. Wie hast du das nur erraten? Chewie macht bereits den Falkenstart klar. Ihr werdet doch nicht allein fliegen, oder? Oh, keine Sorge. Wir sind diesmal auf alles vorbereitet. Ein aus 20 Schiffen bestehender Konvoi und Vetsch-Sondergeschwader begleiten uns. Wir sind sicher. Das haben wir auch bei unserem Flug nach Bemisari gesagt. Ich komme besser mit. Nun, um offen zu sein, das ist nicht möglich. Warum? Weil die Bipfeschi keine Jedi mögen. Einige ihrer Jedis sind während der Klonkriege durchgedreht und haben eine Menge Unheil angerichtet, bevor sie ausgeschaltet werden konnten. Zumindest hat Mon Mothma das erzählt. Es stimmt. Das Fiasko war auch nicht auf Bipfesh beschränkt. Einige dieser dunklen Jedi sind entkommen und haben im ganzen Sluis-Sektor gewütet. Einer ist sogar bis nach Dagobah gelangt, ehe er gefangen wurde. Dagobah? Wann war das? Vor 30 oder 35 Jahren. Warum? Nur so. Hört mal, das können wir ja alles später besprechen. Je früher wir aufbrechen, desto schneller haben wir es hinter uns. Stimmt. Ich muss meine Reisetasche holen und Winter einige Anweisungen geben. Wir treffen uns auf dem Schiff. Mir gefällt das nicht. Mach dir keine Sorgen. Hier wird schon nichts passieren. Ich weiß, wie besorgt du in der letzten Zeit um sie bist, aber es wird Zeit, dass sie aus dem Schatten ihres Bruders tritt. Wenn du ihr helfen willst, dann mach weiter mit dem, was du angefangen hast. Mach aus ihr eine Jedi. Und sie wird allein mit den Imperialen fertig werden. Hoffentlich. Wir sehen uns nach unserer Rückkehr. Sei vorsichtig. Hey, ich mach das schon. Dagobah. Die Höhle hat dein Versagen bei der Höhle. Hier ist Luke Skywalker. Ich möchte, dass mein X-Flügler in einer Stunde startklar ist. Von dem Kraftwerk sind nur noch Trümmer übrig. Der ganze Krater ist voll davon. Wie viele Tote hat der Angriff gefordert, Wedge? In diesem System ein paar hundert. Eigentlich ein Wunder. Das ist wirklich ein Wunder. Vor allem, wenn man bedenkt, dass vier Sternzerstörer von dort oben Tod und Vernichtung haben regnen lassen. In Anbetracht dessen sind die Schäden nicht so groß, wie man es eigentlich erwarten sollte. Ich frage mich, warum? Das fragen sich alle. Das ist die zweithäufigste Frage, die in diesen Tagen gestellt wird. Und die häufigste? Lassen Sie mich raten. Warum hat man Wipfesh überhaupt als Ziel ausgesucht? Genau so ist es. Schließlich gibt es eine ganze Reihe besserer Ziele. Die Werften von Sluiswan beispielsweise sind nur etwa 30 Lichtjahre entfernt. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt befinden sich dort hundert Schiffe. Von den Werftkapazitäten ganz zu schweigen. Und in einem Umkreis von hundert Lichtjahren liegen vier oder fünf wichtige Handelsknotenpunkte. Ein Sternzerstörer kann sie binnen eines Tages erreichen. Warum also Wipfesh? Sluiswan ist sehr gut geschützt. Und angesichts unserer Sternzerstörer und der permanenten Kampfstation der Sluisis wird es sich jeder imperiale Führer mit etwas Verstand zweimal überlegen, ob er einen Angriff riskieren soll. Und diese anderen Systeme liegen alle tiefer im Machtbereich der Neuen Republik als Wipfesh. Vielleicht wollten sie ihr Glück nicht zu sehr strapazieren. Obwohl sie ihr neues Kommunikationssystem unter Kampfbedingungen getestet haben? Wir wissen nicht, ob sie wirklich ein neues System haben. Es hat schon früher koordinierte Sturmangriffe gegeben. Nein, sie haben etwas Neues. Irgendeine Art Verstärker, mit dem sie Hyperfunksignale durch Deflektorschilde und Schlachttrümmer übertragen können. Ich glaube nicht, dass es sich um einen Verstärker handelt. In keinem der drei Systeme wurden irgendwelche Signale aufgefangen. Bist du okay? Ich musste nur daran denken, wie Darth Vader uns auf Bespin gefoltert hat. Luke wusste sofort, obwohl er weit von uns entfernt war. Und es gab Gerüchte, dass auch der Imperator und Vader über diese Fähigkeit verfügten. Ja, aber sie sind beide tot. Luke hat es bestätigt. Aber was ist, wenn die Imperialen einen anderen dunklen Jedi gefunden haben? Sie sprechen über Sabayoth? Über wen? Joris Sabayoth. Ich dachte, sie hätten sich über Jedi unterhalten. Das stimmt. Wer ist Joris Sabayoth? Er war in der präimperialen Zeit einer der größten Jedi-Meister. Angeblich ist er vor Beginn der Klonkriege verschwunden. Vor ein paar Tagen habe ich gerüchteweise gehört, dass er wieder aufgetaucht ist und auf einer abgelegenen Welt namens Shomak sein Unwesen treibt. Und während der Rebellion hat er einfach da gesessen und Däumchen gedreht, was? Ich sage nur, was ich gehört habe, General. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Wir können Luke fragen. Vielleicht weiß er etwas. Sind wir hier fertig? Sicher. Die Gleiter warten dort drüben. Han, Wedge, duck auf! Hinterkopf! Lea, hierher! Hinter der Metallplatte! Ich fürchte, wir stecken in Schwierigkeiten. Das fürchte ich auch. Sie stören unseren Funkverkehr. Sie haben dazugelernt. Klingt so, als wären sie diesen Burschen schon mal über den Weg gelaufen. Ja, wir kennen sie. Die waren schon auf Mimisari hinter uns her. Ja, obwohl wir immer noch nicht wissen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Han! Ich höre es. Chewie! Was? Das Heulen stammt vom Falken. Und da kommt er schon. Er landet zwischen uns und den Wesen. Hervorragend. Okay. Ich gehe zuerst und gebe euch von der Rampe aus Deckung. Lea, du kommst als Nächste. Wedge, sie bilden das Schlusslicht. Beeilt euch. Vielleicht versuchen sie es von der Seite. Verstanden. Warte. Irgendetwas stimmt nicht. Richtig. Man schießt auf uns. Ich meine es ernst. Irgendetwas stimmt nicht. Und zwar? Es ist Chewie. Ich kann ihn nicht auf dem Schiff spüren. Wahrscheinlich ist er nur zu weit entfernt. Die Blasterkanone an der Unterseite. Warum setzt er sie nicht ein? Moment mal. Das ist nicht der Falke. Was? Es ist eine Falle. Ich kann es einfach nicht fassen. Diese Burschen haben tatsächlich irgendwo einen anderen flugfähigen YT-1300-Frachter aufgetrieben. Junge. Die müssen wirklich mit vollem Einsatz hinter ihnen her sein. Ja. Und sobald sie erkennen, dass wir ihnen nicht in die Falle gehen, wird die Sache wahrscheinlich noch schlimmer. Gibt es denn keine Möglichkeit, dieses Schiff auszuschalten? Es gibt viele Möglichkeiten. Die Außenpanzerung ist nicht sehr dick, aber mit unseren Handblastern können wir sie nicht durchdringen. Was ist mit meinem Lichtschwert? Äh. In Ordnung, aber ich übernehme das. Nein. Wir alle gehen. Wir wissen, dass sie zumindest einen von uns lebend haben wollen, sonst hätten sie uns längst ausgeräuchert. Wenn wir alle zusammen gehen, werden sie nicht wagen, auf uns zu schießen. Wir nähern uns direkt dem Schiff, als wollten wir an Bord gehen, teilen uns im letzten Moment und ducken uns hinter die Rampe. Wedge und ich können sie mit den Blastern in Schach halten, während du das Schiff mit dem Lichtschwert flugunfähig machst. Ich schätze, sie hat recht, aber wir sollten uns beeilen. Okay. Gib mir das Lichtschwert. Und jetzt, los! Achtung! Und jetzt zur Seite! Hinter die Rampe, Wedge! Achtung! Die fallen aus der Luke! Ich hab's gleich! Ich... Halt! Nichts passiert! Zur Seite! Los! Weiter! Auf den Boden! Das... Das ganze Schiff hat einen Satz gemacht. Die Gassäule, Han! Was hast du gemacht? Die Kühlungsrohre zum Hauptantrieb gekappt. Und schon schießt das Hochdruckgas hinaus. Ich dachte, Kühlgase wären giftig. Das sind sie auch. Aber sie sind leichter als Luft. Wie du siehst, schießt die Gassäule in den Himmel, sodass wir hier unten keine Probleme bekommen. Im Schiff sieht die Sache ganz anders aus. Hoffe ich. Sie haben aufgehört zu schießen. Du hast recht. Und zwar nicht nur die im Schiff. Ich möchte zu gern wissen, was sie vorhaben. Was war das? Das, meine Süße, war eine Rettungskapsel. Wahrscheinlich für den Einsatz in der Atmosphäre modifiziert. Ich habe gar nicht gewusst, wie laut diese Dinger sind. Normalerweise werden sie auch im Vakuum abgeschossen. Komm, ich helfe dir auf. Und was jetzt? Jetzt warten wir auf unsere Eskorte und verschwinden. Unsere Eskorte? Welche... Das sind unsere. Sie haben bestimmt die Kühlgassäule gesehen. Du hast es absichtlich gemacht, stimmt's? Tja, warum sollte ich ein Schiff nur manövrierunfähig machen, wenn ich gleichzeitig auch ein Notsignal senden kann? Weißt du, manchmal übertreffe ich mich immer noch selbst. Halt dich fest, R2. Wir setzen zur Landung an. Arbeiten die Scanner alle einwandfrei? Gut. Ich weiß nicht, warum die Sensoren bei unserem ersten Besuch auf Dagobah versagt haben. Vielleicht hatte Yoda die Instrumente blockiert, um nicht zu dem gewünschten Landeplatz zu manövrieren. Gut, R2. Ich behalte die Instrumente im Auge. R2, suche mir einen sicheren Landeplatz, ja? Danke. Ich gehe jetzt zum Landeanflug über. Siehst du, wir hatten keinerlei Probleme. Dieser Ort ruft viele Erinnerungen wach, was? Dieser Geruch, der Sumpf, das Training, die... die Höhle. Nein, ich glaube nicht, dass wir in Gefahr sind. Ich verstehe nur nicht, warum wir ausgerechnet hier gelandet sind. Keine 50 Meter entfernt von diesem Baum. Ja, R2, ich werde mich zuerst in Jodas Haus umsehen. Es ist nicht sehr weit. Ja, von mir aus kannst du mitkommen. Vielleicht hat Yoda etwas hinterlassen, das uns nützlich sein könnte. Das Haus müsste in dieser Richtung liegen. Gehen wir. Ich kann Ihnen versichern, Captain Solo, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um diese Sache aufzuklären. Das haben Sie vor vier Tagen auch gesagt. Kommen Sie, so viele Leute können doch von unserer Reise nach Bipfesh nicht gewusst haben. Es wird Sie vielleicht überraschen, aber alle Ratsmitglieder, Ihre Mitarbeiter, die Wartungsmannschaften im Hafen und das Sicherheits- und Verwaltungspersonal zusammengerechnet, kommen wir auf rund 200 Leute, die über Ihre Mission informiert waren. Sie alle zu überprüfen, kostet Zeit. Großartig. Und was sollen wir in der Zwischenzeit tun? Sie haben Ihre Eskorte. Die hatten wir vor vier Tagen auch. Es hat uns nicht viel genutzt. Unter den gegebenen Umständen wäre es wahrscheinlich das Beste, wenn Sie die Rätin Organa Solo hierher zurückbringen würden, wo sie geschützt werden kann. Liebend gerne. Die Frage ist nur, ob sie auf Coruscant wirklich sicherer ist als hier. Mir gefällt Ihr Tonfall nicht, Captain. Mir gefällt er auch nicht, Admiral. Seien wir realistisch. Wenn die Imperialen Informationen aus dem Palast bekommen, dann doch nur, weil Sie dort ihre Agenten sitzen haben. Ich halte das für äußerst unwahrscheinlich. Die Sicherheitsvorkehrungen, die ich auf Coruscant getroffen habe, werden jeden Anschlag der Imperialen im Ansatz unterbinden. Davon bin ich überzeugt, Admiral. Ich meinte nur... Wir werden Sie benachrichtigen, sobald weitere Informationen vorliegen, Captain. Bis dahin tun Sie das, was Sie für nötig halten. Coruscant, Ende. In Ordnung. Bipfesh, Ende. Hahn, war das Akbar? Es war kein besonders angenehmes Gespräch. Ich habe es geschafft, ihm auf die Zehen zu treten und er schaltete beleidigt ab. Typisch Akbar. Du kannst fantastisch mit Leuten umgehen. Diesmal war es nicht meine Schuld. Ich habe lediglich angedeutet, dass ein Sicherheitsdienst möglicherweise nicht in der Lage ist, diese Burschen vom Imperialen Palast fernzuhalten. Er hat überreagiert. Ich weiß. Akbar ist zwar ein militärisches Genie, aber er hat nicht das Zeug zu einem guten Politiker. Und dann auch Fahlias ständige Einmischungsversuche. Er wird immer empfindlicher, wenn es um seine Kompetenzen geht. Nun ja, wenn er Fahlias Einfluss auf das Militär begrenzen will, dann lädt er den Blaster von der falschen Seite. Die Hälfte des Offizierskurses ist sowieso schon davon überzeugt, dass Fahlias der bessere Mann ist. Unglücklicherweise stellt er es oft genug unter Beweis. Charisma und Ehrgeiz. Eine gefährliche Kombination. Was meinst du mit gefährlich? Es ist nur ein Gefühl. Das Gefühl, dass es Fahlias um mehr als nur um Akbars Posten als Oberkommandierender geht. Vielleicht sollten wir uns an irgendeinem Ort verkriechen, wo niemand nach dir suchen wird. Und dann? Nun, einfach eine Weile dort bleiben. Du weißt, dass ich das nicht kann. Aber du solltest ja endlich einmal Zeit für dich nehmen. Von den Zwillingen ganz zu schweigen. Das ist nicht fair. Ach nein? Ich kann es einfach nicht. Es passieren zu viele Dinge, über die ich informiert sein muss, als dass ich mich irgendwo verkriechen kann. Nun, wenn du auf dem Laufenden bleiben musst, warum fliegen wir da nicht zu einer Welt mit einer diplomatischen Vertretung, von der aus du mit Coruscant in Verbindung bleiben kannst? Und wie können wir sicher sein, dass uns der Botschafter nicht verrät? Ich kann einfach nicht glauben, was ich da soeben gesagt habe. Als wären wir wieder die Rebellion und nicht die legale Regierung. Wer sagt denn, dass der Botschafter Bescheid wissen muss? Wir haben auf dem Falken einen Empfänger, mit dem wir den diplomatischen Funkverkehr abhören können. Nur wenn wir den Chiffrier-Code der Vertretung kennen und ihn in unseren Empfänger eingeben können. Was vielleicht nicht möglich ist. Die Chiffrier-Codes der Neuen Republik sind nicht zu knacken. Ich hasse es dir, deine Illusionen zu rauben, Süße. Aber es gibt Hacker, die essen die Chiffrier-Codes der Regierung zum Frühstück. Wir müssen nur einen davon finden. Antilles, hier ist Solo. Hören Sie mich? Ja, General. Wir verlassen Bibfesh. Aber das ist noch nicht offiziell. Informieren Sie den Rest der Delegation erst nach unserem Abflug. Ich verstehe. Brauchen Sie eine Eskorte oder wollen Sie lieber unbemerkt verschwinden? Ich habe ein paar Leute, die für mich bis zum anderen Ende der Galaxis gehen würden. Danke, aber wir möchten nicht, dass sich der Rest der Delegation ungeschützt fühlt. Wie Sie meinen. Ich kümmere mich schon um alles. Wir sehen uns auf Coruscant. Okay. Hoffentlich. Chewie, sind wir startbereit? Okay. Sorg dafür, dass alles festgezurrt ist und komm dann herauf. Darf ich erfahren, wohin wir fliegen? Das habe ich dir bereits gesagt. Wir müssen jemanden mit Hacker-Verbindungen finden. Du meinst doch nicht etwa Lando? Wer sonst? Ein rechtschaffender Bürger, ehemaliger Kriegsheld und ehrlicher Geschäftsmann wie er, muss einfach Verbindungen zu kriminellen Hackern haben. Warum habe ich plötzlich nur ein so ungutes Gefühl bei der Sache? Ja, A2. Von Jodas Haus sind nur noch Trümmer übrig. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, was nach fünf Jahren in den Sümpfen aus dem Haus werden würde. Naja, ich... Ich dachte, Yoda hätte irgendwelche Bänder oder Bücher hinterlassen. Irgendetwas, aus dem ich mehr über die Trainingsmethoden der Jedi erfahren könnte. Scheint nicht mehr viel übrig zu sein, was? Nein, ich glaube auch nicht, dass wir hier etwas Nützliches finden werden. A2, sieh dich mal nach elektronischen Teilen um, ja? Ich habe zwar nie erlebt, dass er technische Geräte benutzt hat, aber... Du hast etwas gefunden? Dort drüben? Nicht hier? Okay, geh du voran. In der Höhle? Bist du sicher? Dann wird es nicht Meister Yoda gehört haben. Vielleicht dem dunklen Jedi, den Lea erwähnt hat. Nein, du bleibst hier, A2. Ich komme so schnell wie möglich wieder zurück. Oh, diese Kälte. A2, hast du mich in der Ordnung? Okay, gib mir Bescheid, wenn ich in der Nähe des Objekts bin. Hier war es. Hier habe ich gegen ihn gekämpft. A2, bist du noch da? Wie weit muss ich noch... Nein! Sag du gerade! Salak! A2, mein Laserschwert, aber... Nein, ich mache dieses Spiel nicht mit. Ich habe mich dieser Krise bereits gesteckt und sie gemeistert. Ich muss springen. Kurs, Junge! Ein Laserschwert! A2 hat es in die Luft geschossen. Ich greife mit der Macht danach. Moment! Nein! Nicht da lang! Wer ist das? Ihr Gesicht? Ich kann es nicht... Damit seid ihr zum Tode verurteilt. Nein. Du und deine Freunde. Nein! Nein! Es ist... Es ist alles in Ordnung, Herr Zuh. Empfängst du doch immer das elektronische Signal? Okay. Hier? Hier ist viel Schlamm. Mal sehen. Da! Ich habe es! Ein kleiner, flacher Zylinder mit ein paar Tasten. Und... Deiner Inschrift. Das ist alles? Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht kannst du es identifizieren. Ich bin gleich bei dir. Mach die Maschine startbereit. Es hat sowieso keinen Zweck länger, hier zu bleiben. Lando? Ich kann mich nicht erinnern, Lando je mit so etwas gesehen zu haben. Ja, ich weiß, dass ich damals sehr beschäftigt war. Eine neue Hand zu bekommen, ist schließlich keine Sache eines Augenblicks. Wir ändern unsere Pläne R2. Wir machen einen Abstecher ins Artega-System und besuchen Lando. Vielleicht kann er uns sagen, was es mit diesem Zylinder auf sich hat. Nein, hören Sie, ich habe kein Transitvisum für Niklon. Ich bin auch nicht hier, um Geschäfte zu machen. Ich will nur eins. Ich möchte zu Lando Calrissian. Wolltest du was sagen? Nein. Ich musste nur an früher denken. Verstehe. Hören Sie, setzen Sie sich doch einfach mit Lando in Verbindung. Sagen Sie ihm, dass ein alter Freund hier ist, der mit ihm eine Runde Sabak spielen und ihn bis aufs Hemd ausnehmen will. Lando weiß dann Bescheid. Wir wollen was? Vielleicht gibt es hier Spione der Imperialen. Dann wäre es nicht sehr klug, im ganzen Artega-System zu verbreiten, wer wir sind. Ja, dann hört sich was Großes von Achtern. Unidentifiziertes Schiff. General Calrissian hat Ihnen eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Ihre Eskorte ist bereits unterwegs. Bleiben Sie auf Ihrer Position, bis sie eintrifft. Verstanden. Eskorte? Niklon ist ein superheißer Planet. So nah an der Sonne, dass jedes normale Schiff zu schmelzen beginnt, wenn es sich ihm nähert. Deshalb, die Eskorte. Ein Schildschiff. Gewaltig, was? Wie ein monströser Regenschirm. Im Durchmesser halb so groß wie ein Sternzerstörer. Unidentifiziertes Schiff. Hier ist Schildschiff 9. Bereit zum Andocken. Senden Sie bitte Ihren Schleppcode. Von wegen. Schildschiff 9. Wir haben keinen Schleppcode. Geben Sie mir einfach Ihren Kurs und wir folgen Ihnen. Ganz wie Sie wollen. Chewie, hat er seine Triebwerke inzwischen aktiviert? Was ist los? Ich weiß es nicht. Aber es gefällt mir nicht. Schildschiff 9. Was hat die Verzögerung zu bedeuten? Kein Grund zur Sorge, unidentifiziertes Schiff. Ein weiteres Schiff ohne Schleppcode ist im Anflug. Wir warten und ich bringe Sie dann beide rein. Haben Sie das andere Schiff identifiziert? Hey Freund, wir haben noch nicht mal Sie identifiziert. Hast du das fremde Schiff in der Ortung? Chewie, übernimm du. Ich gehe in den Geschützstand. Han, da. Ein X-Flügler. Mit den Hoheitszeichen der Republik. Hallo Fremde. Schön, euch zu sehen. Das ist Luke. Hallo. Was treibst du denn hier? Ich will Lando besuchen. Tut mir leid, wenn ich euch einen Schrecken eingejagt habe. Als man mir sagte, dass ein unidentifiziertes Schiff im System ist, dachte ich an eine Falle. Aha. Lea, kannst du feststellen, ob wirklich Luke in der Wehrer sitzt? Ich bin mir fast hundertprozentig sicher. Fast hundertprozentig genügt nicht, Süße. Oh, ich es vergesse. Hier ist noch jemand, der euch Hallo sagen möchte. 3PO, komm doch mal her. Sie haben mich gerufen, eure Hoheit. Hier, hör mal. R2, bist du es? Ich weiß wirklich nicht, wo du sonst sein könntest. Nach allen bisherigen Erfahrungen hättest du dich allerdings in eine erschreckende Vielzahl von Schwierigkeiten bringen können. Insbesondere, da ich nicht in der Nähe war, um dir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das hast du schon immer behauptet. Ich nehme an, du hast ein Recht auf deine Illusion. Zufrieden? Voll und ganz. Erst Bespin und jetzt Niklon. Hat es je eine Zeit gegeben, wo Landon nicht in irgendwelche verrückten Pläne verwickelt war? Nicht sehr oft, obwohl er auf Bespin zumindest mit einer bewährten Technologie gearbeitet hat. Die Wolkenstadt war schon jahrelang in Betrieb, bevor er sie übernahm. Aber hier, bei dem Bergwerk, mussten sie ganz von vorn anfangen. Ist das die Stadt? Da? Die Lichter? Dafür sind es zu wenige. Wahrscheinlich sind das nur ein paar Minenmaulwürfe. Lando soll mindestens 100 davon im Einsatz haben. Meinst du damit die Asteroidenschiffe, die wir ihm von Stonehill Industries besorgt haben? Nein. Die Minenmaulwürfe sind zweisitzige Maschinen, die wie Kegel mit abgeschnittener Spitze aussehen. An der Unterseite ist rund um den Ausstieg ein Kranz von Plasma-Triebwerksdüsen angebracht, die gleichzeitig auch als Bohrer dienen. Man landet da, wo man graben will, fährt für eine oder zwei Minuten die Triebwerke hoch, um das Erdreich zu zerkleinern, steigt aus und sammelt die Stücke ein. Wie ist Lando an Sie rangekommen? Das möchte ich lieber nicht wissen. Unidentifizierte Schiffe. Hier ist Nomad City Control. Sie haben Landererlaubnis für die Plattformen 5 und 6. Folgen Sie dem Leitstrahl. Verstanden. Ich glaube, ich sehe die Stadt. Sie, das gibt es doch nicht. Beeindruckend, was? Unidentifiziertes Schiff. Willkommen in Nomad City. Wie war das noch mit dieser Runde, Sabak? Hallo, Lando. Wir haben gerade über dich gesprochen. Darauf wette ich. Wahrscheinlich habt ihr über meine Geschäfte gelästert. Ein beeindruckender Ort, Lando. Warte, bis du im Innern bist. Es wurde auch Zeit, dass ihr mich mal besuchen kommt. Sind Leia und Tui bei dir? Wir sind alle da. Hör mal, ich bin im Moment im Zentralprojekt und überwache eine schwierige Grabung. Ich lasse euch von der Landeplattform abholen und zu mir bringen. Denkt daran, Niklon ist ein atmosphäreloser Planet. Öffnet die Luke erst, wenn der Versorgungsschlauch angekoppelt ist. Und du sorgst dafür, dass unser Empfangskomitee aus vertrauenswürdigen Leuten besteht. Oh, heißt das etwa. Was ist das? Ein Störsender. Tui, wir sind in Schwierigkeiten. Gern ins Scanner-Layer. Vielleicht bekommen wir Besuch. Was hast du vor? Ich versuche eine freie Frequenz zu finden. Festhalten! Mal sehen. Wiederhole, wenn mich irgendein Schiff hören kann, bitte bestätigen. Lando, ich bin es. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Das Muster scheint nicht zu... Was ist? Ein imperialer Störsender. Er nähert sich mit hoher Geschwindigkeit die Planetenschatten. Ein Sternzerstörer. Sie haben uns gefunden. Ich weiß, Erzwo, ich weiß. Kümmere du dich um diese Störung. Danke, Erzwo. Hahn? Hier. Der Sternzerstörer ist wahrscheinlich hilflos. Seine Sensoren und vielleicht sogar ein Teil seiner Panzerung müssten in diesem Moment verdampfen. Aber sobald er in den Planetenschatten eintritt, können jede Menge Thai-Jäger starten. Die sind in ihren Hangars geschützt. Verfügt Lando über irgendwelche Jäger? Er kratzt alles zusammen, was er hat. Aber er braucht sie, um seinen Komplex zu schützen. Und ich fürchte, die Piloten sind nicht besonders erfahren. Dann müssen wir wohl den Angriff übernehmen. Ich setze mich an die Spitze und versuche sie zu verwirren. Dann kommst du und machst sie fertig. Klingt nach der besten Idee, die wir derzeit kriegen können. Bleib dicht am Boden. Mit ein wenig Glück gelingt es uns vielleicht, ein paar von ihnen gegen die Hügelketten zu locken. Meine erste Raumschlacht als voll ausgebildeter Jedi. Achtung, sie kommen! Wahrscheinlich nur ein einziges Geschwader. Sie sind sich zu sicher. Was sind das für andere Schiffe? Ich weiß es nicht. Aber sie sind ganz schön groß. Könnten Truppentransporter sein. Du solltest Lando warnen. Lea übernimm das. Es geht los. Dich hab ich. Guter Schusshahn! Luke. Ben? Du wirst zu mir kommen, Luke. Nein. Das ist nicht Ben. Du musst zu mir kommen. Ich werde auf dich warten. Wer bist du? Wo bist du? Du wirst mich finden. Du wirst mich finden. Und die Jedi werden sich zu aller Größe füllen. Warte! 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 Luke? Luke, ist alles in Ordnung? Sicher. Mir geht es gut. Was ist los? Was ist los mit dir? Willst du sie bis nach Hause jagen? Wo sind die Thai-Jäger? Ist alles vorbei? Wir haben zwei von ihnen abgeschossen, ehe sich die anderen zurückzogen. Was ist mit den Truppentransportern? Sind mit den Jägern geflohen. R2, überprüf mal die Zeitanzeige. Aber das hieß ja, dass ich eine halbe Stunde... Der Kontakt hat doch unmöglich so lange gedauert, oder? Nun, Meister Sabayoff? Sie haben Ihre Mission ausgeführt und 51 Minenmaulwürfe erbeutet. Ausgezeichnet. Und Sie hatten keine Probleme, den Einsatz zu steuern? Eine Zeit lang schienen Sie Schwierigkeiten gehabt zu haben. Ich hatte keine Schwierigkeiten, Großadmiral Thrawn. Ich hatte lediglich ein interessantes Gespräch mit Luke Skywalker. Skywalker ist auf Niklon. Und er hat am Kampf teilgenommen. Skywalker gehört mir. Lösen Sie Ihr Versprechen ein und bringen Sie mich nach Jomark. Gut. Captain Perleon, wir fliegen zum Rendezvous-Punkt und bringen dann Meister Sabayoff nach Jomark. Jawohl, Admiral. Ich hoffe, Sie sind damit zufrieden. Ja. Ich werde mich jetzt ausruhen, Großadmiral Thrawn. Wecken Sie mich, wenn Sie meine Hilfe brauchen. Gewiss. Captain, wir setzen Sabayoff auf Jomark ab. Dann ziehen wir uns auf eine Position zurück, die genau auf Skywalkers Kurs liegt und mindestens 20 Lichtjahre von dem Planeten entfernt ist. Äh, ich verstehe nicht, Sir. Es ist ganz einfach, Captain. Ich möchte unserem großen und glorreichen Jedi-Meister die Illusion nehmen, dass er unentbehrlich ist. Wir warten also, bis Skywalker unseren Kurs kreuzt und nehmen ihn gefangen, bevor er Jomark erreichen kann? Ganz genau. Und wer weiß, wo Skywalker ist, da ist auch meist der Millennium-Falke nicht weit. Und dann haben wir sie alle. Nein, wenn es eine undichte Stelle gibt, dann nicht hier auf Niklon. Wieso bist du so sicher? Weil kein Kopfgeld auf euch ausgesetzt ist. Wir haben hier zwar jede Menge zwielichtiger Typen, aber denen geht es nur um Profit. Keiner von ihnen würde euch nur so zum Spaß an das Imperium verraten. Außerdem, warum hätten die Imperialen meine Minenmaulwürfe stehlen sollen, wenn sie hinter euch hier gewesen wären? Oh, vielleicht aus Schikane. Ich meine, warum sollte überhaupt jemand Minenmaulwürfe stehlen? Genau das ist der Punkt. 51. Das ist fast die Hälfte meines Maschinenparks. Vielleicht wollen sie die Rohstoffversorgung der Neuen Republik unterbrechen. Woher weißt du, dass kein Kopfgeld auf uns ausgesetzt ist? Weil ich sonst davon gehört hätte. Dass ich seriös geworden bin, bedeutet noch lange nicht, dass ich keine Verbindungen mehr habe. Ich sagte doch, dass er Verbindungen hat. Lando, welchen von deinen Kontaktleuten vertraust du? Das hängt davon ab, um was es geht. Um Leas Leben. Wir brauchen einen Ort, wo wir uns verstecken können, bis Akbar herausgefunden hat, woher das Imperium die Informationen bekommt. Lea muss über die Entwicklung auf Coruscant informiert bleiben. Also brauchen wir eine Botschaft, die wir abhören können. Ah, und alle Botschaften arbeiten mit Chiffriercodes. Um chiffrierte Gespräche abzuhören, braucht ihr einen Hacker. Tut mir leid, Han, aber ich kenne keinen Hacker, dem ich so weit vertrauen kann. Der einzige, der vielleicht in Frage käme, ist ein Schmugglerboss namens Talon Karde. Es ist allgemein bekannt, dass er seine Geschäfte immer korrekt abwickelt. Bist du ihm je begegnet? Einmal. Er kam mir ziemlich abgebrüht vor. Berechnend und verdammt geschäftstüchtig. Ich habe von Karde gehört. Um genau zu sein, ich versuche schon seit Monaten Kontakt mit ihm aufzunehmen. Ich weiß nicht einmal genau, wo sich sein Hauptquartier befindet. Han, ich würde euch gern anbieten, hier zu bleiben, aber wir haben keine Möglichkeit, einen entschlossenen Angriff abzuwehren. Chewie hat einen Vorschlag. Er sagt, dass er dich nach Kashyyyk bringen kann, wenn du willst. Ich hatte bisher den Eindruck, dass die Wookies keine menschlichen Besucher auf ihrem Planeten mögen. Die Wookies haben die Menschen freundlich empfangen, bis das Imperium über sie herfiel und sie versklavte. Jedenfalls sollte es möglich sein, den Besuch weitgehend geheim zu halten. Klingt gut. Und mit dir hat Lea doppelten Schutz. Chewie meint, dass wir mehr Zeit gewinnen können, wenn ich mich von Lea trenne. Er bringt sie nach Kashyyyk, ich fliege mit dem Falken herum und tue so, als wäre sie noch bei mir. Irgendwie. Du kannst natürlich mein Schiff nehmen, Chewie. Und Han, wenn du Gesellschaft brauchst, komme ich mit dir. Sicher. Nun, entschuldige. Ja? Ich werde mich darum kümmern. Fahren Sie mit der Überwachung fort. Das war die Funkzentrale. Sie haben die Impulse eines auf einer sehr ungewöhnlichen Frequenz arbeitenden Kurzstrecken-Senders aufgefangen, der sich in diesem Salon zu befinden scheint. Was für eine Art Sender. Wahrscheinlich ist es der hier. Ich dachte, du könntest ihn vielleicht für mich identifizieren. Interessant. So was habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Zumindest nicht in dieser Form. Wo hast du ihn her? Er lag in einem Sumpf begraben. R2 hat ihn geortet, aber mir nicht sagen können, um was es sich handelt. Erstaunlich, dass er immer noch funktioniert. Was sind das für Impulse, die er abstrahlt? Nur ein Positionssignal. Und die Reichweite ist gering. Kleiner als der planetare Radius. Dieses Gerät stammt aus der Zeit der Klonkriege. Es ist eine Art Fernsteuerung, allerdings viel komplizierter. Man braucht dafür ein Schiff mit einem vollautomatischen Navigationssystem. Empfängt ein solches Schiff das Signal, fliegt es automatisch zur Position des Senders und lässt sich dabei selbst von Hindernissen nicht aufhalten. Einige würden sich sogar ihren Weg freikämpfen, wenn sich ihnen feindliche Schiffe entgegenstellen. Du sagst, du hättest den Sender in einem Sumpf gefunden. Ja, auf Dagobar. Dagobar? Der Planet, zu dem der dunkle Jedi von Bipfesh geflohen ist? Genau dieser Planet. Der Sender muss ihm gehört haben. Die Höhle, in der er lag, ist von der dunklen Seite der Macht erfüllt. Wahrscheinlich ist er dort auch gestorben. Hier bist du. Ich musste ein paar Dinge überprüfen. Seid ihr fertig? Die anderen arbeiten noch am Programm. Danach hängt alles von 3PO ab. Der Plan kommt mir ziemlich kompliziert vor. Ich wollte dich fragen, ob du nicht mit mir nach Kashyyyk kommen willst. Ich will dich nicht im Stich lassen, Lea. Wirklich nicht. Aber das hier könnte dir und den Zwillingen auf lange Sicht mehr helfen als alles, was ich auf Kashyyyk für dich tun könnte. Kannst du mir wenigstens verraten, wohin du willst? Es geht um einen anderen Jedi. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Luke, du bist der letzte Jedi. Yoda hat es dir doch vor seinem Tod gesagt. Aber inzwischen glaube ich, dass er sich geirrt hat. Geirrt? Du musst das für dich behalten. Und ich meine wirklich für dich. Du darfst nicht einmal Han oder Lando davon erzählen, sofern es nicht unbedingt nötig wird. Sie können einem Verhör nicht so widerstehen wie du. Ich verstehe. Yodas Versteck lag auf Dagobah. Praktisch direkt neben der Höhle der dunklen Seite, in der ich diesen Sender gefunden habe. Das ist also aus dem abtrünnigen, dunklen Jedi geworden. Yoda muss ihn... Besiegt haben. Und das könnte auch erklären, warum in der Höhle die dunkle Seite so stark ist. Aber es erklärt nicht, warum sich Yoda entschlossen hat, dort zu bleiben. Die Höhle hat ihn abgeschirmt. Ähnlich wie bei dicht beieinanderliegenden positiven und negativen elektrischen Ladungen. Für einen entfernten Beobachter sind sie nicht zu erkennen. Ich glaube, das ist es. Und wenn das wirklich der Grund dafür ist, dass Meister Yoda unentdeckt blieb, da gibt es keinen Grund, warum sich ein anderer Jedi nicht desselben Tricks bedient haben könnte. Aber ich glaube nicht, dass die Gerüchte über diesen Sabayoth genug Substanz haben, um eine groß angelegte Suchaktion zu rechtfertigen. Was für Gerüchte? Angeblich ist ein Jedi-Meister namens Joris Sabayoth aufgetaucht, nachdem er sich jahrzehntelang versteckt hat. Du hast nichts davon gehört? Nein. Aber woher... Jemand hat mich gerufen, Lea. Während der Schlacht. Mit seinen Gedanken, wie es nur ein Jedi kann. Ich glaube es einfach nicht. Wo hätte sich jemand mit Sabayoths Macht so lange verstecken können? Und warum? Das Warum weiß ich nicht. Was das Wo betrifft, danach suche ich. Einen Ort, wo ein dunkler Jedi gestorben ist. Geht aus den Gerüchten hervor, wo sich Sabayoth jetzt aufhält? Es könnte eine Falle der Imperialen sein. Die Person, die dich gerufen hat, könnte ebenso gut ein dunkler Jedi sein. Und dieses Gerücht über diesen Sabayoth ist nur ein Köder. Vergiss nicht, dass Yoda sie nicht mitgezählt hat. Vader und der Imperator lebten noch, als er sagte, dass du der letzte Jedi bist. Es könnte wirklich nur ein Gerücht sein. Aber wenn nicht... Er ist auf Jomark. Zumindest den Gerüchten zufolge, die Wedge gehört hat. Master Luke, bitte, bitte sagen Sie General Calrissian, dass das, was ihr vorhat, eine ernste Gefahr für meine Primärprogrammierung darstellt. Keine Angst, 3PO. Lande und seine Leute werden schon dafür sorgen, dass dir nichts zustößt. Um offen zu sein, 3PO, handelt es sich hierbei um die Perfektionierung deiner Primärprogrammierung. Ich meine, es ist doch die Aufgabe eines Übersetzungs-Druiden, für die Person zu sprechen, für die er übersetzt. Aber Sir... Wir sind bereit. Noch einen Moment. In Ordnung. Sag was, 3PO. Du liebe Zeit. Das ist es. Der perfekte Köder für die perfekte Dame. Klingt gut. Sind wir jetzt fertig? Bis zur Ankunft des Schildschiffs habe ich alles erledigt. Wir treffen uns am Schiff, Lando. Komm, Leia. Wir müssen zum Falten. Es wird alles gut, Han. Chewie und die anderen Wookies werden sich schon um mich kümmern. Das sollten sie auch. Sie sind weg. Und was machen wir jetzt? Nun, zunächst sollte 3PO Verbindung mit Coruscant aufnehmen, damit jeder Imperiale, der zufälligerweise mithört, den Eindruck bekommt, dass Leia an Bord ist. Dann könnten wir das System wechseln und eine weitere Botschaft schicken. Und dann sollten wir auf eine kleine Besichtigungstour gehen. Eine Besichtigungstour? Was sollen wir denn besichtigen? Du hast doch erwähnt, dass es dir nicht gelungen ist, Kontakt mit Talon Kade aufzunehmen. Ich dachte, wir sollten es noch einmal probieren. Meinst du das ernst? Warum nicht? Du brauchst Frachtschiffe, einen Hacker und vielleicht weiß Kade etwas über diesen mysteriösen imperialen Commander, der dich seit einiger Zeit zum Rotieren bringt. Weißt du, wie du Kontakt mit Kade aufnehmen kannst? Ich weiß, wie ich an seine Leute herankomme. Und solange wir 3PO mit seinen millionenfachen Sprachkenntnissen an Bord haben, könnten wir versuchen, neue Kontakte herzustellen. In Ordnung. Hoffentlich kommt uns dabei kein Sternzerstörer in die Quere. Richtig. Die Imperialen dürfen auf keinen Fall auf Kade aufmerksam werden. Wir haben ohnehin schon genug Feinde. Sie haben etwas für mich? Jawohl, Sir. Eine unserer Sonden in den Außenbereichen des Atega-Systems hat Skywalker entdeckt. Und seine Gefährten. Sehen Sie. Interessant. Wirklich interessant. Was ist das für ein drittes Schiff, das an die Heckschleuse des Millennium-Falken anlegt? Wir haben es inzwischen als die Glücksdame identifiziert. Administrator Lando Calrissians Privatschiff. Eine andere Sonde hat einen Funkspruch aufgefangen, aus dem hervorgeht, dass sich Calrissian auf Geschäftsreise begeben hat. Achten Sie auf Ihre Strategie, Captain. Captain Solo und seine Frau und wahrscheinlich der Wookie Chewbacca sind auf Niklern an Bord ihres Schiffes gegangen, während Calrissian seines bestiegen hat. Sie fliegen in die Außenbereiche des Atega-Systems und wechseln die Schiffe. Aber wir haben... Still. Sehen Sie auf das Display. Da. Die beiden Schiffe trennen sich wieder voneinander. Vier Minuten und 53 Sekunden. Sie hatten es natürlich eilig, fühlten sich bei diesem Manöver verwundbar. Was bedeutet... Drei Personen. Drei Personen sind von einem Schiff aufs andere umgestiegen. Entweder in die eine oder die andere Richtung. Ja, Sir. Zumindest wissen wir, dass Leia Organa Solo auf dem Millennium-Falten geblieben ist. Wissen wir das? Wissen wir das wirklich? Ich glaube schon, Sir, ja. Kurz nach dem Abflug der Glücksdame und Skywalkers X-Flügler haben wir einen Funkspruch von ihr aufgefangen, der definitiv vom Millennium-Falten kam. Eine Aufzeichnung? Nein, dafür sind Sie zu schlau. Ein Droide? Mit derselben Stimmfrequenz? Wahrscheinlich Skywalkers 3PO-Protokoll-Droide. Sehen Sie, Leia Organa Solo war eine der beiden Personen, die mit der Glücksdame das System verlassen haben. Ich verstehe nicht. Beim Start waren drei Personen an Bord des Millennium-Falken, eine an Bord der Glücksdame. Dann haben drei Personen die Schiffe gewechselt. Aber weder Solo noch Calrissian würden je ihr Schiff dem zweifelhaften Kommando eines Computers oder Droiden unterstellen. Demnach muss sich auf jedem Schiff mindestens eine Person befinden. Sie können mir folgen? Jawohl, Sir. Aber das verrät uns nicht welche. Geduld, Captain. Glücklicherweise wissen wir, dass drei Personen umgestiegen sind, was nur zwei mögliche Kombinationen zulässt. Entweder sind Solo und Organa Solo oder Organa Solo und der Wookiee an Bord der Glücksdame. Und dank der Funküberwachung wissen wir bereits, dass der Droide auf dem Millennium-Falken geblieben ist. Soll ich die Glücksdame überwachen lassen? Das wird nicht nötig sein. Ich kenne Leia Organa Solos Ziel. Sie scherzen, Sir. Ich scherze nicht, Captain. Überlegen Sie. Solo und Organa Solo haben durch den Umstieg auf die Glücksdame nichts zu gewinnen. Der Millennium-Falk ist schneller und besser bewaffnet. Diese Übung ergibt nur einen Sinn, wenn Organa Solo und der Wookiee zusammen sind. Und wenn wir davon ausgehen, kann es für Sie nur ein logisches Ziel geben. Kashyyyk? Kashyyyk. Sie wissen, dass Sie unseren Nogri auf Dauer nicht entkommen können. Und Sie haben den Entschluss gefasst, sie in die Obhut der Wookiees zu geben. Aber das wird Ihnen nichts nützen. Es wird nicht einfach sein. Kashyyyk's Ökologie ist eine einzige Todesfalle. Und die Wookiees sind hervorragende Kämpfer. Das sind die Nogri auch. Was ist mit Skywalker? Er hat das Artega-System mit Kurs auf Jomag verlassen. Dann brechen wir sofort nach Jomag auf. Wie groß ist unser Zeitversprung? Mindestens vier Tage. Außerdem hängt es von der Zahl seiner Zwischenstationen ab. Er wird keine Zwischenstation einlegen. Bei derart langen Flügen versetzen sich Jedi in Tiefschlaftrance. Doch für unsere Zwecke reichen vier Tage völlig aus. Ja, Sir. Wenn wir Skywalker aus dem Hyperraum holen, müssen wir den Angriff zufällig erscheinen lassen. Zufällig? Und wie? Ich hab da bereits einen Plan, Cap. Ich hab da bereits einen Plan, Cap. Was? Warum haben wir den Hyperraum fast 20 Lichtjahre vor Jomag verlassen? Ah, zwei Schiffe. Direkt vor uns. Ein leichter Frachter. Ziemlich lädiert. Und das andere Schiff wird vom Frachter verdeckt. Ja, ein drittes Schiff. Aber es ist noch weiter entfernt. Mal sehen, was... Ein imperialer Sternzerstörer. Ja, sicher eine Kontrolle. Vielleicht haben Sie uns noch nicht bemerkt. Lass uns von hier verschwinden, Herzwoch. Schnell! Unidentifizierter Sternjäger. Hier ist der imperiale Sternzerstörer Chimäre. Ich verstehe ihn nicht. Der Frachter ist völlig leer. Vielleicht haben Sie die Crew schon gefangen genommen. Ja, das dritte Schiff ist ein Abfangkreuzer. R2, wo ist der Rand des Gravitationskegels? R2, wie weit ist der Rand entfernt? Unidentifizierter Sternjäger. Ich wiederhole. So weit? Dann haben wir keine andere Wahl. Halt dich fest! Nein, fahr die Deflektor-Schilde nicht hoch. Wir brauchen die Energie. Haben Sie ihn? Er ist schnell, aber immer noch in Reichweite der Traktor strahlen. Es dauert nur noch wenige Sekunden, Sir. Gut. Fahren Sie fort. Kein Lebenszeichen an Wort des Frachters. R2, ich brauche eine schnelle Umprogrammierung eines Protonentorpedos. Kurs Zero Delta V. Dann eine Drehung um 180 Grad und Kurs Hartachtern. Keine Sensoren oder Zielsucher. Ich will ihn kalt rausschicken. Was macht er denn jetzt? Wann haben Sie ihn? Gleich. Achtung! Torpedo los! Keine Sorge, ich korrigiere den Kurs. Gut so. Gut so. Jetzt! Aber... Was ist passiert? Er hat den Frachter gesprengt. Gut. Wenn die Trümmer den Traktorstrahl noch für ein paar Sekunden ablenken, schaffen wir es. Ich weiß, der Abfangkreuzer richtet seine Gravitationsfeldprojektoren auf uns. Halt dich fest, R2. Ruhig, R2. Ich weiß, was ich tue. Eröffnen Sie das Feuer. Die Flektoren hochfahren, R2. Drehung um 90 Grad. Was ist los? Er hat eine Kursänderung gemacht. Fertig für den Sprung in die Lichtgeschwindigkeit. Egal in welche Richtung. Wir machen nur einen kurzen Hüpfer und berechnen dann den neuen Kurs. Ja, Traktorstrahl, sie haben uns. Aber noch kreisen wir am Rand des Gravitationskegels. Erst wenn uns der zweite Traktorstrahl erfasst, so lange haben sie unsere Flugbahn noch nicht stabilisiert. Er trudelt. Keine Sorge. Der zweite Traktorstrahl wird ihn jeden Moment fixieren. Ach so. Wir probieren es mit einem Trick. Auf mein Zeichen schaltest du die Andruckabsorber auf Umkehrschub. Volle Kraft und alle Sicherungen raus. Protonentorpedos bereit machen. Ich weiß, dass es gefährlich ist, aber noch hat uns der zweite Strahl nicht. Warte, bis wir noch dichter am Rand des Gravitationskegels sind. Achtung, R2. Jetzt. Torpedos raus. Sie ziehen die Torpedos rein. Wir sind frei. Fertig machen für die Lichtgeschwindigkeit. Ich sehe es. Sie wollen uns vernichten. Treffer Achtung. R2, halte ich bereit. Wir haben den Gravitationsschatten verlassen. Los! Ihr Name? Chris Peterson, Sir. Sie waren für die Bedienung des Traktorstrahls während unserer Auseinandersetzung mit dem Sternenjäger verantwortlich. Jawohl, Sir. Aber was passiert ist, war nicht meine Schuld. Erklären Sie. Das Ziel hat irgendetwas mit seinen Andruckabsorbern angestellt und so seinen Geschwindigkeitsvektor verendet. Ich bin mit den Tatsachen vertraut. Ich will hören, warum seine Flucht nicht Ihre Schuld war. Für einen derartigen Zwischenfall bin ich nie ausgebildet worden, Sir. Der Computer hatte das Ziel verloren, schien es aber im nächsten Moment wieder lokalisiert zu haben. Ich merkte erst, dass es etwas anderes war als... Als die Protonentorpedos am Projektor detonierten? Jawohl, Sir. Wer ist Ihr Offizier? Fähnrich Kolkler, Sir. Sie sind der Vorgesetzte dieses Mannes? Jawohl, Sir. Für seine Ausbildung waren Sie ebenfalls verantwortlich? Jawohl, Sir. Haben Sie während der Ausbildung auch Zwischenfälle wie diesen hier geübt? Ich... weiß es nicht, Sir. Die Standardausbildung umfasst auch derartige Zwischenfälle. Haben Sie ihn rekrutiert, Fähnrich? Nein, Sir. Er wurde eingezogen. Bedeutet das, dass Sie Freiwillige gründlicher ausbilden als Wehrpflichtige? Nein, Sir. Ich... ich habe mich immer bemüht, meine Untergebenen gleich zu behandeln. Ich verstehe. Rook, zu mir. Warte einen Moment. Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Fehler und schuldhaftem Versagen, Fähnrich? Nein, Sir. Jeder kann einen Fehler machen, Fähnrich. Aber der Fehler wird nur dann zu einem schuldhaften Versagen, wenn man sich weigert, ihn zu berichtigen. Rook, erledige ihn. Was? Schafft das weg. Ja, Sir. Der Fehler, Fähnrich, ist berichtigt worden. Sie können jetzt mit der Ausbildung eines Ersatzmanns beginnen. Jawohl, Sir. Captain? Ja, Sir? Ich brauche eine vollständige taktische und technische Analyse der letzten Sekunden dieses Zwischenfalls. Vor allem bin ich an seinem Lichtgeschwindigkeitsvektor interessiert. Ich habe bereits alles hier, Sir. Auf diesem Datenblock. Danke. Kommen Sie, Captain. Wir kriegen ihn schon, Captain. Es wird nicht mehr lange dauern. Jawohl, Sir. Ich bin überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Sie missverstehen mich. Ich meinte es wirklich so. Er ist jetzt dort draußen, nicht weit von uns entfernt. Und er ist hilflos. Ich verstehe nichts, Sir. Das von ihm benutzte Manöver hat interessante Nebenwirkungen, von denen er, wie ich vermute, nichts wusste. Die Andruckabsorber auf Umkehrschub zu schalten, führt zu ernsten Schäden am Hyperantrieb. Noch ein Lichtjahr und er wird endgültig ausfallen. Wir müssen nur entlang dieses Vektors suchen oder andere dazu bringen, ihn für uns zu suchen. Und er gehört uns. Können Sie mir folgen? Jawohl, Sir. Soll ich den Rest der Flotte alarmieren? Die Vorbereitungen für den Angriff aufs Louis Van haben im Moment oberste Priorität. Nein, ich denke, wir überlassen dieses Problem anderen. Schicken Sie Botschaften an alle wichtigen Schmugglerbosse, deren Banden in diesem Gebiet operieren. Bresk, Karde, Pata oder wer sonst noch in Frage kommt. Benutzen Sie Ihre Privatfrequenzen und Chiffriercodes. Sie daran zu erinnern, wie viel wir über jeden von Ihnen wissen, sollte Ihre Kooperation gewährleisten. Geben Sie ihnen Skywalkers Hyperraumvektor und bieten Sie ihnen eine Belohnung von 30.000 für seine Ergreifung an. Jawohl, Sir. Ähm, Sir, wenn Sie wussten, dass Skywalkers Flucht nur vorübergehend war... Das Imperium befindet sich im Krieg, Captain. Wir können uns den Luxus von Männern mit beschränktem Verstand, die unfähig sind, sich veränderten Situationen anzupassen, nicht leisten. Führen Sie Ihre Befehle aus, Captain. Skywalker gehört uns. Lebendig oder tot. Ende des zweiten Teils Star Wars. Erben des Imperiums. Dritter Teil. Viele Möglichkeiten haben wir nicht mehr, Erzwo. Dem Sternzerstörer sind wir zwar entkommen, aber unser Manöver hat die Isolierungen bei der Hyperantriebsmotivatoren zerstört. Lass uns nicht aufgeben, Erzwo. Wenn wir schon nicht weiterfliegen können, können wir vielleicht die Antenne des Subraumsenders reparieren. Nein, sicher nicht im Schnellverfahren. Aber zumindest scheint der Kern nicht beschädigt zu sein. Wenn wir irgendwo auf dem Schiff zehn Kilometer superleitenden Draht finden, können wir uns eine neue Antenne bauen, richtig? Oh, komm schon. Was eine dumme Drahtwickelmaschine den ganzen Tag macht, das kannst du nicht? Ich schätze, den Draht liefert uns entweder das Repulsortriebwerk oder der Sensortuner. Ja, ich weiß, dass die Energie des Lebenserhaltungssystems begrenzt ist. Deshalb wirst du dich auch um die Verdrahtung kümmern. Ich versetze mich in der Zwischenzeit in Tiefschlaftrance. Mach dir darüber keine Sorgen. Solange ich alle paar Tage aufwache und etwas trinke und esse, ist der Tiefschlaf unschädlich. Aber vergiss nicht, wenn irgendetwas schief geht oder du auch nur glaubst, dass etwas schief gehen könnte, dann weckst du mich sofort. Verstanden? Gut, das wär's dann. Leia, 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 Leia. Luke? Luke? Nein, es war nur ein Traum. Chewie! Oh, wir haben Kashyyyk bereits er... bei allen Planeten. Unfassbar! Doch, Chewie, ich habe schon von der Größe der Bäume auf Kashyyyk gehört. Aber der Anblick ist atemberaubend. Ist diese Größe denn typisch für Ro-Sheer-Bäume? Einen halben Kilometer größer als der Durchschnitt? Dann sind das die, um die ihr eure Hortringe legt. Schau nicht so schockiert rein. Einige von uns Menschen kennen die Kultur der Wookies ein wenig. Wir sind nicht alle ungebildete Wilde, weißt du? Ist das Ru-Ku-Ru-Ru-Ru? Aber das ist ja eine richtige Stadt. Selbst von hier aus sehe ich mehrstöckige Gebäude, gepflasterte Straßen. Nein, ich habe vorher noch nie Holos einer Wookie-Siedlung gesehen. Mein Fehler schätze ich. Oh, wir werden erwartet. Du kennst die beiden? Bleib bitte in meiner Nähe, Chewie. Ich bezweifle, dass ich alles verstehen werde. Guten Tag. Ich erbitte dir, Leorgon Osholo, meine Grüße. Ich lasse dich willkommen in Rorokororo. Danke. Ich fühle mich geehrt, dass ich hier sein kann. Wir auch hier, geehrt sind durch deinen Besuch. Ich bin Rara-Rachem. Nein, vielleicht ist es für dich einfacher mit Rara zu nennen. Ich fühle mich sehr geehrt. Lass mich raten, Chewie. Du hast die ganzen Jahre einen Sprachfehler gehabt und nie daran gedacht, es zu erwähnen. Chewbacca spricht ausgezeichnet. Ich bin es, der einen Sprachfehler hat. Seltsamerweise verstehen mich die Menschen deshalb besser. Aha. Dann bist du früher Botschafter gewesen. Nein, Leia Organa Solo. Ich war ein Sklave des Imperiums. Genau wie Chewbacca. Bevor Han Solo ihn befreite. Mein Sklavenalter benutzte mich als Dolmetscher. Oh, es tut mir leid. Es muss dir nicht leid tun. Auf diese Weise konnte ich viele Informationen über die Streitkräfte des Imperiums sammeln. Informationen, die sich als sehr nützlich erwiesen haben, als deine Allianz uns befreute. Chewie, was ist das? Chewie, bleib hier! Stör sie nicht. Chewbacca und Sepurin sind Freunde von Kindesbeinen an und haben sich seit vielen Jahren nicht gesehen. Sie sind Freunde? Ja, sie dürfen jetzt nicht gestört werden. Es tut mir leid. Ich dachte, sie greifen sich an. Ich komme mir wie eine Närrin vor. Chewbacca sagte in seiner Botschaft, dass du Schutz brauchst. Komm, ich zeige dir, was wir für dich vorbereitet haben. Vielleicht sollten wir auf die anderen warten. Dir du nur keine Gefahr. Leia Organasoro, du musst verstehen. Und eure Hilfe werden wir immer noch Sklaven des Imperiums. Oder bereits tot. Wir und deine Republik haben wir unser Leben zu verdanken. Nein. Komm, wir fahren nach unten. In die Stadt. Gewaltig. Es scheint überhaupt keine Trägerkonstruktion zu geben. Was hält die Stadt in der Luft? Repulsor-Aggregate? Siehst du das Gitterwerk? Die Stadt Rudolf-Esten. Es war eine gewaltige Leistung, eine Stadt von dieser Größe zu errichten. Ein natürlich gewachsenes Fundament. Selbst das Kabel, an dem der Fahrstuhl hängt, besteht aus Efeu. Efeu? Schiefeu, keine Angst. Es ist stärker als Kompositkabel und kann nicht einmal von Blaster durchtrennt werden. Es ist außerdem selbstregenerierend. Wir sind da. Lea Organas Polo. Komm. Chewie und sein Freund warten bereits auf uns. Aber wie sind sie so schnell hier runtergekommen? Oh. Dieser Fahrstuhl dient hauptsächlich, um Fracht und Kranke zu befördern. Die meisten Wookies ziehen es vor, zu klettern. Klettern? Wir können Klauen ausfahren. Siehst du? Ich wusste nicht, dass Wookies derartige Klauen haben. Aber ich hätte es mir denken können. Schließlich seid ihr Baumbewohner. Chewie! Du wirst mit Subakka in Cypourins Haus wohnen. Es ist nicht weit. Wenn du willst, können wir dir eine Transportmöglichkeit besorgen. Ja. Nach all der Mühe, um unerkannt nach Kashik zu gelangen, ist es wahrscheinlich nicht besonders klug, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Da vorne sind Repulsorschnitten. Die werden wir nehmen. Kommt. Chewie! Da! Da war jemand. Einer dieser Fremden, die uns auf Bemisari überfallen haben. Er war in diesem Haus. Dort, am Fenster. Subakka, spreng die Tür. Subakka, bleib bei dir. Wir ruhig suchen das Haus. Da tut sich nichts. Er war da, Chewie. Ich hab' ihn genau gesehen. Ja, sie kommen zurück. Wir haben keine Spur von ihm gefunden. Aber das ist doch kaum möglich. Die Vorderfront des Hauses bietet mir irgendwo eine Deckung. Und auf der Rückseite ist der Abgrund. Er muss über den Rand gesprungen sein. Ja. Entweder hat er eine Kletterausrüstung gehabt, oder ein Gleiter hat unten auf ihn gewartet. Das ist unwahrscheinlich, aber möglich. Ich werde ihn suchen, nachdem wir dich in Sicherheit gebracht haben. Okay, Erzwo, ich bin wach. Hast du die neue Antenne für den Subraum-Sender fertig? Stimmt was nicht? Oh. Ja, jetzt sehe ich auch, dass wir Besuch haben. Ein korrelianischer Frachter. Nicht die Art Schiff, die die Imperialen benutzen. Sind sie bewaffnet? Die versuchen Kontakt mit uns aufzunehmen. Warte. Hilfe? Wiederhole. Unidentifizierter Sternjäger. Hier ist der Frachter Wilder Karde. Brauchen Sie Hilfe? Wilder Karde. Hier ist der X-Flügler AA589 der Neuen Republik. Um ganz offen zu sein, ich brauche tatsächlich Hilfe. Verstanden, X-Flügler. Was ist das Problem? Der Hyperantrieb. Ich habe beide Motivatoren verloren. Schutzmantel gerissen, vermutlich auch noch andere Schäden. Ich schätze, Sie haben keine Ersatzteile dabei, oder? Nicht für ein Schiff dieser Größe. Ich soll Ihnen sagen, dass wir Ihnen eine Passage zu Ihrem Zielsystem anbieten, wenn Sie an Bord kommen wollen. Ich weiß, Erzwo, aber ich spüre keine bösen Absichten. Klingt gut. Was ist mit meinem Schiff? Ich bezweifle, dass Sie sich unsere Frachttarife leisten können. Wenn Sie Ihre derzeitige Position beibehalten, docken wir jetzt an. Ihren Astromech-Truinen wollen Sie vermutlich auch nicht zurücklassen, oder? Er kommt mit. In Ordnung. Halten Sie sich bereit. Nebenbei, der Käpt'n sagt, dass der Spaß 5000 kostet. Guten Abend. Ich bin Talon Karno. Willkommen an Bord. Danke. Kommander Luke Skywalker nehme ich an. Bürger Skywalker. Ich habe schon vor vier Jahren den Dienst bei der Allianz quittiert. Sie haben sich ja einen hervorragenden Ort für Ihr Exil ausgesucht. Es gab ein halbes Lichtjahr von hier entfernt einen kleinen Zusammenstoß mit einem imperialen Sternzerstörer. Ja, das Imperium ist in diesem Teil der Galaxis sehr aktiv. Vor allem in der letzten Zeit. Aber das wissen Sie vermutlich. Nebenbei, wir werden Ihr Schiff in Schlepptau nehmen. Die Kabel sind bereits angebracht. Danke. Ich möchte Ihnen auch für die Rettung danken. Sie müssen ein hervorragender Kämpfer sein, Skywalker. Einem imperialen Sternzerstörer zu entkommen, ist keine Kleinigkeit. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass ein Mann wie Sie daran gewöhnt ist, den imperialen Schwierigkeiten zu machen. Ich bin schon längst nicht mehr aktiv an den Kämpfen beteiligt. Sie haben mir noch nicht verraten, was Sie in diese Gegend verschlagen hat, Käpt'n. Oder woher Sie wussten, wer ich bin. Das Laserschwert an Ihrem Gürtel. Sie mussten entweder Luke Skywalker sein, ein Jedi, oder jemand mit einer Vorliebe für antike Waffen und einer erstaunlich hohen Meinung über seine eigenen Fechtkünste. Allerdings habe ich Sie mir ganz anders vorgestellt. Es klingt fast so, als hätten Sie erwartet, mich hier zu finden. Um ganz offen zu sein, so war es auch. Eine von meinen Mitarbeiterinnen, Mara Jade, hat uns hierher geführt. Sie ist im Moment auf der Brücke. Ich nehme an, Sie können Ihre Präsenz spüren? Oh ja. Sie versteckt es sehr gut, aber nicht gut genug für einen Jedi, schätze ich. Ich habe Sie viele Monate sorgfältig beobachten müssen, um herauszufinden, dass Sie es sind. Sie persönlich, dem diese Gefühle gelten. Dieser Hass? Ich bin Ihnen noch nie begegnet. Bedauerlich. Ich hatte gehofft, Sie würden mir sagen können, warum Sie so empfindet. Nun gut. Ich denke, das wäre alles für den Moment. Aber seien Sie versichert, dass es mir leidtut. Leid? Endlich wach? Wer? Was? Willkommen in der Welt der Sterblichen. Meine Jedi-Sinne. Ich spüre nichts. Gefällt Ihnen nicht, stimmt's? Es ist keine einfache Sache, plötzlich alles zu verlieren, was einen zu etwas Besonderem macht. Ja. Ah! Falls es der Zweck dieses Manövers ist, mich mit Ihrer bemerkenswerten Zähigkeit zu beeindrucken, können Sie sich die Mühe sparen. Keine Sorge, ich will nur aufstehen. Das ist der ganze Zweck dieses Manövers. Lassen Sie mich raten. Sie sind Mara Jade. Das beeindruckt mich auch nicht. Kader hat mir erzählt, dass er meinen Namen erwähnt hat. Er hat mir auch erzählt, dass Sie meinen X-Flügler gefunden haben. Danke. Ich kann auf Ihren Dank verzichten. Soweit es mich betrifft, stellt sich nur die Frage, ob wir Sie den Imperialen ausliefern oder Sie eigenhändig töten. Ich kann nicht behaupten, dass mir diese Alternativen gefallen. Hoch mit Ihnen. Kader will Sie sehen. Also bitte. Ah, das da an Ihrem Gürtel, das ist doch mein Laserschwert. Es gibt noch eine Alternative. Sie könnten einen Fluchtversuch machen und ich erschieße Sie auf der Stelle. Nein. Vorwärts. Kader wartet. Hier ist er. Ah, Skywalker. Kommen Sie. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass wir Sie so lange haben schlafen lassen, aber Sie verstehen bestimmt, wie schwierig für uns der Umgang mit einem Jedi ist. Hätten Sie mich höflich gefragt, wäre ich unter Umständen auch freiwillig bei Ihnen geblieben. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Nehmen Sie doch Platz. Ruhig, Sturm. Dieser Mann ist unser Gast. Ich schätze, Ihre vierbeinigen Bewacher glauben Ihnen nicht. Chin, komm her und bring die beiden nach draußen, ja? Sicher. Los, Freunde. Gassi gehen. Entschuldigen Sie, Skywalker. Normalerweise benehmen Sie sich meinen Gästen gegenüber wesentlich besser. Aber setzen Sie sich doch. Können Sie mir sagen, wo mein Droide ist? Oh, es geht ihm gut. Er befindet sich zurzeit in einem meiner Ersatzteillager. Ich würde ihn gerne sehen. Vielleicht. Nachdem wir uns geeinigt haben, was mit Ihnen geschehen soll. Ihre Assistentin hier erwähnte zwei Alternativen. Ich hoffe, Sie können der Liste noch eine weitere hinzufügen. Dass wir Sie nach Hause schicken? Natürlich gegen eine entsprechende Belohnung. Sagen wir das Doppelte von dem, was das Imperium bieten würde? Unglücklicherweise ist das Problem nicht das Geld, sondern die Politik. Wenn das Imperium herausfindet, dass wir Sie an die Republik zurückgegeben haben, würden wir große Unannehmlichkeiten bekommen. Umgekehrt auch, wenn Sie mich dem Imperium ausliefern. Das stimmt. Aber da das Subraumfunkgerät Ihres X-Flüglers beschädigt war, weiß die Republik nicht, was Ihnen zugestoßen ist. Im Gegensatz zum Imperium. Und es geht nicht darum, was Sie bieten würden, sondern was Sie geboten haben. 30.000. Ich wüsste nicht, dass ich so wertvoll bin. Oh ja. Im Moment sind mindestens ein Dutzend Schiffe auf der Suche nach Ihnen. Leute, die wahrscheinlich keine Sekunde darüber nachgedacht haben, wie Sie einen Jedi festhalten können, wenn Sie ihn gefunden haben. Ihre Methode scheint ausgezeichnet zu funktionieren. Ich nehme an, Sie werden mir nicht verraten, wie Sie es geschafft haben, oder? Geheimnisse dieser Größenordnung sind viel Geld wert. Können Sie mir im Gegenzug ein Geheimnis von ähnlichem Wert anbieten? Wahrscheinlich nicht. Aber ich bin sicher, dass die neue Republik bereit sein wird, den Marktpreis zu bezahlen. Ich schlage Ihnen einen Handel vor. Sie sagen mir, warum das Imperium plötzlich an Ihnen so interessiert ist. Und ich sage Ihnen, warum Ihre Jedi-Kräfte nicht funktionieren. Warum fragen Sie nicht einfach die Imperialen? Vielen Dank. Aber nein. Ich möchte nicht, dass sich das Imperium über mein plötzliches Interesse wundert. Vor allem, nachdem wir wichtige Geschäfte vorgeschoben haben, als wir aufgefordert wurden, nach Ihnen zu suchen. Sie haben nicht nach mir gesucht? Nein. Eine dieser kleinen Ironien, die das Leben so interessant machen. Wir hatten gerade neue Fracht übernommen, als Mara den Hyperraum verließ, um den Kurs zu überprüfen. Welch glücklicher Zufall. Das Ergebnis ist auf jeden Fall, dass wir genau in der Situation sind, die ich vermeiden wollte. Dann lassen Sie mich gehen und uns so tun, als wäre nichts geschehen. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich alles für mich behalten werde. Das Imperium würde es trotzdem herausfinden. Ihr neuer Commander ist außerordentlich gerissen. Nein. Ich denke, unsere einzige Chance ist ein Kompromiss. Der es uns ermöglicht, Sie gehen zu lassen und gleichzeitig den Imperialen das zu geben, was sie verlangen. Was uns wieder zu meiner ursprünglichen Frage bringt. Und zu meiner ursprünglichen Antwort. Ich weiß wirklich nicht, was das Imperium von mir will. Aber ich kann Ihnen verraten, dass es nicht nur um mich geht. Es hat bereits zwei Anschläge auf meine Schwester Lea gegeben. Mordanschläge? Ich glaube nicht. Man wollte sie wahrscheinlich entführen. Interessant. Lea Organa Solo. Die auf dem besten Weg ist, eine Jedi wie ihr Bruder zu werden. Das könnte gewisse imperiale Operationen der letzten Zeit erklären. Wo haben diese beiden Anschläge stattgefunden? Der erste auf Bemisari, der zweite auf Bipfesh. Wir haben einen Verbindungsmann auf Bipfesh. Vielleicht gelingt es ihm mehr, über die Pläne der Imperialen herauszufinden. Bis dahin werden Sie, fürchte ich, unser Gast bleiben müssen. Ich danke Ihnen, dass Sie mir Ihre Zeit gewidmet haben, Skywalker. Ich hoffe, dass wir rasch zu einer Entscheidung kommen. Wegen mir müssen Sie sich nicht beeilen. Dies scheint ein angenehmer Planet für einen kurzen Urlaub zu sein. Da täuschen Sie sich. Meine beiden Warnskurs haben viele Verwandte im Wald. Verwandte, die nicht so zahm sind. Ich verstehe. Und erwarten Sie nicht, dass Ihre Jedi-Fähigkeiten Sie beschützen werden. Im Wald wären Sie genauso hilflos wie hier. Wahrscheinlich noch hilfloser. Schließlich gibt es dort draußen wesentlich mehr Isalamiri als hier drinnen. Isalamiri? Was ist das? Der Grund dafür, dass Sie bei uns bleiben müssen. Meinen Sie damit das schlanke, graubraune Tier auf dem Ast direkt über Ihnen? Hm. Es sind ganz erstaunliche Tiere. Sie scheinen über die ungewöhnliche Fähigkeit zu verfügen, die Macht zu verdrängen. Sozusagen Blasen zu bilden, in denen die Macht nicht existiert. Davon habe ich noch nie gehört. Nur die wenigsten wissen davon. Die Jedi der alten Republik haben aus offensichtlichen Gründen den Planeten gemieden, was einige Schmugglergruppen dazu veranlasste, ihr Hauptquartier hier aufzuschlagen. Als der Imperator die Jedi auslöschte, sind die meisten Gruppen wieder fortgezogen, um ihren potenziellen Märkten näher zu sein. Jetzt, wo die Jedi wieder auferstehen, werden einige vielleicht zurückkehren. Was macht Sie so sicher, dass die Issalamiri und nicht irgendetwas anderes die Macht neutralisieren? Hauptsächlich die Tatsache, dass Sie hier stehen und mit mir reden. Wie sonst hätte es einem überaus nervösen Mann mit einem Paralysator in der Hand gelingen können, sich unbemerkt an einen Jedi heranzuschleichen? An Bord der Wilder Karde waren Issalamiri? Richtig. Rein zufällig. Oder vielleicht doch nicht ganz zufällig. Nein, ich versichere dir, mir geht es gut. Han und ich wollen nur einen kleinen Abstecher zum Abrigado-System machen, wenn wir schon einmal in der Gegend sind. Ich verstehe eure Hoheit. Darf ich trotzdem empfehlen, nicht zu lange vorzubleiben? Ähm... Wir sind bald wieder zurück. Wir sind bald wieder zurück. Ich will nur... Ich will nur... Die industrielle Infrastruktur... Die industrielle Infrastruktur... Von Gado überprüfen. Von Gado überprüfen. Ich werde die Information an den Rat weiterleiten. Ich bin sicher, man wird froh darüber sein. Dürfte ich vielleicht kurz mit Captain Solo sprechen? Natürlich. Äh... Han? Hier bin ich, Winter. Was gibt's? Ich wollte nur wissen, ob Sie mir in etwa sagen können, wann Sie und Prinzessin Leia zurückkehren. Admiral Akbar hat nach Ihnen gefragt. Oh, danken Sie bitte dem Admiral für sein Interesse. Ich nehme an, ihm geht es gut. Eigentlich ja. Allerdings hat er jetzt, seit die Schule begonnen hat, ein paar Probleme mit seiner Familie. Äh, Streit zwischen den Kindern? Probleme beim Zu-Bett-Bringen. Der Kleine will dauernd aufstehen und lesen. Solche Sachen. Sie wissen schon. Ja. Ich kenne die lieben Kleinen. Was machen die Nachbarn? Hat er immer noch Schwierigkeiten mit Ihnen? Ich weiß es nicht genau. Er hat mir gegenüber nichts davon erwähnt. Aber ich kann ihn fragen, wenn Sie wollen. Es ist eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache der Familie geht es gut. Das denke ich auch. Wahrscheinlich wollte er sich nur bei Ihnen in Erinnerung bringen. Danke für die Information. Sagen Sie ihm, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird. Wir fliegen nach Abrigado, statten vielleicht noch dem einen oder anderen Planeten einen kurzen Besuch ab und kommen dann zurück. In Ordnung. Sonst noch etwas? Nein. Äh, ja. Wie geht das Bipfeschi-Wiederaufbauprogramm voran? In den drei Systemen, die von den Imperialen angegriffen worden sind? Richtig. Es macht gute Fortschritte. Es gab einige Probleme mit den Schiffen, aber die Versorgung scheint jetzt zu funktionieren. Was hat Akbar gemacht? Irgendwo ein paar eingemordete Containerschiffe ausgegraben? Viel raffinierter. Er hat ein paar Sternkreuzer und Angriffsfriganten genommen, die Besatzung zum größten Teil durch Androiden ersetzt und schon standen genug Frachter zur Verfügung. Ich hoffe nur, er lässt sie nicht ohne Begleitschutz fliegen. Leere Sternkreuzer wären für die Imperialen die ideale Zielübung. Ich bin sicher, dass er daran gedacht hat. Und die orbitalen Docks und Werften von Sluis' Wahn sind sehr gut geschützt. Ich habe meine Zweifel, ob heutzutage überhaupt etwas geschützt werden kann. Nun ja, ich muss jetzt Schluss machen. Wir melden uns später wieder. Gute Reise. Eure Hoheit? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Winter. Wir müssen zurück. Auf Coruscant stimmt etwas nicht. Meinst du damit dieses Gerede über Akbars Familie? Genau. Wenn ich Winter richtig verstanden habe, greift Feliya nach Akbars Posten. Komm schon, 3PO. Du musst das Schott hinter uns verriegeln. Captain Solo, ich muss erneut gegen dieses ganze Arrangement protestieren. Ich habe wirklich das Gefühl, dass meine Rolle als Prinzessin Leia... Schon gut, schon gut. Sobald wir zurück sind, wird Lando dich wieder umprogrammieren. Dann ist alles schon vorbei? Ich denke, du hast Winter gesagt... Das war für den Fall, dass jemand mithört. Sobald wir hier den Kontakt geknüpft haben, kehren wir zurück. Vielleicht holen wir auch Leia von Kashyyyk ab. So schlimm? Schwer zu sagen. Du hättest dir mit Winter einen besseren Code einfallen lassen sollen. Wir hätten uns überhaupt einen Code einfallen lassen sollen. Ich nehme an, mit den Nachbarn ist das Imperium gemeint. Richtig. Winter hätte eigentlich davon hören müssen, wenn Akbar die undichten Stellen gefunden hätte. Aber dann ist es doch sehr gefährlich, jetzt zurückzukehren, oder? Ja, aber wir müssen das Risiko eingehen. Ohne Leia als Friedensstifterin wird Feliya dem Rat alle Vollmachten abpressen können, die er verlangt. Sieh an. Ist die Zivilisation doch noch nach Abrigado gekommen? Ha, der Raumhafen hier war schon früher schlimmer als Mos Eisley auf Tatooine. Aber dass sich hinter der Landegrube solch eine hübsche, saubere Stadt befindet, hätte ich nicht erwartet. Oh. Was ist? Sieht aus, als hätte bei der Landegrube da hinten jemand Schwierigkeiten. Planetare Sicherheitsbeamte mit leichten Panzerwesten und Blastergewehren. Hoffen wir, dass sie nicht hinter unserem Kontaktmann her sind. Wo sollen wir uns überhaupt mit ihm treffen? Dort drüben im Lobu. Wir sollen uns an einen der Tische setzen und warten. Er wird dann Verbindung mit uns aufnehmen. Wow, der Laden ist größer als ich dachte. Komm, hier ist ein Tisch frei. Guten Tag, meine Herren. Was kann ich für Sie tun? Einen Negrigur Omikwein. Eine halbe Karaffe von dem 49er, wenn Sie den haben. Natürlich. Vielen Dank, meine Herren. Gehört dir das zum Erkennungszeichen? Nein, aber da ich einen guten Negrigur Omikwein zu schätzen weiß... Und da Coruscant für alles bezahlen wird... Genau. Ihr Wein, darf es noch etwas sein? Im Moment nicht, danke. Danke. Also schön. Warten wir. Dürf doch mal einen unauffälligen Blick zu dem Sabaktischen der Ecke. Ist der zweite Bursche von rechts vielleicht unser Mann? Du bist doch häufiger mit ihm zusammen gewesen. Du meinst vor diesem verhängnisvollen Sabak-Spiel mit dir? Hey, du trauerst doch nicht etwa immer noch dem Falten nach, oder? Nein, wahrscheinlich nicht. Viel trauriger ist, dass ich gegen einen Amateur verloren habe. Aber ich gebe zu, dass ich hinterher manche Nächte wachgelegen und über Rachepläne gebrütet habe. Vielleicht fühlst du dich besser, wenn ich dir sage, dass wir vermutlich jetzt nicht hier sitzen würden, wenn du den Falken nicht an mich verloren hättest. Der erste Todesstern des Imperiums hätte Yavin vernichtet und dann die Allianz Planeten für Planeten auseinandergenommen. Das wäre dann das Ende gewesen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mit Leuten wie Akbar und Leia... Ach, Leia wäre längst tot. Sie war schon auf dem Weg zur Hinrichtung, als Luke, Chui und ich sie aus dem Todesstern befreiten. Ihr geht es gut, Herr. Macht ihr keine Sorgen. Oh. Was ist? Da sind weder planetare Sicherheitsbeamte. Das erklärt natürlich, warum sich Torf an seinem Sabak-Tisch versteckt. Und sich alle Mühe gibt, uns zu ignorieren. Wenn Torf etwas mit der Razzia in der Landegrube zu tun hatte, weißt du noch, wie die Nummer der Landegrube war? 63, glaube ich. Bedienung? Ja, mein Herr. Geben Sie mir 20 Sabak-Chips, ja? Natürlich. Du willst doch nicht etwa rübergehen, oder? Halt dich bereit. Bis jetzt scheinen sie ihn nur zu beobachten. Vielleicht können wir mit ihm verschwinden, ehe ihre Kollegen eintreffen. Und wenn nicht? Dann versuche ich's mit einem Ablenkungsmanöver. Und wir treffen uns am Falken. Einverstanden. Viel Glück. Sie sind der Kartengeber, Meister? Äh, tut mir leid, ich bin's nicht. Wir haben schon angefangen. Sie müssen bis zur nächsten Runde warten. Wieso? Sie haben doch noch nicht mal gesetzt. Na kommen Sie, geben Sie mir schon meine Karten. Hier. Ach, also gut. So gefällt's mir. Lässt einen richtig in Erinnerung schwelgen. Zu Hause habe ich die Jungs mit den langen Nasen, die sie dauernd in andere Leute Angelegenheiten stecken, jedes Mal ausgenommen. Haben Sie ja. Nun, Sie spielen hier mit Männern, nicht mit kleinen Jungs. Vielleicht läuft's heute ganz anders. Ich bin kein Amateur. Ich habe, na allein im letzten Monat, 63 Spiele gewonnen. Klingt nach einer lohnenden Zahl. Sind Sie zum höchsten Einsatz bereit? Ich bete bis zum Ende mit. Vielleicht nehme ich Sie beim Wort. Hey, das ist bestimmt alles sehr interessant. Aber einige von uns würden trotzdem gerne Karten spielen. Der Einsatz beträgt vier. Sicher? Vier zum Sehen. Und ich erhöhe um zwei. Betrüger! Was zum... Ganz ruhig. Geben Sie die Waffe her. Sie sind ein Betrüger, Sir. Wovon reden Sie? Sie wissen genau, wovon ich rede. Diese Karte. Geben Sie her. Man muss sie nur an der richtigen Stelle antippen und schon wandelt sich das Blatt. Ich wusste es. Gezinkt! Das stimmt nicht. Das ist die Karte, die ich bekommen habe. Wenn sie gezinkt ist, dann ist es nicht meine Schuld. Zur Seite, Reverend. Wir kümmern uns schon darum. Reverend? Reverend? Bestimmt hat er die Karte, die er bekommen hat, irgendwo versteckt. Wo ist sie, Betrüger? Ich brauche keine gezinkten Karten, um beim Sabak zu gewinnen. Wenn ich eine hatte, dann deshalb, weil sie mir gegeben wurde. Das werden wir ja sehen. Ihre Karten, Sir, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Wovon reden Sie überhaupt? Warum sollte ich jemandem gezinkte Karten geben? Außerdem gehören sie dem Haus. Sehen Sie? Nun, wir können das überprüfen. Und dann werden wir Sie und Sie durchsuchen und feststellen, wer eine Karte versteckt hat. Bewegen Sie sich nicht, während ich Sie scanne, klar? Klar. Nichts. Nichts? Er hat einen Blaster, einen Kommunikator und eine ID-Karte. Mehr nicht. Dann den Geber. Nicht bewegen. Ich protestiere. Ich bin ein Bürger der Klasse Doppel-A. Sie haben kein Recht dazu. Er ist ebenfalls sauber. Vielleicht ist das ganze Casino ein einziges Betrüger-Nest. Vielleicht... Der Kerl, der neben mir gesessen hat. Wo ist der? Welcher Kerl? Er hat recht. Wo ist der hin? Ah, schön Sie wiederzusehen, Torf. Gleichfalls, Solo. Ich habe mich bereits bei Kailrissian bedankt, möchte Ihnen aber auch noch danken. Für die Warnung und für die tatkräftige Hilfe. Ich stehe in Ihrer Schuld. Kein Problem. Ich schätze, das Schiff in Grube 63 ist tatsächlich Ihr Schiff. Es gehört meinem Chef, ja. Sie müssen einen Tipp bekommen haben. Jedenfalls ist es schön zu sehen, dass er immer noch zusammenarbeitet. Verdammt viele Teams haben sich in den letzten Jahren aufgelöst. Vor allem seit Jabba tot ist. Nun, eigentlich arbeiten wir wieder zusammen. Während des Krieges hat es uns auf dieselbe Seite verschlagen. Vorher... Vorher wollte ich ihn umbringen. War aber nicht so ernst gemeint. Lassen Sie mich raten. Es ging um den Falken, stimmt's? Wie ich hörte, haben Sie ihn gestohlen, Solo. Also, gestohlen? Es war nicht gerade ein richtiger Diebstahl, kam dem aber sehr nahe. Ich hatte damals eine kleine halblegale Clearingstelle für gebrauchte Schiffe. Und bei einem Sabakspiel mit Haaren ging mir das Geld aus. Ich bot ihn im Fall des Sieges ein Schiff seiner Wahl an. Eigentlich hatte ich erwartet, dass er eine der spritzigen, krumm verzierten Yachten nehmen würde, die bei mir verstaubten, und nicht den Frachter, den ich für mich getunt hatte. Natürlich haben Sie das alles längst gewusst, stimmt's? War nicht so gemeint, Solo. Aber ich muss meine Kunden kennen, ehe ich mit ihnen Geschäfte mache. Ich muss wissen, ob sie ehrlich sind oder nicht. Leute, die bei ihrer Vergangenheit lügen, die lügen auch beim Geschäft. Ich schätze, wir haben die Prüfung bestanden. Mit Auszeichnung. Also, was kann Talon Karde für euch tun? Ich möchte Karde einen Handel vorschlagen. Die Chance, direkt mit der Neuen Republik zusammenzuarbeiten. Ich habe gehört, dass Sie es schon bei einigen anderen Schmugglergruppen versucht haben. Die meisten glauben an einen Trick. Sie fürchten, dass sie sie herauslocken und dann Akbar ausliefern wollen. Ach, das stimmt nicht. Akbar ist von der Idee nicht gerade begeistert, aber er hat sie akzeptiert. Wir brauchen mehr Schiffe. Und Schmuggler haben Schiffe. Klingt interessant. Natürlich kann ich nicht allein die Entscheidung treffen. Dann bringen Sie uns zu Karde. Lassen Sie uns direkt mit ihm reden. Tut mir leid, aber er ist im Moment im Hauptquartier. Fremde haben dort keinen Zutritt. Und wie wollen Sie zurückkommen? Mit den richtigen Papieren könnte ich Ihr Schiff frei bekommen, ehe jemand überhaupt merkt, was passiert ist. Sie? Ich bin sicher, dass ich es schaffe. Und der Haken? Kein Haken. Ich möchte nur, dass Sie uns zu Ihrem Hauptquartier bringen und wir 15 Minuten mit Karde reden können. Außerdem sind wir keine Fremden. Ich habe Karde einmal getroffen und Han und ich haben schon seit Jahren militärische Geheimnisse der Allianz für uns behalten. Man kann uns vertrauen. Ich werde Ärger bekommen. Aber ich schätze, ich bin es Ihnen schuldig. Allerdings werde ich die Navigation übernehmen und die Kursdaten werden später von mir gelöscht. Einverstanden. Wann brechen wir auf? Sobald Sie bereit sind. Vorausgesetzt, Sie wollen Ihre restlichen Chips nicht vorher verspielen. Nicht, wenn mir religiöse Fanatiker im Nacken sitzen. Ja, der Reverent hat eine gute Show geliefert, nicht wahr? Eine Show? Kannten Sie ihn etwa? Er ist mein Verbindungsmann zu dem Bergklan. Aber ohne eure Hilfe hätte er nicht so einen Wirbel machen können. Dann stammte die gezinkte Karte also von ihm? Na klar. Ha, so viel zu den Heldentaten. Mara, kommen Sie rein. Schwierigkeiten? Finn Torf hat sich soeben gemeldet. Er befindet sich im Anflug mit zwei Gästen. Den ehemaligen Generälen der Neuen Republik Lando Calrissian und Han Solo. Was wollen Sie? Offenbar nur mit mir reden. Torf ist bei Ihnen an Bord. Als Geisel? Ich glaube nicht. Er hat die richtigen Losungsworte genannt. Sein Schiff liegt immer noch auf Abrigado, von den lokalen Behörden beschlagnahmt. Offenbar haben Calrissian und Solo Torf vor einem ähnlichen Schicksal bewahrt. Sie werden Ihnen doch nicht Skywalker übergeben, oder? Lebend, meinen Sie? Ich dachte, ich hätte klargemacht, dass er hier bleibt, bis ich weiß, warum Admiral Thrawn so sehr an ihm interessiert ist. Aber seine Freunde werden in ein paar Minuten hier sein. Skywalker muss an einen sicheren Ort gebracht werden. Schaffen Sie ihn in den Lagerschuppen Nummer 4. Dort befindet sich auch Sandroide. Der Schuppen hat zwei Räume. Sperren Sie ihn in den anderen. Wenn Sie Skywalker fortgeschafft haben, verstecken Sie seinen X-Flügler unter den Bäumen. Aber nicht weiter als einen halben Kilometer entfernt. Ich möchte nicht, dass Sie sich allein tiefer in den Wald wagen, als unbedingt nötig. Können Sie einen X-Flügler fliegen? Ich kann alles fliegen. Gut. Dann machen Sie sich an die Arbeit. Der Millennium-Falke wird in weniger als 20 Minuten landen. Hier rein. Sieht gemütlich aus. Ist wahrscheinlich auch sehr ruhig. Ideal zum Meditieren. Wir bringen Ihnen später eine Liege und etwas zu essen. Im Moment bin ich zufrieden. Glauben Sie, das interessiert mich? Zumindest ist kein Rancor hier. Ich kann die Tür nicht öffnen. Es gibt keine Fenster. Aber draußen gab es eine andere Tür. Vielleicht ist ja hinter diesen Kisten eine Klappe oder ein Durchgang. Wer sagt's denn? Eine Multi-Steckdose. Mal sehen, wie ich die aufbekomme. R2, bist du das? Ruhig, R2. Ich werde versuchen, diese Steckdose aufzuschrauben. Ist deine Tür abgeschlossen? Ein Riegel? Oder ein Haken? Mach dir nichts draus. Wenn der Draht hier bis zur Tür reicht, kann ich das Schloss knacken. Dann können wir beide verschwinden. Hör! Ich hab mich nur erschreckt. Ich habe gerade einen der Drähte berührt. Ich dachte, ich bekomme einen Schlag. Ja, die haben mitgedacht und die Stromversorgung unterbrochen. Und ohne Strom kann ich nicht... Moment mal. Meine rechte Hand? Ja, meine künstliche Hand ist batteriebetrieben. R2, kennst du dich mit kybernetischen Gliedmaßen aus? Ich muss nur an eine der Batterien herankommen. Kannst du mich entsprechend anleiten? Gut, dann versuchen wir's. Ihr Angebot ist sehr interessant. Aber ich fürchte nicht für meine Organisation. Darf ich fragen, warum? Weil bestimmte Gruppen den Eindruck bekommen könnten, dass wir Partei ergriffen haben. Verstehe. Ich würde Sie gern davon überzeugen, dass es Möglichkeiten gibt, unsere Vereinbarung vor Ihren anderen Klienten geheim zu halten. Ich fürchte, Sie unterschätzen den Geheimdienst des Imperiums, Captain Solo. Er weiß wesentlich mehr über die Aktionen der Republik, als Sie vielleicht glauben. Aha. Das erinnert mich an etwas, das ich Sie ohnehin fragen wollte. Lando sagte, dass Sie vielleicht einen Hacker kennen, der gut genug ist, um diplomatische Codes zu knacken. Interessante Bitte. Vor allem, wenn Sie von jemandem kommt, der eigentlich Zugang zu derartigen Codes haben sollte. Wird in den oberen Rängen der Neuen Republik bereits intrigiert? Es ist eine rein persönliche Angelegenheit. Jedenfalls größtenteils persönlich. Ah. Wie es der Zufall will, erwarte ich einen der besten Hacker der Branche gleich zum Essen. Sie kommen doch auch, oder? Ach, wir möchten Ihnen nicht zur Last fallen. Sie fallen mir nicht zur Last. Meistens haben wir so viel zu tun, dass wir das Mittagessen ausfallen lassen müssen und zum Ausgleich das Abendessen auf den Nachmittag vorverlegen. Ich kann mich noch gut an meine wundervolle Schmugglerzeit erinnern. Man konnte froh sein, überhaupt zwei Mahlzeiten am Tag zu bekommen. So ist es. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Nein, ich habe auf jeden Fall zugestimmt. Guten Abend. Darf ich Ihnen Calrissian und Solo vorstellen, die heute Abend mit uns essen werden? Drei meiner Mitarbeiter, Wade Warren, Chin und Gent. Gent ist der Hacker, den ich erwähnt habe. Wahrscheinlich der beste, den es gibt. Und Marajit haben Sie bereits bei Ihrer Ankunft kennengelernt. Setzen Sie sich. Dieser Hacker ist ja noch ein halbes Kind. Sieht so aus. Sie sind also Han Solo? Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen. Es ist ja schön, berühmt zu sein, aber vergiss nicht, dass du die meisten Geschichten nur vom Hörensagen kennst. Und jedes Mal, wenn sie weitererzählt werden, werden sie aufgebauscht. Sie sind zu bescheiden. Zum Beispiel wäre es schwierig, hier einen Zwischenfall mit den zygerianischen Sklavenhändlern aufzubauschen. Zygerianische Sklavenhändler? Es war nicht so wichtig. Er hat mit Chewbacca ein zygerianisches Sklavenhänderschiff angegriffen. Die beiden ganz allein. Die Zygerianer hatten solche Angst, dass sie das Schiff aufgaben. Es waren eher Piraten als Sklavenhändler. Und sie hatten keine Angst vor mir. Sie gaben mir das Schiff auf, weil ich ihnen erzählte, dass ich 20 Sturmtruppler bei mir hätte und an Bord kommen würde, um ihre Lizenz zu überprüfen. Und das haben sie dir abgekauft? Ich habe damals eine geklaute imperiale ID benutzt. Aber wissen Sie, was er dann getan hat? Er hat das Schiff den Sklaven übergeben, die sie im Laderaum entdeckt haben. Es ihnen einfach übergeben. Einfach so. Zusammen mit der Fracht. Tja, du hast die, mein großes Herz. Die Fracht bestand aus Piratenplunder. Außerdem war Chewie bei mir. Und du weißt, was er von Sklavenhändlern hält. Oh, entschuldigen Sie mich. Probleme? Ich hoffe nicht. Es dauert bestimmt nur ein paar Minuten. Genießen Sie ruhig weiter Ihr Essen. Mara? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich habe sie schon einmal gesehen. Diese Mara? Ich weiß nicht wo, aber ich weiß, dass ich sie schon einmal gesehen habe. Und ich glaube nicht, dass sie damals eine Schmugglerin war. Nun, hoffentlich fällt es dir bald wieder ein. Vielleicht müssen wir schnell von hier verschwinden. Er kam vor rund zehn Minuten aus dem Hyperraum. Zwei Minuten später meldete sich Captain Pelleon und verlangte, sie persönlich zu sprechen. Irgendwelche Anzeichen von Landungsbooten oder Jägern? Bis jetzt noch nicht. Aber nach dem Anflugwinkel zu urteilen, wird er bald welche ausschleusen. Vermutlich werden sie in diesem Teil des Waldes landen. Der Besuch erfolgt zu einem interessanten Zeitpunkt. Werden Sie mit ihm sprechen? Ich schätze, ich habe keine Wahl. Captain Pelleon, hier spricht Talon Karde. Tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Captain Karde. Ich bin Großadmiral Thrawn. Guten Tag, Admiral. Welch unverhoffte Ehre. Darf ich fragen, was Sie wünschen? Sicherlich können Sie sich das zum Teil schon denken. Wir benötigen noch mehr Isalamiri. Und ich möchte Sie um Ihre Erlaubnis bitten, sie an Bord zu nehmen. Gewiss. Sie scheinen ja einen großen Verschleiß zu haben, wenn Sie die Bemerkung gestatten. Haben Sie Probleme, sie am Leben zu erhalten? Sie leben alle noch. Wir brauchen einfach mehr. Ah, ich verstehe. Das bezweifle ich. Aber das spielt keine Rolle. Mir kam der Gedanke, Captain, dass wir meinen Besuch zu einem kleinen Plausch nutzen sollten. Aha. Worüber wollen Sie mit mir reden? Ich bin sicher, dass wir Themen von gegenseitigem Interesse finden werden. Zum Beispiel bin ich an neuen Kriegsschiffen interessiert. Kriegsschiffe? Ja. Ein Mann mit Ihren Verbindungen sollte in der Lage sein, welche aufzutreiben. Ich bezweifle, dass meine Kontakte so weitreichend sind, Admiral. Ich glaube nicht, dass wir Ihnen helfen können. Sie werden es auf jeden Fall versuchen. Und dann ist da noch Ihre Weigerung, sich an der Suche nach Luke Skywalker zu beteiligen. Es tut mir leid, dass wir nicht in der Lage waren, Ihnen zu helfen, Admiral. Wie ich schon Ihrem Abgesandten erklärte, waren wir sehr beschäftigt. Wir konnten zu diesem Zeitpunkt einfach keine Schiffe entbehren. Zu diesem Zeitpunkt, sagen Sie? Aber die Suche ist noch immer im Gang, Captain. Noch immer im Gang? Aber Ihr Abgesandter sagte, dass Skywalker einen Ex-Flügelsternjäger flog. Wenn Sie ihn bis jetzt noch nicht gefunden haben, hat sein Lebenserhaltungssystem bestimmt versagt. Ah, ein Missverständnis. Vielleicht können wir diese Angelegenheit nach meiner Ankunft auf Merkur besprechen. Drei Fähren der Lambda-Klasse und ein ganzes Geschwader Thai-Jäger haben die Chimäre verlassen und nähern sich der Planetenoberfläche. Ich freue mich auf unsere persönliche Begegnung. Sagen Sie Chin, dass wir imperiale Gäste erwarten. Er soll die entsprechenden Vorbereitungen zu Ihrem Empfang treffen. Dann gehen Sie hinüber zu Landebahn 8 und sorgen dafür, dass Aves den Millennium-Falken fortschafft. Gehen Sie persönlich hin. Vielleicht hören die Chimäre und ihre Fähren unsere KOM-Verbindungen ab. Was ist mit Solo und Calrissian? Bringen Sie sie mit Ihrem Schiff in den Wald. Am besten kümmere ich mich selbst darum. Skywalker und der Droide dürften im Schuppen 4 in Sicherheit sein. Und wenn Thrawn die Basis durchsuchen lässt? Dann sind wir in Schwierigkeiten. Wie war das noch mit diesen großen Sternenschiffen? Sie haben doch alles mit angehört. Ich weiß. Ich meinte Ihre Reaktion darauf. Na, ich hatte gehofft, man hätte es mir nicht angemerkt. Hat man auch nicht. Fragen Sie mich später noch einmal. Wir haben jetzt keine Zeit dafür. Komm jetzt! Zum Schiff geht's in diese Richtung. Kommst du mit dem Terrain zurecht? Okay, behalte die Gebäude im Auge. Bleib stehen. Da ist der Wartungshanger. Nein, ich weiß auch nicht, wo sie meinen Jäger hingeschafft haben. Kannst du ihn mit den Sensoren orten? Wir hätten sowieso irgendwo auf dem Planeten landen und ein Schiff mit funktionierendem Hyperantrieb suchen müssen. Nehmen wir einfach eins von denen dort. Nur eine korillanische Corvette und ein kleiner Frachter. Aber da sind auch zwei Jäger. Komm, aber leise. Keine Sorge, R2. Ich werde dich zwischen zwei der Sitze klemmen und festbinden. Das Schiff scheint startbereit zu sein. Sehr gut. Mit etwas Glück sind wir von hier verschwunden, ehe jemand etwas bemerkt. Aber was? Moment mal. Ich hätte es mir denken können. Skywalker. Alles okay, R2? Ich fürchte, wir sind in Schwierigkeiten. Sternzerstörer in der Umlaufbahn. Und einer von Kardis Jägern. Direkt hinter uns. Sieht so aus, als hätte man uns entdeckt. Festhalten! Nein, so entkommst du mir nicht. Diese Dinger beherrsche ich besser, Skywalker. Tut mir leid, aber dicht über den Baumwipfeln zu bleiben, ist im Moment unsere einzige Chance. Irgendetwas stört die Orttungs- und Navigationssensoren. Kannst du sehen, wo der andere Jäger ist? Ich habe... Er ist direkt hinter uns. Festhalten! Achtung, ich versuche jetzt... Ja, es hat die Cockpit-Taube zerschlagen. Wir gehen runter. Ich kann nicht... Willkommen in unserem kleinen Winkel von Merker. Ich bin Talon Karde. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich muss mich für den improvisierten Empfang entschuldigen. Wir haben nicht oft Besucher von Ihrem Rang zu Gast. Dies ist... ...wahr, muss ich sagen, unsere private Operationsbasis. Natürlich. Interessantes Drama, das sich vor ein paar Minuten weiter westlich abgespielt hat. Erzählen Sie mir davon. Nur ein kleines internes Problem. Ein ehemaliger und bedauerlicherweise unzufriedener Mitarbeiter ist in einen unserer Lagerschuppen eingebrochen und hat sich mit seinem Diebesgut davon gemacht. Einer meiner Mitarbeiter verfolgt ihn. Hat ihn verfolgt. Oder wissen Sie nicht, dass beide abgestürzt sind? Ähm... Ich wusste es nicht, nein. Unsere Sensoren. Der Metallgehalt der Bäume stört Sie. Wir waren in einer besseren Position. Zunächst hat das erste Schiff die Bäume berührt, dann den Verfolger in seinem Sog mitgerissen. Ich nehme an, der Verfolger war etwas Besonderes. Alle meine Mitarbeiter sind etwas Besonderes. Entschuldigen Sie mich bitte für einen Moment. Ich muss ein Rettungsteam alarmieren. Gestatten Sie. Commander. Sir. Nehmen Sie sich ein paar Männer und fliegen Sie zur Absturzstelle. Untersuchen Sie die Wracks und bringen Sie die Überlebenden zurück. Und alles, was normalerweise nicht an Bord eines Blitzjägers gehört. Jawohl, Sir. Ich weiß Ihre Hilfe sehr zu schätzen, Admiral, aber es ist wirklich nicht notwendig. Im Gegenteil, Käpt'n. Durch Ihre Hilfe beim Einfang der Isalamiri stehen wir in Ihrer Schuld. Wie könnten wir Sie besser abtragen? Ja, wie? Und jetzt werden Sie mich gewiss herumführen wollen. Sieht aus, als würden die Sturmtruppen abziehen. Zumindest einige. Sie kehren in eine der Fähren zurück. Habt ihr hier oft imperiale Besucher? Hier nicht. Sie sind ein oder zweimal im Wald gewesen, um ein paar Isalamiri zu fangen, aber nie zur Basis gekommen. Zumindest nicht, während ich da war. Isalamiri? Was ist das? Kleine, pelzige Schlangen mit Beinen. Ich weiß nicht, was Sie mit ihnen vorhatten. Hört mal, können wir jetzt nicht zurück zum Schiff gehen? Kader hat mir gesagt, ihr sollt dort warten, weil ihr da sicherer seid. Vielleicht hat es etwas mit dem Jäger zu tun, der abgestürzt ist, als Kader uns fortbringen ließ. Oder mit dem Gefangenen. Kader und Mara haben ihn in einem der Schuppen eingesperrt. Vielleicht ist er entkommen. Können wir jetzt bitte zurück? Seit wann hat Kader Gefangene? Vielleicht seit er mit den Führern zusammenarbeitet. Wir arbeiten nicht mit den Führern zusammen. Nun, zumindest mit einem. Dieser kleine graue Kerl dort hinten bei den Imperialen. Das ist einer der Fremden, die versucht haben, mich und Leia zu entführen. Was? Bist du sicher? Er gehört auf jeden Fall zu dieser Rasse. Wir hatten damals keine Zeit, sie nach ihrem Namen zu fragen. Dieser Gefangene. Wer war er? Ich weiß es nicht. Sie haben ihn vor ein paar Tagen mit der wilder Karde hergebracht und in den Baracken gesperrt. Als die Imperialen ihren Besuch ankündigten, wurde in einen der Schuppen geschafft. Keiner von uns durfte in seine Nähe oder Fragen über ihn stellen. Es könnte jemand sein, den Sie nicht in die Hände der Imperialen fallen lassen wollen. Vielleicht ein Überläufer, der in die neue Republik will. Ich mache mir im Moment mehr Sorgen darüber, dass sie ihn aus der Baracke geschafft haben. Das könnte bedeuten, dass die Sturmtruppen länger bleiben werden. Karde hat nichts davon erwähnt. Karde weiß es vielleicht noch nicht. Glaub mir, ich weiß, wie Geschäfte mit den Sturmtruppen enden können. Sieht aus, als würden sie reingehen. Hm. Irgendeine Vorstellung, wer der Busche mit den roten Augen ist? Ich glaube, er ist ein Großadmiral. Er hat vor einer Weile das Kommando über die Imperialen übernommen. Ein Großadmiral? Ja. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich schätze, du hast keine Unterlagen über die Imperialen Großadmirale auf dem Falken, oder? Nein. Aber es gibt welche auf Coruscant. Da, sie sind fort. Es gibt nichts mehr zu sehen. Können wir bitte... Also schön. Gehen wir zum Falken zurück. Bist du in Ordnung, R2? Halte durch. Ich komme. Na? Alles okay? Die paar Beulen sind nicht weiter schlimm, ne? Am besten verschwinden wir von hier. Das andere Schiff kann jederzeit mit einem Suchtrupp zurückkommen. Moment mal. Das ist der Jäger, der uns verfolgt hat. Er ist ebenfalls abgestürzt. Komm, Erzbo. Vielleicht braucht jemand unsere Hilfe. Das habe ich mir doch gedacht. Mara Jade. Hallo. Können Sie mich... Zurück. Sofort. Ich habe gerade einen sehr nervösen Zeigefinger. Ich dachte mir schon, dass Sie kommen würden. Sind Sie verletzt? Das geht Sie nichts an. Wie ich sehe, haben Sie noch immer mein Laserschwert. Im Fach über der Ausstiegsluke liegt ein Koffer. Holen Sie ihn. Hier ist er. Darfeln Sie ihn raus. Und jetzt treten Sie zurück. Weg von dem Jäger. Soll ich Ihnen raushelfen? Das schaffe ich allein. Und nun? Wollen Sie zu Ende führen, was Sie begonnen haben? Sie haben uns in diese Lage gebracht, nicht ich. Mein einziger Fehler war es, Ihnen zu nahe zu kommen, als Sie die Bäume rammten. Bleiben Sie, wo Sie sind. Und halten Sie Ihre Hände so, dass ich Sie sehen kann. Wie Sie wollen. Klingt, als würde man uns abholen. Ich will, dass Sie und Ihr Droide... Rennen Sie unter die Bäume, alle beide. Ich sagte, rennt! Los, Erzro, beeil dich! Weiter, los, los! Wartet, das reicht. Verstecken Sie den Droiden und legen Sie sich hin. Okay, Erzro, bleib hinter diesem Baum. Beeilen Sie sich! Eine imperiale Fähre. Nicht rühren! Hey! Es ist nicht nötig, mir den Blaster gegen den Kiefer zu drücken. Keinen Laut! Die durchsuchen dir Wracks. Sie liefern mich nicht aus? Stille! Wenn die fertig sind, werden sie einen Sensor zurücklassen. Woher wissen Sie das? Weil die Sturmtruppen in derartigen Fällen immer so vorgehen. Und was machen wir jetzt? Wir stehen auf und machen uns davon. Bleiben Sie in Deckung und sorgen Sie dafür, dass Ihr Droide keinen Laut von sich gibt. Okay, Zeit für eine kleine Pause. Danke, dass Sie mich nicht an die Sturmtruppen ausgeliefert haben. Ich habe es nicht aus Menschenfreundlichkeit getan. Kade wird irgendeine plausible Erklärung für den Vorfall finden müssen. Und ich kann nicht einfach zu denen gehen, ehe ich nicht weiß, was für eine Geschichte er Ihnen erzählt. Warum funken Sie ihn nicht einfach an? Dann könnte ich mich auch direkt mit den Imperialen in Verbindung setzen. Wahrscheinlich überwachen Sie ohnehin den Funkverkehr. Drei Tage. Drei Tage bis wohin? Bis zum Waldrand, bis zur Zivilisation. Zumindest bis Hilliard City. Und wer von uns wird dort ankommen? Das ist eine gute Frage, nicht wahr? Hören Sie, Skywalker, ich will Sie schon seit langem töten. In jenem ersten Jahr habe ich jede Nacht davon geträumt, Sie umzubringen. Davon geträumt, es geplant. Ich muss tausend verschiedene Pläne geschmiedet und wieder verworfen haben. Von mir aus nennen Sie es eine Trübung meines Urteilsvermögens. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt. Der Wunsch, Sie zu töten, ist der einzige Gefährte, den ich habe. Was habe ich Ihnen getan? Sie haben mein Leben zerstört. Es ist nur gerecht, dass ich Ihres zerstöre. Bekommen Sie Ihr altes Leben zurück, wenn Sie mich töten? Sie wissen, dass es nicht so ist. Aber ich muss es trotzdem tun. Für mich. Für... Ich wünschte fast, ich könnte es noch eine Weile hinaus zögern. Aber ich habe keine Zeit zu verschwenden. Warten Sie einen Moment. Sie sagten, Sie müssten herausfinden, was Kade den Imperialen erzählt hat. Was wäre, wenn ich eine sichere Komp-Verbindung zu ihm herstellen könnte? Wie? Der Kommunikator im Überlebenspack. Ist seine Reichweite groß genug, um bis zur Basis durchzudrücken? Okay. Zeit für eine kleine Pause. Danke, dass Sie mich nicht an die Sturmtruppen ausgeliefert haben. Ich habe es nicht aus Menschenfreundlichkeit getan. Kade wird irgendeine plausible Erklärung für den Vorfall finden müssen. Und ich kann nicht einfach zu denen gehen, ehe ich nicht weiß, was für eine Geschichte er Ihnen erzählt. Warum funken Sie ihn nicht einfach an? Dann könnte ich mich auch direkt mit den Imperialen in Verbindung setzen. Wahrscheinlich überwachen Sie ohnehin den Funkverkehr. Drei Tage. Drei Tage bis wohin? Bis zum Waldrand, bis zur Zivilisation. Zumindest bis Hylia City. Und wer von uns wird dort ankommen? Das ist eine gute Frage, nicht wahr? Hören Sie, Skywalker, ich will Sie schon seit langem töten. In jenem ersten Jahr habe ich jede Nacht davon geträumt, Sie umzubringen. Davon geträumt, es geplant. Ich muss tausend verschiedene Pläne geschmiedet und wieder verworfen haben. Von mir aus nennen Sie es eine Trübung meines Urteilsvermögens. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt. Der Wunsch, Sie zu töten, ist der einzige Gefährte, den ich habe. Was habe ich Ihnen getan? Sie haben mein Leben zerstört. Es ist nur gerecht, dass ich Ihres zerstöre. Bekommen Sie Ihr altes Leben zurück, wenn Sie mich töten? Sie wissen, dass es nicht so ist. Aber ich muss es trotzdem tun. Für mich. Für... Ich wünschte fast, ich könnte es noch eine Weile hinaus zögern. Aber ich habe keine Zeit zu verschwenden. Warten Sie einen Moment. Sie sagten, Sie müssten herausfinden, was Kade den Imperialen erzählt hat. Was wäre, wenn ich eine sichere Kumpfverbindung zu ihm herstellen könnte? Wie? Der Kommunikator im Überlebenspack. Ist seine Reichweite groß genug, um bis zur Basis durchzudringen? Die Imperialen und jeder andere in dieser Hemisphäre werden alles mithören können. Ich kann die Nachricht so verschlüsseln, dass niemand Sie entziffern wird. Oder besser gesagt, R2 kann es. Wenn der Code so gut ist, wie soll ihn dann Kade entschlüsseln? Das muss er nicht. Das erledigt der Computer meines X-Flüglers. Sie wollen mich nur hinhalten. Das schafft Ihr Computer nie. R2 ist der einzige Droide, der seit fünf Jahren und fast 3000 Flugstunden mit diesem Computer zusammenarbeitet. Er hat inzwischen seine Persönlichkeit angenommen. Ich weiß es. Unsere Wartungstechniker müssen immer ein Diagnoseprogramm durchlaufen lassen, um sie überhaupt verstehen zu können. Normalerweise werden die Speicherbänke von Droiden alle sechs Monate gelöscht und neu programmiert, um so etwas zu verhindern. Ich mag R2 so, wie er ist. Und er arbeitet auf diese Weise besser mit dem X-Flügler zusammen. Ihr Schiff steht weit draußen im Wald. Wie soll die Botschaft Kade erreichen? Jemand wird früher oder später das Schiff überprüfen. Wir müssen nur die Botschaft abspeichern lassen und dafür sorgen, dass sich der Computer bemerkbar macht. Sie haben doch Leute, die einen Rechner anzapfen können, oder? Jeder Idiot kann einen Rechner anzapfen. Komisch, nicht wahr, dass dieser Plan nur funktioniert, wenn ich Sie beide am Leben lasse? Tut mir leid, dass Sie Ihre Mahlzeit so abrupt unterbrechen mussten. Normalerweise behandeln wir unsere Gäste besser. Was war denn los? Einige Leute, mit denen ich in Geschäftsverhandlungen stehe, wollten sich die Basis ansehen. Ah, also arbeiten Sie inzwischen für das Imperium. Gent? Es tut mir leid, Sir. Sie wollten unbedingt sehen, was los war. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Wenn ich nicht daran interessiert bin, für die Republik zu arbeiten, dann erst recht nicht für das Imperium. Aber Sie kennen Ihren Commander persönlich. Informationen kosten Geld, Solo. Und was kostet der Name dieses Großadmirals? Im Moment ist der Name unverkäuflich. Vielleicht reden wir später noch einmal darüber. Danke. Aber ich glaube nicht, dass es ein später geben wird. Der Sternzerstörer hat die Umlaufbahn noch nicht verlassen. Jetzt zu starten würde bedeuten, das Schicksal herauszufordern. Ich werde dennoch zum Schiff zurückkehren, um ein paar Dinge zu überprüfen. Und dann kommen Sie wieder, oder? Wir bleiben noch etwas. Vertrauen Sie mir. Gut. Aber passen Sie auf sich auf. Die einheimischen Raubtiere wagen sich normalerweise nicht bis zur Basis. Doch es gibt Ausnahmen. Wir werden vorsichtig sein. Komm, Lando. Was willst du auf dem Falten eigentlich machen? Gar nichts. Aber es ist doch eine günstige Gelegenheit, einen Blick in Kades Lagerschuppen zu werfen. Vor allem in den, in dem der Gefangene eingesperrt war. Ende des dritten Teils. Star Wars. Erden des Imperiums. Vierter Teil. Eine aufgeschraubte Steckdose. Herausgerissene Drähte. Jemand hat hier ganze Arbeit geleistet. Hier drüben auch. Sieh dir das an. Die halbe Abdeckplatte ist weggeblastert worden. Innen ist das Schloss größtenteils intakt. Sieht aus, als hätte unser mysteriöser Gefangener hier herumgefummelt. Okay. Ich werde mich mal in dem Schuppen nebenan umsehen. Vielleicht... Oh, oh. Was ist? Ich schätze, wir haben uns eingesperrt. Die Tür öffnet sich nicht. Warte. Ich weiß, woran es liegt. Hier ist eine Batterie. Mal sehen, ob ich... So ist er also hier rausgekommen. Vielleicht gibt es nebenan noch mehr Spuren. Bin gleich wieder da. Viel Glück. Dann wollen wir doch mal sehen. Moment mal. Das sieht ja ganz so aus wie... Sie haben sich verirrt? Karre. Und General Calrissian ist offenbar verloren gegangen. Genau wie Ihr Gefangener. Verstehe. Gent hat geplaudert. Welchen Auftrag hat Ihnen Ihr Großadmiral gegeben? Geht es um Sklaverei oder nur um gelegentliche Entführungen? Ich habe weder mit Sklaverei noch mit Entführung zu tun, Solo. Was war das dann hier? Ein Zufall? Ich habe ihn nicht gebeten, in mein Leben zu treten. Ich wollte ihn auch nicht hier haben. Wie rührend. Was hat er getan? Ist er vom Himmel gefallen? Um offen zu sein, so ähnlich ist es tatsächlich gewesen. Wer war es? Diese Information ist unverkäuflich. Vielleicht müssen wir sie gar nicht kaufen. Ah, da sind sie ja. Haben Sie die andere Hälfte des Schuppens durchsucht? Sieh mal, Hahn, diese Batterie. Der Name des Herstellers ist klein, aber lesbar. Es ist das Warenzeichen der Sibahabadid. Eine bioelektrische Batterie? Genau die Sorte, die man, sagen wir, für eine künstliche Hand verwenden würde. Was soll das? Nehmen Sie den Blaster runter, Solo. Das da hinten sind Schleifspuren von den Rädern eines Astromechtroiden, Lando. Zweifellos die einer A2-Einheit. Oder was meinen Sie, Kade? Was wollen Sie denn hören? Dass Luke Skywalker der Gefangene war? In Ordnung, so war es. Wo ist er jetzt? Er ist mit einem meiner Blitzjäger geflohen und dabei abgestürzt. Er ist was? Ihm geht es gut. Oder zumindest ging es ihm noch vor ein paar Stunden gut. Mara Jade hatte ihn verfolgt und ist ebenfalls abgestürzt. Die Sturmtruppen haben beide Wracks durchsucht. Sie waren leer. Ich hoffe, dies bedeutet, dass sie zusammenarbeiten. Sie scheinen sich dessen nicht ganz sicher zu sein. Mara hat eine bestimmte... Nun, warum Wortklaubereien betreiben, um offen zu sein? Sie will ihn umbringen. Was? Warum? Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Wie ist er überhaupt hierher gekommen? Nun, Mara hat uns direkt zu seinem manövrierunfähigen Sternjäger geführt. Wie? Auch das weiß ich nicht. Bei der Flucht vor einem imperialen Sternzerstörer sind ihm beide Hyperantriebsmotivatoren durchgebrannt. Hätten wir ihn nicht gefunden, wäre er jetzt bereits tot. Stattdessen irrt er im Wald umher. Zusammen mit jemand, der ihn umbringen will. Ja, sie sind ein richtiger Held. Die Imperialen wollen Skywalker haben, Solo. Sie würden alles dafür tun. Wenn Sie genau überlegen, werden Sie feststellen, dass ich ihn nicht an Sie ausgeliefert habe. Sie werden außerdem bemerkt haben, dass ich Sie ebenfalls nicht ausgeliefert habe. Nehmen Sie also den Blaster runter. Okay, Karde. Was unternehmen wir wegen Luke? In der Nacht machen die Warnskurs den Wald unsicher. Und der Großadmiral lauert immer noch in der Umlaufbahn. Morgen? Wir werden darüber reden und einen Plan schweben. Haben Sie sie gefunden, Captain? Ich fürchte nein, Sir. Die Infrarotsensoren können die Baumwipfel nicht durchdringen. Haben Sie errechnen können, wo Sie aus dem Wald herauskommen werden? Im Grunde gibt es nur eine Möglichkeit. Eine Stadt namens Hilliard City, die am Rand des Waldes und direkt auf ihrem Weg liegt. Sie ist das einzige Bevölkerungszentrum im Umkreis von mehr als 100 Kilometern. Da Sie nur ein Überlebenspack dabei haben, müssen Sie dorthin. Ausgezeichnet. Ich möchte, dass Sie dort drei Schwadronensturmtruppen, ein halbes Geschwader Scoutflieger und drei leichte gepanzerte Fahrzeuge postieren. Sie sollen sofort aufbrechen. Ja, wohl, Sir. Sehen Sie, Carder hat uns belogen. Der Pilot des Verfolgerjägers hat sich während der Verfolgung nicht gemeldet. Carders Basis hat auch keine Verbindung mit ihm aufgenommen. Keine Berichte, kein Hilfersuchen, nichts. Nur absolute Funkstelle. Ihre Vermutung, Captain? Sie wollten nicht, dass wir es erfahren, Sir. Es könnte alle möglichen Dinge geben, die Sie vor Außenstehenden geheim halten wollen. Immerhin sind Sie Schmuggler. Bedenken Sie, dass sich Carder geweigert hat, bei der Suche nach Skywalker mitzumachen. Und die Tatsache, dass er an diesem Nachmittag meinte, die Suche wäre vorüber. Was sagt Ihnen das, Captain? Sie meinen, Skywalker war in diesem Blitzjäger? Eine interessante Spekulation, nicht wahr? Unwahrscheinlich, aber wahrscheinlich genug, um hier weiter nachzugehen. Jawohl, Sir. Aber wenn wir noch länger hierbleiben, werden wir den Angriff aufs Louis' Wahn verschieben müssen. Wir verschieben den Angriff aufs Louis' Wahn nicht. Dort beginnt unser Endsieg über die Rebellion. Und ich werde einen derart komplexen und weitreichenden Plan nicht ändern. Wenn sich Skywalker tatsächlich auf Mirker befindet, sollten drei Schwadronensturmtruppen genügen, um mit ihm fertig zu werden. Und mit Körde sollte er sich als Verräter erweisen. Erinnert mich an Endor. In der Nacht scheint jeder Wald lebendig zu werden. Oh, und ob er lebendig ist. Ich glaube, Erzwo hat etwas entdeckt. Was Sie nicht sagen. Ich hatte den Warnske längst entdeckt. Wirklich großartig, dass ihr Druide bei uns ist. Nun, ich hätte ohne ihn die Gefahr nicht bemerkt. Danke. Vergessen Sie es. Ich wollte nur sicher gehen, dass die Warnske sie nicht töten. Das ist mein Privileg. Was in aller Welt hat sich Mara bei dieser Botschaft nur gedacht? Ich weiß es nicht. Irgendetwas Kluges vermutlich. Ich hoffe nur, wir sind klug genug, um sie zu entschlüsseln. Sind Solo und Calrissian gut untergebracht? Sie sind zu ihrem Schiff zurückgekehrt. Ich fürchte, sie trauen uns nicht. Wer soll Ihnen das verübeln unter den gegebenen Umständen? Vielleicht können wir Sie überzeugen, dass wir auf Ihrer Seite sind, wenn wir Ihnen morgen Skywalkers Computer-Logbuch zeigen. Sind wir das denn? Wir haben jetzt keine Wahl mehr, Eves. Sie sind unsere Gäste. Das wird den Großadmiral aber gar nicht freuen. Ich möchte, dass Sie für morgen früh einen Suchtrupp zusammenstellen. Wahrscheinlich wird es sinnlos sein, aber wir müssen es versuchen. Was ist mit den Imperialen? Ich bezweifle, dass Sie weitersuchen werden. Dieses Schiff, das vor einer Stunde den Sternzerstörer verlassen hat, sah mir verdammt nach einer Angriffsfähre aus. Ich vermute, dass Sie in Hilliard City auf Mara und Skywalker warten werden. Was ist, wenn wir Sie nicht zuerst finden? Dann müssen wir Sie aus den Händen der Sturmtruppen befreien. Können Sie für diese Operation ein Team zusammenstellen? Kein Problem. Ich werde mal sehen, ob Ghent mit Maras Botschaft weitergekommen ist. Und anschließend legen Sie sich besser aufs Ohr. Morgen haben wir einen anstrengenden Tag vor uns. Irgendwas stimmt nicht. Ich bin in Gefahr. Chewie, bist du... Wo bist du? Los, zeig mir! Nein! Lass mich los! Valerius. Was... Was sollte das? Warum hast du mich losgelassen? Valerius. Chewie, warte! Nein! Töte ihn nicht! Warte, Chewie! Der rührt sich vorerst nicht mehr. Ich brauche ihn lebend. Lea Organa Solo. Valerius. Es gibt keine mehr. Die anderen drei sind erledigt. Bist du verletzt? Schockwaffen. Schockwaffen. Eine lautlose Waffe, aber sie haben zu tief für uns Wookies gezählt. Ich bin nur etwas schwach. Chewbacca ist es, wer verwundet ist. Chewie. Er hat recht. Wir müssen dich von hier fortschaffen, ehe es zu einem zweiten Angriff kommt. Wo ist Salporin? Er hat den Angriff nicht überlebt. Es tut mir leid. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Trauern. Du musst zurück zu deinem Schiff. Aber nicht direkt. Ich möchte mit Lea Organa Solo sprechen. Ich möchte... Mir gefällt es auch nicht. Aber er hat plötzlich seinen Angriff eingestellt. Ich möchte wissen, ich muss wissen, was das alles zu bedeuten hat. Du kannst von hier aus alles sehen und hören. Hier, nimm meinen Blaster. Das Laserschwert behalte ich am Gürtel. Komm nur herein, wenn es Schwierigkeiten gibt. Ich bin Lea Organa Solo. Du wolltest mich sprechen? Deine Hand. Darf ich? Ich war kein Irrtum. Was? Warum fällst du auf die Knie? Ich bitte um Vergebung, Lea Organa Solo. Für meine Untaten. Unsere Befehle haben dich nicht identifiziert. Man hat uns nur deinen Namen genannt. Äh... Ich verstehe. Aber jetzt weißt du, wer ich bin. Du bist die Malerius, die Tochter und Erbin des Lord Darth Vader. Ihr war unser Herr. Euer Herr? Er kam zu uns in unserer dunkelsten Stunde. Er erlöste uns vom Übel und gab uns neue Hoffnung. Du darfst dich erheben. Du darfst dich erheben. Wie lautet dein Name? Unser Herr nannte mich Kabarak in der Sprache der Nogri. Kabarak! Ihr seid also Nogri? Ja. Aber du bist die Malerius. Mein Vater hatte viele Geheimnisse. Ihr habt offenbar dazugehört. Du sagtest, er hat euch Hoffnung gegeben. Erzähl mir wie. Er kam zu uns. Nach der gewaltigen Schlacht. Nach der Zerstörung. Welche Schlacht? Zwei große Sternenschiffe trafen im Weltraum über unserem Planeten aufeinander. Vielleicht waren es mehr als zwei. Wir haben es nie erfahren. Sie kämpften den ganzen Tag und den Großteil der Nacht. Und als die Schlacht vorbei war, lag unser Land in Trümmern. Wir haben nicht imperialen Schiffen oder Welten niemals absichtlich Schaden zugefügt. Was geschehen ist, war ein Unfall. Der Lord Vader dachte anders darüber. Er glaubte, dass es Absicht war, um die Seelen der Feinde des Imperators mit Furcht und Schrecken zu erfüllen. Dann hat sich der Lord Vader geirrt. Unser Angriff galt dem Imperator, nicht seinen unterjochten Dienern. Wir waren nicht die Diener des Imperators. Wir waren ein einfaches Volk, das in Ruhe sein Leben führen wollte. Ihr dient jetzt dem Imperium. Als Dank für die Hilfe des Imperators. Nur er hat uns geholfen, als wir Dein und Hilfe brauchten. Weil wir nicht wussten, dass ihr Hilfe braucht. Das behauptest du. Dann gib mir eine Chance, es zu beweisen. Sag mir, wo deine Welt liegt. Das ist unmöglich. Ihr würdet kommen und uns endgültig vernichten. Kavarag, wer bin ich? Du bist die Lady Vader, die Maleriusch. Hat euch der Lord Vader je belogen? Du hast es behauptet. Ich habe gesagt, dass er sich geirrt hat. Selbst der Lord Vader konnte getäuscht werden. Und der Imperator war ein Meister der Täuschung. Der Lord Vader diente dem Imperator. Der Imperator hätte ihn nie belogen. Ist euer neuer Herr auch ehrlich zu euch? Ich weiß es nicht. Doch, du weißt es. Du hast selbst gesagt, dass er euch nicht verraten hat, wen ihr gefangen nehmen sollt. Ich bin nur ein Soldat, meine Lady. Diese Dinge übersteigen mein Begriffsvermögen. Meine Pflicht ist es, meinen Befehlen zu gehorchen. All meinen Befehlen. Aber du weißt etwas, was sonst niemand von deinem Volk weiß. Du musst leben, um dein Volk zu informieren. Der Lord Vader konnte in den Seelen der Nogri lesen. Du bist wahrhaftig seine Maleriusch. Dein Volk braucht dich, Kavarag. Genau wie ich. Du musst mir die Position deiner Welt verraten. Ich kann nicht. Dann bring mich dorthin. Ich kann nicht. Ich bin die Tochter, die Maleriusch, des Lord Darth Vader. Nach deinen eigenen Worten war er die Hoffnung eurer Welt. Sind die Dinge besser geworden, seit ihr eurem neuen Führer dient? Nein. Er hat uns erklärt, dass niemand mehr für uns tun kann. Davon möchte ich mich selbst überzeugen. Oder fürchten sich deine Leute etwa vor einem einzelnen Menschen? Du würdest allein kommen? Zu einem Volk, das dich gefangen nehmen will? Ich vertraue der Ehrlichkeit deines Volkes. Ich vertraue darauf, dass man mich anhören wird. Überlege dir mein Angebot. Bespreche es mit jenen, deren Rat du schätzt. Dann, wenn du willst, treffe mich in einem Monat im Orbit um die Welt Endor. Du wirst allein kommen? Ich werde allein kommen. Und du? Wenn ich komme, werde ich allein kommen. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich glücklich darüber bin. Aber wir können ihn nicht ewig entkommen. Wenn es auch nur eine winzige Chance gibt, sie dem imperialen Einfluss zu entziehen. Ich weiß, ich habe Salpurin nicht so nahe gestanden wie du. Aber er war trotzdem mein Freund. Es wird Zeit. Die Trauerperiode hat begonnen. Wir müssen zu den anderen gehen. Diese Periode ist den Wookies vorbehalten. Später wirst du dich uns anschließen können. Ich verstehe. Wenn ihr mich braucht, ich bin auf der Landeplattform und mache die Glücksdame startklar. Gut. Die Trauerperiode beginnt in zwei Stunden. Ich werde da sein. Okay. Die Ballonsonde ist in der Luft und funktioniert. Eigentlich sollte jetzt... Was ist? Hast du endlich eine Nachricht bekommen? Nun spiel sie schon ab. Ist doch egal, wenn er schläft. Komm schon. Wenn etwas Wichtiges für ihn darin ist, kannst du es ihm auch später vorspielen. Wenn er wieder wach ist. Guten Tag, Mastergood. Ich soll Ihnen Grüße von Captain Karde übermitteln. Und Ihnen natürlich auch, Mistress Mara. Er und Captain Solo sind sehr froh darüber, dass sie beide den Absturz heil überstanden haben. Hat Karde ihm tatsächlich von Skywalker erzählt? Ich bin sicher, dass du diese Botschaft entschlüsseln kannst, R2. Captain Karde hat erfahren, dass imperiale Sturmtruppen in Hylia City auf sie warten. Thrawn. Captain Karde hat den Imperialen erzählt, dass ein ehemaliger Mitarbeiter wertvolle Ware gestohlen hat und damit geflohen ist. Und von einem anderen Mitarbeiter namens Jade verfolgt wurde. Da Captain Karde nie angegeben hat, dass Jade eine Frau ist, schlägt er vor, dass sie die Rollen tauschen und Master Luke sich als Jade ausgibt. Na klar. Er ist mit Captain Solo dabei, einen Plan zu entwickeln, sie vor den Sturmtruppen zu finden. Oder, falls das nicht geht, sie aus ihren Händen zu befreien. Ich fürchte, das ist im Moment alles. Die Dauer dieser Sendung wurde von Captain Karde begrenzt, um eine Peilung zu verhindern. Er wünscht Ihnen viel Glück. Pass gut auf Master Luke auf R2. Und auch gut auf dich. Das ist eine gute Idee. Ich wusste, dass Sie nur vortäuschen zu schlafen. Ich habe nichts vorgetäuscht. Ich lasse mich treiben. Und die Idee ist gut. Vergessen Sie es. Es ist besser, wenn wir uns nach Norden wenden, Hilyard umgehen und die Stadt von der Ebene her betreten. Wir brechen besser erst morgen. Halten Sie aus, ich komme! Passen Sie auf den Schwanz auf! R2, greif nach dem Schwanz! Ich kann ihn nicht mehr lange von mir hin drücken! Sehr gut, R2. Halt die Schwanz fest! Was machen Sie da? Ich hole mir das Laserschwert! Wurde auch Zeit. Kommen Sie. Ich helfe Ihnen. Lassen Sie mich. Ich wollte nur behilflich sein. Sie haben mir das Laserschwert vom Gürtel gerissen. Und jetzt lassen Sie es fallen. Treten Sie zurück! Ich glaube es einfach nicht. Lassen Sie es fallen! Haben Sie vielleicht nicht bemerkt, dass wir Ihnen soeben das Leben gerettet haben? Doch, habe ich. Danke. Ich schätze, das ist die Belohnung dafür, dass ich Sie nicht schon vor zwei Tagen erschossen habe. Was wollen Sie noch? Einen Orden? Ich will nur wissen, was Ihnen zugestoßen ist. Sie sind mir zugestoßen. Sie kamen von einem sechstklassigen Bauernhof auf einem zehnklassigen Planeten und haben mein Leben zerstört. Wie? Sie haben nicht die leiseste Ahnung, wer ich bin, stimmt's? Ich würde mich bestimmt an Sie erinnern, wenn wir uns begegnet wären. Oh ja, der große, allmächtige Jedi. Er sieht alles, hört alles, weiß alles, versteht alles. Nein, begegnet sind wir uns nicht direkt. Aber ich war da, und Sie hätten mich bemerken können, hätten Sie sich die Mühe gemacht. Ich war Tänzerin im Palast von Jabba dem Hutten, an dem Tag, als Sie kamen, um Solo zu befreien. Moment. Sie waren nicht nur eine Tänzerin, Sie... Das war bloß Ihre Tarnung. Sehr gut. Ein weiterer Beweis für die berühmte Menschenkenntnis der Jedi. Machen Sie ruhig weiter. Was habe ich wirklich dort getan? Sie... Sie haben auf mich gewartet. Vader wusste, dass ich versuchen würde, Han zu befreien, und er hat Sie geschickt, um mich gefangen zu nehmen. Vader? Dass ich nicht lache. Vader war ein Narr und ein halber Verräter. Mein Meister hat mich zu Jabba geschickt. Um Sie zu töten, nicht um Sie zu rekrutieren. Aber... Und Ihr Meister war der Imperator? Ja. Und Sie haben ihn umgebracht. Sie irren sich. Er hat tatsächlich versucht, mich zu rekrutieren. Nur weil ich versagt habe. Und nur weil Vader dabei war. Meinen Sie etwa, er hätte nicht gewusst, dass Vader Ihnen angeboten hat, ihn gemeinsam zu stürzen? Ich glaube nicht, dass es ein ehrliches Angebot war. Der Imperator schon. Er wusste es. Und was er wusste, wusste auch ich. Ich war seine rechte Hand. So nannte man mich am Hof. Die rechte Hand des Imperators. Ich habe ihm überall in der Galaxis gedient, Aufträge für ihn ausgeführt, die die imperiale Flotte und die Sturmtruppen nicht erledigen konnten. Verstehen Sie, das war mein einziges großes Talent. An jedem Ort des Imperiums konnte ich seinen Ruf hören und ihm auf dem gleichen Weg antworten. Ich habe Verräter entlarvt, seine Feinde ausgeschaltet, ihm geholfen, die Kontrolle über die Bürokratie aufrecht zu erhalten. Ich genoss Ansehen, Macht und Respekt. Und Sie haben mir alles genommen. Schon allein dafür verdienen Sie den Tod. Was... was ist schiefgegangen? Jabba verbot mir an der Hinrichtung teilzunehmen. Das war alles. Banal und einfach. Ich bettelte, schmeichelte, feilschte. Ich konnte seine Meinung nicht ändern. Nein, Jabba war immun gegen die bewusstseinskontrollierenden Aspekte der Macht. Aber wenn Sie auf der Segelbarke gewesen wären... Sie hätten Erfolg gehabt. Ich habe nicht um Ihr Verständnis oder Ihr Mitleid gebeten. Sie wollten es wissen? Gut. Jetzt wissen Sie es. Warum sind Sie dann hier? Warum sind Sie nicht im Imperium? Welches Imperium? Es zerfällt. Sie wissen das so gut wie ich. Aber solange es noch existiert... An wen sollte ich mich wenden? Sie kannten mich nicht. Niemand kannte mich. Zumindest nicht als rechte Hand des Imperators. Ich war ein Schatten und habe im Verborgenen gearbeitet. Es gibt keine Aufzeichnungen über meine Aktivitäten. Die wenigen, die über mich informiert waren, hielten mich für eine Konkurbine, die zum Vergnügen des Imperators im Palast lebte. Nach der Schlacht um Endor gab es keinen Ort, zu dem ich gehen konnte. Ich hatte keine Kontakte, keine Freunde. Ich hatte nicht einmal mehr eine Identität. Ich war auf mich allein gestellt. Und deshalb haben Sie sich mit Kade zusammengetan? Später. Die ersten viereinhalb Jahre habe ich mich in den Randbereichen der Galaxis herumgetrieben und jede Arbeit angenommen, die mir angeboten wurde. Ich habe hart arbeiten müssen, um zu dem zu werden, was ich bin, Skywalker. Sie werden es nicht zerstören. Diesmal nicht. Ich will Ihr Leben nicht zerstören. Ich will nichts weiter als in die neue Republik zurückkehren. Und ich will, dass das alte Imperium wieder aufersteht. Wir bekommen nicht immer das, was wir wollen, nicht wahr? Nein. Hier. Salbe. Kümmern Sie sich um die Striemen in Ihrem Gesicht. Und schlafen Sie etwas. Wir haben morgen einen anstrengenden Tag vor uns. Es sieht gut aus, Captain. Genau wie es sein sollte. Sie können mit dem Test fortfahren. Nur noch ein paar Minuten, Sir. Die Techniker haben immer noch Probleme mit der Stabilisierung des Tarnfelds. Wir haben Zeit. Irgendwelche Nachrichten von Merker? Noch immer negativ. Und die letzte Meldung von Suis Wahn? Äh, insgesamt 112 Kriegsschiffe. 65 davon als Frachter genutzt. Die anderen dienen als Begleitschutz. Ausgezeichnet. Wir können Sie uns also aussuchen. Jawohl, Sir. Ist irgendetwas, Captain? Mir gefällt es nicht, das Schiff ohne Funkverbindung in Feindesland zu schicken. Wir haben keine andere Wahl. Es liegt an der Funktionsweise des Tarnschilds. Nichts dringt hinaus, nichts dringt hinein. Jawohl, Sir, aber... Was aber, Captain? Mir scheint, Admiral, dass wir bei dieser Operation Sabayoths Hilfe brauchen könnten. Sabayoth? Jawohl, Sir. Er könnte uns die Kommunikation mit... Wir brauchen keine Kommunikation. Es genügt, wenn der Zeitplan eingehalten wird. Ich muss widersprechen, Admiral. Unter normalen Umständen würde die Einhaltung des Zeitplans zum Erfolg führen. Aber wir wissen nicht, wie lange es dauern wird, von der Suis Raumkontrolle die Freigabe zu bekommen. Im Gegenteil. Ich habe die Suisi sehr sorgfältig studiert. Ich kann genau errechnen, wie lange es dauern wird, bis sie den Frachter freigeben. Wenn in der Raumkontrolle nur Suisi sitzen würden, vielleicht. Aber jetzt, seit die Rebellion so viel Nachschub durch das Suis-Warnsystem schleust, werden sie wahrscheinlich ihre eigenen Leute einsetzen. Das spielt keine Rolle. Die Suisi werden das Kommando haben. Ihr Zeitplan wird den Lauf der Ereignisse bestimmen. Jawohl, Sir. Es geht hier nicht um Tollkühnheit, Käpt'n. Oder um den Beweis, dass die imperiale Flotte ohne Sabayoth auskommen kann. Es geht darum, dass wir es uns nicht leisten können, Sabayoth zu oft einzusetzen. Weil wir dann von ihm abhängig werden? Ich möchte einfach nicht, dass Meister Sabayoth zu viel Geschmack an dieser Art Macht bekommt. Er sagte doch, er will keine Macht. Dann lügt er. Alle Menschen wollen Macht. Und je mehr sie haben, desto mehr wollen sie. Aber wenn er eine Gefahr für uns darstellt... Warum ihn nicht loswerden? Ganz einfach. Weil wir bald seinen Machtdurst stillen können. Und sobald wir das getan haben, wird er ebenso wenig eine Gefahr darstellen wie jedes andere Werkzeug. Leia Organa Solo und ihre Zwillinge? Genau. Sobald er sie in den Händen hat, werden diese kleinen Ausflüge mit der Flotte für ihn nicht mehr sein als störende Intermezi, die ihn von den wirklich wichtigen Dingen abhalten. Das setzt natürlich voraus, dass die Nogri sie aufspüren. Das werden sie. Irgendwann werden ihr und ihren Bewachern die Tricks ausgehen. Ganz gewiss früher, als uns die Nogri ausgehen. Sie sind fertig, Sir. Also los, Käpt'n. Tarnschild aktivieren. Der Tarnschild ist aktiviert. Dem Frachter sieht man nichts an. Er ist immer noch da, wo er war. Richtig. Aber hier. Sehen Sie auf das Display. Ausgezeichnet, Käpt'n. Genau das habe ich erwartet. Danke. Ich nehme an, wir haben grünes Licht. Sie haben grünes Licht. Alarmieren Sie die Flotte. Fertigmachen zum Rendezvous-Manöver. Die Werften von Sluis Wahn gehören uns. Sind Sie sicher, dass es sich um Militärmodelle handelt? Ich bin mir sicher. Auf Endor habe ich eins von diesen Rädern fast gegen einen Baum gesetzt. Klingt, als würden Sie nach Süden fliegen. Wie weit sind wir vom Waldrand entfernt? Nur noch vier oder fünf Kilometer. Wahrscheinlich werden Sie versuchen, uns einzukreisen. Wenn Sie es nicht schon getan haben. Es spielt keine Rolle, ob wir Sie hören oder nicht. Sie wissen nicht genau, wie schnell wir uns bewegen. Also werden Sie einen großen Ring bilden. Wir brechen also durch? Dafür haben wir nicht die richtige Ausrüstung. In diesem Fall können wir einfach geradeaus weitergehen. Uns Ihnen zeigen, bevor Sie uns entdecken. Und zu tun, als wären wir harmlose Touristen? Haben Sie eine bessere Idee? Vielleicht sollten wir zusätzlich die Rollen tauschen, wie Kade empfohlen hat. Wir werden uns auf jeden Fall den Weg nicht freischießen können. Bleibt also nur noch ein Bluff. Und je besser der Bluff ist, desto größer sind unsere Erfolgschancen. Moment. Ich entferne nur die Energiezelle aus dem Blaster. Vielleicht prüfen Sie nach, ob er geladen ist. Ich würde es tun. Wenn Sie sich einbilden, dass ich Ihnen eine geladene Waffe gebe... Und wenn uns ein Warnsger vor den Imperialen aufspürt? Vielleicht ist mir das egal. Ach ja? Hier. Danke. R2? Das Laserschwert, bitte. Ich verstecke es in diesem Hohlraum, hier in R2. Das war also Ihr Trick. Ich habe mich schon immer gefragt, wie Sie es geschafft haben, dieses Ding in Jabba's Palast zu schmuggeln. Ich sage Bescheid, wenn ich es brauche, R2. Der Issalamiri-Effekt reicht mehrere Kilometer über den Waldrand hinaus. Ihre Jedi-Tricks werden in Hilya City nicht funktionieren. Verstehe. Und noch was. Ihr Gesicht. Das lässt sich selbst mit R2's Hilfe nicht verstecken. Ich habe da was anderes im Sinn. Krempeln Sie Ihren Ärmel hoch und strecken Sie Ihren Arm aus. Mal sehen, ob es klappt. Was hat das alles überhaupt? Perfekt. Eine allergische Reaktion. Oh, beruhigen Sie sich. In ein paar Sekunden hört der Schmerz auf. Und die schwarzen Färbungen und die Pusteln auf der Haut gehen in ein paar Stunden zurück. Sieht scheußlich aus. Schätze, jetzt ist mein Gesicht dran. Wollen Sie das übernehmen oder soll ich es für Sie tun? Danke, ich mache das schon. Die Pusteln auf der Haut Stehen bleiben! Im Namen des Imperiums identifizieren Sie sich! Mann, was bin ich froh, euch zu sehen! Habt ihr zufällig eine Transportmöglichkeit? Ich kann mich kaum noch auf dem Bein halten. Identifizieren Sie sich! Mein Name ist Jade. Die Kleine hier ist ein Geschenk für Talon Kabe. Sie kommen mit uns. Unser Vorgesetzter will mit Ihnen reden. Endlich kommen wir aus dem Wald raus. Normalerweise tut sich hier nicht viel. Die 50 Meter Niemandsland trennen den Wald von der Stadt. Normalerweise. Dieser geheimnisvolle Oberkommandierende des Imperiums sind diese Angelegenheit wohl ziemlich ernst. Überall sind Sturmtruppen. Stehen bleiben! Da kommt ein Imperialer Major. Das wurde auch Zeit. Wer sind Sie? Der Mann behauptet, dass er Jade heißt. Ein Kopfgeldjäger. Arbeitet für Kade. Die Frau ist seine Gefangene. War seine Gefangene. Wie heißen Sie, Diebin? Senni Kifu. Und ich bin keine Diebin. Talon Kade schuldet mir viel Geld. Ich habe mir nur genommen, was mir gehörte. Was sagen Sie dazu? Das ist nicht mein Problem. Kade hat mir gesagt, ich soll sie zurückbringen und ich bringe sie zurück. Und Ihre Beute. Stellen Sie den Droiden zu den Gefangenen. Ja, Sir. Und legen Sie ihnen Handschellen an. Moment mal. Mir etwa auch? Irgendwelche Probleme, Kopfgeldjäger? Ja. Sie ist doch hier die Gefangene. Im Moment sind Sie beide Gefangene. Also halten Sie den Mund. Übrigens, was ist eigentlich mit Ihnen passiert? Ich bin in einen Busch gefallen, als ich hinter ihr her war. Eine Zeit lang hat es höllisch wehgetan. Wir haben einen Arzt im HQ. Er wird die Schwellung behandeln. Gehen wir. Fast wie in Os Eisley. Was? Hylia City. Die Stadt erinnert mich an einen anderen Ort. Alle Mann stehen bleiben! Was ist denn jetzt los? Da. Ich glaube, wir bekommen Gesellschaft. Tatsächlich? Die Kerle da übergeben den Imperialen einen Gefangenen, oder? Die Kerle da gehören zur Kerle. Der Gefangene? Das ist Hahn! Lassen Sie sich nichts anmerken. Sie kommen her. Was wollen Sie? Mein Name ist Chin. Wir haben diesen Lumpen im Wald erwischt. Vielleicht war er hinter Ihrem Gefangenen her. Wir dachten uns, Sie würden gern ein paar Worte mit ihm wechseln, hm? Außergewöhnlich großzügig von Ihnen. War das allein Ihre Entscheidung? Hey, glauben Sie etwa, wir wüssten nicht, was es bedeutet, wenn Ihr Imperialen auftaucht? Ich an Ihrer Stelle würde hoffen, dass wir nicht allzu lange bleiben. Durchsuchen Sie den Gefangenen nach Waffen. Ja, Sir. Und dann schaffen Sie ihn zu den beiden anderen. Sehr gut. Sie bringen Hahn zu uns. Chin, Sie und Ihre Freunde können gehen. Wenn sich der Gefangene als wertvoll erweist, bekommen Sie eine Belohnung. Außergewöhnlich großzügig von Ihnen. Los, weiter jetzt. Nun, Halle wieder vereint, hm? Ja, endlich mal wieder. Deine Freunde scheinen es verdammt eilig zu haben. Wahrscheinlich wollen sie nicht zu spät zur Party kommen. Eine kleine Feier aus Anlass meiner Gefangennahme. Ja, verstehe. Wir nähern uns dem Stadtzentrum. Was ist das da hinten? Ein Triumphbogen. Beeindruckend. Der Triumphbogen ist sicher zehn Meter hoch. Und direkt davor ist der Marktplatz. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Ist 3PO hier? Ja, er ist bei Lando. R2, jetzt! Hey, was ist da los? Der Druide ist umgekippt. Ich richte ihn wieder auf. Helft ihm. R2, ruf 3PO. Sag ihm, er soll mit dem Angriff warten, bis wir unter dem Triumphbogen sind. Gehen Sie zur Seite. Danke für Ihre Hilfe. Los, weiter jetzt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Das hoffe ich auch. Du liebe Güte, General Calrissian, ich habe... Still, 3PO. Haben Sie das gesehen, Aves? Sah aus, als wären Luke und sein Droide gestürzt. General Calrissian. Still, 3PO. Sie scheinen okay zu sein. Ja. Also los. Ich hoffe nur, dass alle bereit sind. General Calrissian, ich muss mit Ihnen sprechen. Ich habe eine Nachricht von Master Luke bekommen. Von Luke? Master Luke möchte, dass Sie mit dem Angriff noch etwas warten. Er sagt, dass Sie erst zuschlagen sollen, wenn die Sturmtruppen den Triumphbogen erreicht haben. Was? Das ist doch verrückt. Sie sind uns 3 zu 1 überlegen. Wenn Sie auch noch Deckung haben, werden Sie uns in Stücke hacken. Luke weiß, was er tut. Er ist ein Jedi. Im Moment nicht. Hat Ihnen Karde nichts von den Issalamiri erzählt? Ob er nun über Jedi-Kräfte verfügt oder nicht, er ist trotzdem ein Jedi. Oh, sicher. Und was ist mit dem Angriffsschiff dort oben? Wenn wir die Sturmtruppen den Bogen erreichen lassen, wird dieser Chariot direkt zwischen Ihnen und uns landen. Mit dem Triumphbogen haben Sie dann genug Deckung, um uns in aller Ruhe zu erledigen. Wir warten. Die Vorhut hat den Triumphbogen bereits passiert. Die Party wird jeden Moment losgehen. Gut. Das... Es geht los. Geh lang. Los. Wir sind gepestet. Kommen Sie zum Torbogen. Los. Bleiben Sie hier. Rühren Sie sich nicht von der Stelle. In Ordnung. Ich komme. Na, großartig. Jetzt werden wir von Sturmtruppen beschützt. Erzroh, hierher. Na, großartig. Der Triumphbogen gibt den Imperialen ideale Deckung. Noch ist der Chariot nicht gelandet. Nein. Dafür schießt er wild um sich. Ich glaube, wir sitzen in der Patsche. Von Lando und den anderen ganz zu schweigen. Wie wäre es mit einem Ablenkungsmanöver an? Kein Problem. Warte. Ihre Handschellen? Wie... Mit einem kleinen Hilfsgerät. Luke, du bist dran. Deine Hände. Hier. Danke. Was immer Sie vorhaben, Skywalker, tun Sie es. Wenn der Chariot gelandet ist, werden wir Sie nie aus Ihrer Deckung treiben können. Genau darauf zähle ich. Er landet. Verdammt. Der Chariot blockiert das Schussfeld. Luke weiß, was er tut. Ja. Haben Sie noch irgendeine andere großartige Idee, Calrissian? Wir müssen ihn... Calrissian! Hören Sie mich! Hey! Hören Sie mich! Okay, Harn. Los! Erstürzt dich auf die vier Sturmtruppler. Hauptsache, Sie achten nicht auf uns. Kommt nur her! R2! Jetzt! Gut gezielt, R2! Danke, Luke. Geh zur Seite, Harn. Ich muss an den Torbogen. Skywalker! Was? Hinter mich! Los! Hey, was macht ihr da? Ein Jedi! Los! Angreifen! Skywalker! Warten Sie! Er spaltet die Steinsäulen. Weg hier! Weg von dem Bogen! Der Torbogen spricht ein! Händ hier! Ah! 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 Unglaublich! Der Triumphbogen hat den Charriot und die Imperialen unter sich begraben. Ein einzelner Mann. Nun, wir haben auch einiges dazu getan. Da ist Carissian. Skywalker und Solo bringen ihn zu dem Jäger. Hat wohl einen Schuss abbekommen, was? Wäre fast einer von meinen gewesen. Ich dachte, er hätte uns verraten. Im Nachhinein sind wir alle klüger. Was ist los? Wir haben keine Möglichkeit, diesen Zwischenfall zu vertuschen. Nicht vor einem Mann wie Throne. Soll ich zur Basis zurückkehren und die Evakuierung vorbereiten? Ja. Und nehmen Sie Mara mit. Sorgen Sie dafür, dass sie beschäftigt ist. Weit weg vom Millennium-Falken und Skywalkers X-Flügler. Solo, warten Sie! Ah, Karde. Ich schulde Ihnen etwas. Haben Sie immer noch vor, Torfs Schiff für mich loszueisen? Ich habe es versprochen. Wo soll ich es abliefern? Lassen Sie es ruhig auf der Brigade. Irgendjemand wird es schon abholen. Skywalker? Ein interessanter kleiner Trick. Unorthodox, um es vorsichtig auszudrücken. Nun, er hat funktioniert. Und er hat wahrscheinlich einer Reihe von meinen Leuten das Leben gerettet. Bedeutet das, dass Sie Ihre Entscheidung getroffen haben? Ich schätze, ich habe keine Wahl mehr. Ich vermute, Sie wollen sofort aufbrechen? Sobald wir Lukes X-Jäger angekoppelt haben. Lando geht es einigermaßen. Aber er braucht eine bessere medizinische Behandlung, als wir sie ihm auf dem Falten bieten können. Es hätte auch schlimmer ausgehen können. Viel schlimmer. Auch in anderer Hinsicht. Ja, wenn Sie uns ausgeliefert hätten. Nun, wir müssen ebenfalls schnell von hier verschwinden, ehe die Imperialen bemerken, was vorgefallen ist. Das bedeutet, dass wir eine Menge Fracht verladen müssen. Sie haben nicht zufällig einen überflüssigen Frachter oder ein umgebautes Kriegsschiff, das Sie uns zur Verfügung stellen könnten? Wir haben nicht einmal für den Eigenbedarf der Neuen Republik genug Frachtkapazität. Ich dachte, ich hätte Ihnen das klar gemacht. Vielleicht leihweise. Ein umgebauter Mon-Kalamari-Sternkreuzer würde schon genügen. Davon bin ich überzeugt. Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Und? Es geht ihm relativ gut. Wir haben die Wunde gesäubert und verbunden. Aber wir müssen ihn früher oder später in einen Bacta-Tank legen. Dann lass uns einen kleinen Abstecher machen. Wir können Lando bei den Werften von Sluis-Wahn wieder in Ordnung bringen. Und einen X-Flügler übrigens auch. Und um vielleicht einen Sternkreuzer für Kader aufzutreiben? Vielleicht. Akbar hat bereits eine Menge umgebauter Kriegsschiffe in den Sluis-Sektor verlegt. Warum sollten wir uns nicht eins davon für ein paar Tage ausleihen? Von mir aus? Ich schätze, Coruscant kann noch ein paar weitere Tage ohne uns auskommen. Das hoffe ich. Etwas braut sich auf Coruscant zusammen. Wenn es nicht schon passiert ist. Dann sollten wir vielleicht doch nicht nach Sluis-Wahn fliegen. Lando hat Schmerzen, aber er schwebt nicht in Lebensgefahr. Nein, ich will ihn behandeln lassen. Und du, Alter, brauchst auch etwas Ruhe. Ich wollte dir nur klar machen, dass uns auf Coruscant einiges erwartet. Hey, alles in Ordnung mit dir? Mir geht es gut. Es ist nur, als wäre ich blind gewesen und könnte plötzlich wieder sehen. Ja, ich weiß, wie das ist. Han, danke, dass du mich gesucht hast. Keine Ursache. Und ich hatte bisher noch keine Gelegenheit, es dir zu sagen, aber du siehst aus, als hätte man dich durch den Mangel gedreht. Mara hat mir versichert, dass ich in ein paar Stunden wieder normal aussehe. Ja, Mara. Ja, ihr beide scheint euch ja prächtig verstanden zu haben. Sie wollte mich töten. Warum? Etwas Persönliches. Etwas Persönliches? Wie persönlich kann Mordlust eigentlich sein? Es war keine Mordlust, es war etwas Persönliches. Na dann. Die Judikator ist soeben eingetroffen, Käpt'n. Sie ist gefechtsbereit und bittet um neue Befehle. Informieren Sie, Käpt'n Brandai, dass die alten Befehle weiterhin gültig sind. Jawohl, Sir. Status, Käpt'n? Alle Schiffe sind bereit, Sir. Insgesamt fünf imperiale Sternzerstörer, zwölf Angriffskreuzer, 21 alte Lichtkreuzer und in den Hangars stehen 30 geschwader Thai-Jäger bereit. Fast wie in den alten Tagen. Ja, Käpt'n. Und inmitten dieser Streitmacht bildet ein alter Frachter der A-Klasse den Schlüssel zu dieser ganzen Operation. Der Tarnschild des Frachters ist überprüft und funktionsfähig. Alle Thai-Jäger sind bemannt und startklar. Ausgezeichnet. Signalisieren Sie dem Frachter. Sie sollen den Tarnschild aktivieren. Jawohl, Sir. Tarnschild aktiviert, Admiral. Zeitkontrolle. Zeitkontrolle läuft. Ist mein Flaggschiff bereit, Käpt'n? Die Chimäre wartet auf Ihre Befehle, Admiral. Gut. Wir folgen dem Frachter in genau sechs Stunden und 20 Minuten. Ich verlange von allen Schiffen eine letzte Bereitschaftsmeldung. Und ich will, dass Sie Sie noch einmal daran erinnern, dass es uns nur darum geht, die Verteidigungseinrichtungen des Systems zu zerstören. Heldentaten und Risiken sind nicht erwünscht. Sorgen Sie dafür, dass es jeder versteht, Käpt'n. Wir sind hier, um Schiffe zu erbeuten und nicht um welche zu verlieren. Jawohl, Sir. Und Käpt'n? Ja, Admiral. Erinnern Sie Sie auch daran, dass unser endgültiger Sieg über die Rebellion hier beginnt. Ihr X-Flügler-Asse seid wirklich tolle Kerle. Es ist nicht unsere Schuld, Käpt'n. Ich hatte dem Kurier gesagt, dass ein Fregattenbegleitschutz nicht zu unseren Aufgaben gehört. Ich hatte Befehl an Bord der Fregatte zu bleiben, bis wir es Louis-Wahn erreicht haben. Und nun sind wir hier. Ja, großes Opfer, Commander Antilles. Tagelang lungert ihr wie Luxustremper in meinem Schiff herum, flitzt dann für zwei Stunden nach draußen, während ich mich mit Frachtern auf Kollisionskurs und völlig unzureichenden Anlegeplätzen herumschlagen muss. Und dann kommt ihr mit euren Supermaschinen wieder zurück und lungert weiter herum. Klingt in meinem Ohr nicht so, als würdet ihr euch euer Geld verdienen. Hören Sie, wenn die Sluis-Raumkontrolle ihren Zeitplan einhält und der Rest des Konvois vollständig ist, können wir die Werften bald wieder verlassen und wie geplant nach Bipfesh weiterfliegen. Danach sind sie uns los. Ach ja? Na, sehen Sie sich nur dieses Durcheinander an Schiffen an, das die orbitalen Docks von Sluis-Wahn umlagert? Moment mal. Was ist? Da nähert sich ein Frachter der A-Klasse der Flugschneise zu den Docks. Und? Ohne jede Eskorte. Laut Sensoren sind die Lagerräume leer und er ist unbewaffnet. Wie lange habe ich keinen leeren Frachter mehr gesehen? Probleme? Irgendetwas stimmt mit dem Frachter nicht. Ich kann nichts Ungewöhnliches erkennen. Ich auch nicht. Es ist nur... Verdammt. Was ist? Ich bekomme keine Verbindung. Alle Frequenzen sind besetzt. Lassen Sie mich mal. Sehen Sie, der Frachter ändert jetzt den Kurs und bewegt sich dabei so langsam, als wäre er voll beladen. Alles klar. Ich habe mich in Ihren Bordcomputer eingeschlichen. Ein kleiner Trick, den man als X-Flügler-Pilot nicht lernt. Mal sehen. Frachter Natis II. Herkunftsplanet Nelakram. Piraten haben sie angegriffen und ihr Haupttriebwerk beschädigt. Sie mussten ihre Ladung zurücklassen, um zu entkommen. Die X-Louis Raumkontrolle hat sie für eine der Reparaturwerften vorgemerkt. Ich dachte, die Reparaturkapazitäten sind erschöpft. Theoretisch ja. In der Praxis? Nun, man muss die X-Louis sie nur zu nehmen wissen. Dann findet man immer einen Ausweg. Ach ja? Sondergeschwader, ihr Geschwaderführer. Alle Piloten auf ihre Plätze. Sie glauben immer noch, dass es Schwierigkeiten geben wird? Wahrscheinlich nicht. Aber es kann nicht schaden, auf alles vorbereitet zu sein. Außerdem kann ich nicht zulassen, dass meine Piloten den ganzen Tag rumlungern und Tee trinken. Ausschwärmen. Sehen wir uns die Sache mal aus der Nähe an. Verstanden, Geschwaderführer. Verstanden, Geschwaderführer. Er nähert sich den zwei kalamarischen Sternenkreuzern. Ich frage mich. Geschwaderführer. Wedge. Ich habe es gesehen. Der Frachter ist explodiert. Notfall. Schiffsexplosion am Orbit-Doc V475. Wir brauchen ein Rettungsteam. Wir... Moment mal. Der Frachter ist gar nicht leer. Geschwaderführer. Meine Sensoren erfassen eine dichte Masse unbekannter Objekte. Die lösen sich auf wie ein riesiger Hornissenschwarm. Das sind... Tee-Jäger. Hochziehen. Hochziehen. Neu formieren. Angriffsposition einnehmen. Verstanden, Geschwaderführer. Verstanden. Sieht so aus, als würden wir uns unser Geld heute doch noch verdienen. Ein Notruf? Aber wir haben doch... Oh nein. Luke, eine Schiffsexplosion. Ich fliege hin. Okay. Wo ist V475? Ah, da. Kurs ändern auf... Was? Na, warte. Ausweichmanöver. Na, großartig. Was ist los? Wir sind in einen Angriff der Imperialen geraten. Hinter uns ist ein Sternzerstörer. Ein zweiter nähert sich von Steuerbord. Sieht aus, als hätten sie noch andere Schiffe dabei. Sie haben sich ins System eingeschlichen. Fünf Sternzerstörer und über 20 kleinere Schiffe. Na, zumindest wissen wir jetzt, warum sie Bipfesh und die anderen Planeten angegriffen haben. Sie wollten, dass wir hier unsere Schiffe zusammenziehen, damit sich ein Angriff für sie auch lohnt. Notfall. Imperiale Teiljäger im Bereich der Orbit-Docs. Alle Schiffe auf Gefechtsposition. Das klang wie Wedge. Wedge, bist du das? Luke, wir sind in Schwierigkeiten. Mindestens 40 Teiljäger und 50 stumpfgegelige Objekte, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Ich hoffe, ihr habt ein paar Jäger mitgebracht. Wir stehen jetzt ziemlich unter Druck. Ich fürchte, hier sind nur Hahn und ich und der Falke. Aber wir sind unterwegs. Dann beeilt euch. Gibt es irgendeine Möglichkeit für mich, in meinen X-Flügler zu kommen? Kostet zu viel Zeit. Wir müssen ihn zurücklassen und mit dem Falten kämpfen. Ich sorge dafür, dass Lando und die Droiden sich anschneiden und gehe dann in den Gefechtsstand. Nimm den oberen. Alle Schiffe haben mit dem Angriff begonnen, Sir. Dieses Schiff direkt vor uns. Das war der Millennium Falke. Und er hatte einen X-Flügler im Schlepptau. Ähm, jawohl, Sir. Der Kommander des Tarnfeldschiffs meldet einen erfolgreichen Durchbruch. Es gibt einigen Widerstand von den Schiffen des Begleitschützes und einem Geschwader X-Flügler. Aber im Großen und Ganzen ist die Gegenwehr unkoordiniert und schwach. Das wird sich ändern. Sorgen Sie dafür, dass unsere Streitkräfte zusammenbleiben und nicht zu viel Zeit mit der Auswahl der Ziele verschwenden. Und die Minenmaulwürfe sollen sich auf die kalamarischen Sternkreuze konzentrieren. Sie haben wahrscheinlich die meisten Truppen an Bord. Und informieren Sie den Kommander, dass sich der Millennium Falke auf dem Weg zu ihm befindet. Jawohl. Ähm, Sir. Ein X-Flügler im Schlepptau? Sie glauben doch nicht Skywalker? Wir werden es bald erfahren. Und wenn es stimmt, wird uns Talon Karde eine Menge zu erklären haben. Eine Menge. Aufpassen, Nummer 5. Wir werden verfolgt. Schunde mehr. Zangbewegung? Auf meinen Befehl. Wir taufen zuerst unter den kalamarischen Sternkreuzer. Jetzt! Den schnapp ich mir. Guter Schuss. Zurück zum Hauptkampfgebiet? So schnell wie... Moment. Da ist wieder so ein Ding. Was? Wo? Dort. Das kleine stumpfkegelige Objekt am Schiffsrumpf des Kreuzers. Diese Dinger sind mit den Tailljägern aufgetaucht. Es hat sich an die Brückenkoppel des kalamarischen Kreuzers geheftet. Ich will mir das mal ansehen. Seltsam. Ich... Alles in Ordnung? Ich bin getroffen, doch nicht schwer. Der Kreuzer hat auf Sie geschossen. Ich weiß. Nummer 5. Ich brauche einen Sensorcheck. Wo sind die anderen Kegelobjekte? Einen Moment. Ich überprüfe das. Ich kann nicht mehr als 15 von Ihnen entdecken. 15? Es waren mal 50. Wo sind die anderen? Der nächste Kegel nähert sich einer Escort-Fregatte. Er wird von vier Tailljägern begleitet. Wenn die Fregatte so spärlich bemannt war wie die Larkes, haben Sie keine Chance, den Angriff abzuwehren. Die Tailljäger haben uns entdeckt. Nehmen Sie die beiden Rechten. Ich kümmere mich um die anderen. Verstanden. Hab dich! Kollisionsgefahr! Hochziehen! Ja, doch! Er klebt an mir dran! Ich kann Ihnen nicht helfen! Verdammt! Er ist gut! Hab ihn im Visier! Ich bin unter Beschuss, brauche! Wer war das? Alles klar, Wedge? Alles in Ordnung, Luke. Danke! Hey, dort drüben, bei der Fregatte. Das ist doch tatsächlich einer von Landos Minenmaulwürfen. Ich sehe ihn. Was schreibt er da? Eins von den Dingern hat sich weiter hinten an diesem Sternkreuzer gehängt. Sieht aus, als hätte dieses Ding das gleiche vor. Ich weiß nicht, warum. Egal, wir müssen es verhindern. Es wird knapp. Das Ding wird mit der Unterseite an der Fregatte andocken. Das schaffen wir nicht mehr. Was war das denn? Ich weiß es nicht. Ein extremes Licht. Zu hell für Laserfeuer. Ein Plasmastrahl. Direkt auf die Notschleuse der Brücke gerichtet. Deshalb haben Sie die Minenmaulwürfe geraubt. Sie brennen sich mit Ihrer Hilfe durch die Schiffshüllen der... Verdammt, Luke. Sie sind nicht hier, um die Flotte zu vernichten. Sie sind hier, um sie zu stehlen. Deshalb hat der Sternkreuzer auf mich gefeuert. Sie haben ihn gekapert. Wir müssen sie aufhalten. Gute Idee. Aber wie? Lando sagte, dass die Minenmaulwürfe normalerweise nur zwei Mann Besatzung haben. Mehr als vier oder fünf Sturmtruppler passen wahrscheinlich nicht hinein. Wenn man bedenkt, wie die Kriegsschiffe im Moment bemannt sind, dürften vier Sturmtruppler voll auf genügen. Wir müssen Ihre Maschinen oder Kontrollsysteme irgendwie ausschalten. Wenn Sie die Sternzerstörer erreichen, werden wir sie nie wiedersehen. Oh, wir werden sie schon wiedersehen. Beim nächsten Angriff der Imperialen. Du hast recht. Unsere einzige Chance ist es, so viel wie möglich von ihnen lahmzulegen. Allerdings werden wir alle 50 niemals schaffen. Alle 50 müssen wir auch nicht aufhalten. Zwölf Minenmaulwürfe haben ihr Ziel noch nicht erreicht. Gut. Erledigen wir die zuerst. Da ist der nächste Minenmaulwurf. Er wird von zwei Tailljägern begleitet. Vetch, Sie und Nummer 5 schalten Sie aus, während ich mich mit Luke um den Minenmaulwurf kümmere. Luke, schieß ihn in Stücke. Getroffen. Ja, aber nicht zerstört. Noch nicht. Die Luke von dem Ding wurde aufgesprengt. Das war ich nicht. Nein, die Schleuse an der Spitze hat sich von selbst geöffnet. Da kommt was aus der Öffnung. Was? Ein Raumtruppler. Ein Sturmtruppler in einem 0G-Pazard. Weg hier. Ein Torpedo hat uns getroffen. Noch einer. Hahn, Luke. Seid ihr in Ordnung? Im Moment ja. Habt ihr die Tailljäger erwischt? Ja, aber der Minenmaulwurf setzt seinen Flug fort. Setzt alles ein und macht ihn fertig. Aber passt auf diesen Raumtruppler auf. Er setzt Miniaturprotonen-Torpedos ein. Er klebt noch immer an der Spitze des Maulwurfs. Sie nehmen Kurs auf ein Passagierschiff. Okay. Ich schätze, Sie wollen es auf die harte Tour haben. Halt dich fest, Luke. Wir werden Sie rammen. Wir werden was? Ich fliege einen Bogen und dann... Hahn, der Raumtruppler klebt nicht mehr an den Minenmaulwurf. Er entfernt sich von ihm. Vorsicht Hahn, er schießt wieder. Er hat uns getroffen. Fertigmachen. Oh oh. Warte. Warte. Abtauchen. Wedge, los! Der Minenmaulwurf ist Geschichte. Guter Schuss, Wedge. Und du? Zur Hölle mit dir, Imperialer. Genieße die Schlacht. Er hat unseren Funkverkehr abgehört. Du wolltest nur, dass er sich vom Maulwurf entfernt. Du hast zerfasst. Ich dachte mir, dass er uns abhört. Das ist eine richtige Gewohnheit von den... Was ist? Ich weiß es nicht. Irgendetwas irritiert mich. Ist es der Raumtruppler? Nein, der hat jetzt genug mit sich zu tun. Holen wir uns den nächsten Minenmaulwurf. Mehr Energie auf den Steuerbordschild. Dort sind ein halbes Dutzend Kriegsschiffe, die alle wie besessen feuern. Steuerbord-Turbolaser. Konzentriertes Feuer auf die Angriffsfregatte auf Position 30 2.40. Schwerpunkt auf die Steuerbordseite des Schiffes. Jawohl, Sir. Ihre gesamte Steuerbordseite und die dort installierten Waffen sind zerstört. Ausgezeichnet. Etwas Neues vom Kommander? 43 Minenmaulwürfe haben ihre Zielschiffe erreicht. Davon sind 39 übernommen und auf dem Weg zu uns. Vier kämpfen noch gegen Widerstand, gehen aber von einem schnellen Sieg aus. Und die anderen acht? Sind vernichtet worden. Die beiden mit einem Raumtruppler an Bord eingeschlossen. Weisen Sie den Kommander an, dass er seine Flanken zurückziehen soll. Sie meinen jetzt, Sir? Natürlich jetzt. Das erste unserer neuen Schiffe wird in etwa 15 Minuten eintreffen. Sobald sie alle hier sind, verlässt die Flotte das System. Aber... Die Rebellenstreitkräfte im System stellen keine Bedrohung für uns dar. Die entführten Schiffe sind auf dem Weg. Ob nun mit oder ohne Tai-Jägerschutz. Die Rebellen können sie nicht aufhalten. Und? So kommen wir der Fregatte nicht bei. Die Kühlsysteme sind zu stark gepanzert. Es stimmt, es funktioniert nicht. Jetzt weiß ich es. Lando! Lando! Herauf mit dir! Ich habe ihn angeschnallt. Nun, dann schnall ihn los und schaff ihn herauf, sofort. Verstanden. Was ist los? Jetzt weiß ich, was mich die ganze Zeit irritiert hat. Wir waren auf Niklon, als die Imperialen diese Minenmaulwürfe geraubt haben. Unser Funkverkehr wurde dabei von Ihnen gestört. Okay. Und? Warum haben Sie den Funkverkehr gestört? Um zu verhindern, dass wir um Hilfe rufen? Wen hätten wir rufen sollen? Aber hier stören Sie uns nicht. Ich gebe auf. Warum? Weil Sie es mussten. Weil die meisten Minenmaulwürfe auf Niklon per 5 ferngesteuert wurden. Du hast alles mitgehört? Alles Wichtige auf jeden Fall. Setz dich. Vorsicht. Ich könnte mich ohrfeigen, dass ich nicht schon längst selbst darauf gekommen bin. Kennst du die Steuercodes? Die meisten. Welchen brauchst du? Wir haben keine Zeit für komplizierte Manöver. Die Minenmaulwürfe kleben immer noch an den Schiffen. Setz sie in Betrieb. In Betrieb setzen? Du hast es erfasst. Alle befinden sich in unmittelbarer Nähe der Brücke oder der Kontrollzentrale. Wenn sie sich durch genug Instrumente und Schaltkreise bohren, müssten die Schiffe zum Stillstand kommen. Du bist der Boss. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Fertig? Tu's! Die Minenmaulwürfe arbeiten. Sie fressen sich in das Innere der Schiffe. Da! Er hat sich durchgebrannt. Das Schiff hat angehalten. Es funktioniert. Seht ihr die Flammenzungen? Es funktioniert! Ja, und bei den anderen Schiffen auch. Sind alle TIE-Jäger zu unseren Schiffen zurückgekehrt, Captain? Jawohl, Sir. Dann soll die Flotte mit dem Rückzug beginnen. Rückzug? Haben Sie erwartet, dass ich einen Großangriff befehlen werde? Dass ich versuchen werde, unsere Niederlage durch einen Ausbruch falschen und nutzlosen Heldentums wiedergutzumachen? Natürlich nicht. Wir sind nicht besiegt worden, Captain, sondern haben lediglich einen kleinen Rückschlag erlitten. Uns gehört Wayland und uns gehören die Schätze in der Schatzkammer des Imperiums. Sluys Wahn war nur das Vorspiel unseres Feldzugs, nicht der Feldzug selbst. So lange der Berg Tantes uns gehört, so lange ist unser endgültiger Sieg gesichert. Es wird noch viele Gelegenheiten geben, die Schiffe zu bekommen, die wir brauchen. Führen Sie Ihre Befehle aus. Jawohl, Admiral. Viele der Großkampfschiffe sind schwer beschädigt. Nicht gerade ein strahlender Sieg. Wird ein paar Monate dauern, die Schaltkreise zu erneuern. Wäre es Ihnen lieber gewesen, wenn die Imperialen mit den Schiffen entkommen wären? Keineswegs. Sie haben getan, was sie tun mussten. Und das würde ich auch sagen, wenn es nicht um meinen Kopf gegangen wäre. Aber ich weiß, wie die anderen reagieren werden. Dass es nicht gerade die optimale Lösung war, all diese Schiffe zu zerstören, um sie zu retten. Sie klingen wie Radfalia. Nun, glücklicherweise hat Falia nur eine Stimme. Ja, aber eine Laute. Und eine, auf die eine Menge Leute hören werden. Wichtige Militärs eingeschlossen. Er wird bestimmt einen Weg finden, aus diesem Zwischenfall politisches Kapital zu schlagen. Warten Sie nur ab. Hier, Fayan. Funkzentrales Lewis Raumkontrolle. Wir haben ein Gespräch von Coruscant für Captain Solo. Ist er bei Ihnen? Ich bin hier. Verbinden Sie mich. Han, hier ist Leia. Leia? Moment mal. Was treibst du auf Coruscant? Ich glaube, ich habe unsere anderen Probleme gelöst. Zumindest vorübergehend. Du glaubst? Das ist jetzt nicht weiter wichtig. Wichtig ist, dass du sofort hierher zurückkommst. Was ist los? Admiral Akbar ist verhaftet und seines Amtes enthoben worden. Man wirft ihm Hochverrat vor. Ich komme so schnell wie möglich. Luke ist auch hier. Soll ich ihn mitbringen? Wenn es irgendwie möglich ist, ja. Akbar wird alle Freunde brauchen, die er kriegen kann. Okay. Wir gehen sofort an Bord. Bis bald. Ich liebe dich, Han. Ich. Dich auch. Nun, der Tanz beginnt. Kommst du mit, Luke? Ja. Aber ich fliege mit meinem Jäger. Ich muss nur vorher R2 vom Falten holen. Gut. Gehen wir. Viel Glück. Wir stehen vielleicht am Rand eines Bürgerkriegs. Nun ja, das werden wir auf keinen Fall zulassen. Wir haben diesen Krieg nicht geführt, um tatenlos zuzusehen, wie ein krankhaft ehrgeiziger Botan alles zerstört, was wir erreicht haben. Und wie sollen wir ihn aufhalten? Uns wird schon etwas einfallen. Ja.